Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Das Hintensperger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Ich glaube, dass wir sehr langsam gespielt haben heute, dass wir sehr fahrig gespielt haben. Dass wir versucht haben, heute mit 80 Prozent zum Erfolg zu kommen. So hat es sich zumindest angefühlt. Die Jungs, das merkt man jetzt auch, die sind selbstkritisch genug, um zu wissen, dass wir es besser können. Das muss deutlicher sein, das muss souveräner sein. Das ist unser Problem. Aber da muss man arbeiten. Das darf nicht sein, dass wir ein 3-1 in der 90s machen und Postman noch das 3-2 kriegen und dann kommen die Zuschauer wieder. So ist Fußball. Dann kannst du gar noch eng werden, wenn es ein paar Minuten noch wieder hinten rausläuft. Das geht nicht. Das müssen wir schnellstmöglich abschalten. Wir haben so viele Spiele auf dem Platz und müssen dann kompakt sein und den Ball in eigenen Reihen halten. Und wenn man nicht halten könnte, müssen wir Fouls ziehen. Holger Badstuber fordert nach dem 3-2-Sieg gegen Regensburg, dass die Mannschaft sich in der Schlussphase cleverer anstellen muss. Foul ziehen, Ball halten, das sind die Vorgaben, die man unter Weiter eigentlich nicht erwartet hat. Aber vielleicht fehlt ja genau das in der Spielanlage des VfB. Wir sprechen heute darüber und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ich bin mir noch total erstaunt, dass Mannschaft und Trainerteam anscheinend das Spiel kritischer sehen als viele Fans. Aber ich finde das total klasse. Das ist der richtige Weg. Gleich noch eine andere Einstiegsfrage bzw. eine Aufgabe für dich. Sebastian, bitte vervollständige. Wenn du mich fragst, wer Präsidentschaftskandidat wird, dann sage ich zu dir. Einer von den 20, die sich dafür beworben haben. Ja, clever, clever, wie du dich hier aus der Affäre ziehst. Aber wie ich heute gesehen habe, haben sich tatsächlich dann mehr Leute um das VfB-Präsidentschaftsamt beworben als irgendwie so Doppelteams um die SPD-Spitze. Also das muss ja auch schon was heißen eigentlich. Das ist richtig. Der VfB ist beliebt. Also jeder möchte Präsident werden. Und ich frage mich eigentlich so viele Bewerber, ob sich vielleicht einer, also ob du dich vielleicht beworben hast oder irgendjemand aus unserer Hörerschaft oder aus der Twitter-Timeline. Da müsste es irgendwie noch so versteckte Kandidaten eigentlich geben. Also ich kann es für mich komplett ausschließen. Außer jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Das ist dein Namen in den Hut geworfen. Genau. Nee, ich bin nicht mit dabei. Ich halte mich auch nicht für qualifiziert. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das bei mir ablaufen würde bei so einer Mitgliederversammlung, wenn mir Mitglieder irgendwas um die Ohren hauen. Ich würde einfach für Herr Bahl total entgleisen. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige wäre für so ein Amt. Deswegen lasse ich da lieber Profis ran und halte mich da lieber so ein bisschen im Hintergrund auf. Aber dann hoffen wir mal, dass unter den 20 auch wirklich 20 Profis vertreten sind. Ja, zwei würden ja reichen, im schlimmsten Fall. Ja, absolut. Genau. Aber die muss man halt auch noch auswählen halt. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Das scheint uns jetzt bis Mitte Dezember, bis in die Adventszeit dann wirklich noch zu begleiten. Also der, ja, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, aber der Vereinsbeirat hat wirklich eine Mammutaufgabe jetzt aus den 20 Bewerbern, die es anscheinend sind, zwei zu destillieren. Und ja, und diesen Prozess ja auch irgendwie dann transparent machen zu müssen. Ich bin gespannt, aber das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen. Ja, man muss ja gleich dazu sagen, sie müssen ja noch nicht mal zwei auswählen. Sie könnten ja theoretisch auch nur einen auswählen und dann noch jemanden selber vorschlagen. Auch die Option besteht ja. Genau, oder sie könnten halt einfach nur einen auswählen und keinen weiteren vorschlagen. Aber ich denke, ja, im Dialog und auf der Mitgliederversammlung wurde ja im Vorfeld auch klar, es wird definitiv zwei Präsidentschaftskandidaten geben. Und vielleicht würde der Vereinsbeirat auch noch mehr präsentieren, aber das lässt natürlich die Satzung einfach nicht zu. Ja, wobei, jetzt greife ich das Thema einfach direkt auf. Dann gehen wir doch gleich in die Vereinspolitik. Wir müssen denn hier an Regeln halten, das ist doch überhaupt nicht notwendig. Wir sind doch in Podcast und können machen, was wir wollen. Da muss man natürlich gleich noch mit dazu sagen, dass es, ich glaube, theoretisch von der Satzung her schon möglich wäre, die Bewerber zu nennen, aber vielleicht von der Datenschutzbestimmung nicht so einfach ist. Also das zum einen. Und es gibt natürlich dann vielleicht auch noch das Problem, dass der ein oder andere Kandidat gar nicht öffentlich benannt werden möchte, solange er nicht als schlussendlicher Präsidentschaftskandidat feststeht, weil er vielleicht befürchtet, an Reputation einzubüßen. Und gerade Leute aus der Wirtschaft sind da vielleicht etwas, ich würde mal sagen, zart beseitet. Genau, also das kann man kurz festhalten, also der Vereinsbeirat kann maximal zwei Mitglieder für das Präsidentschaftsamt vorschlagen. Also mehr geht halt einfach nicht, das gibt die Satzung nicht her. Die zwei sind festgelegt und das seit relativ langer Zeit. Es gab ja damals ganz legendär halt, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es war, aber als sich dann Gerhard Mayer-Vorfelder quasi an die Macht putschte. Und das war halt noch zu der Zeit, als quasi jeder Präsident werden konnte aus der Mitgliederversammlung heraus. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt halt maximal zwei Kandidaten. Genau, und der Vereinsbeirat ist halt natürlich jetzt nicht gezwungen, alle Namen zu nennen, die sich jetzt für das Präsidentschaftsamt beworben haben. Ich denke, der Vereinsbeirat würde gerne alle Namen nennen wollen. Aber wie du sagst, da gibt es halt wahrscheinlich auch ganz honorige Leute in hohen Positionen, die sagen, ihr könnt meinen Namen nennen, aber bitte nennt meinen Namen doch erst, wenn ich einer von den zwei Kandidaten bin und nicht, wenn ich einer von 18 bin, die irgendwie aussortiert werden, weil ich würde halt gerne da weiterarbeiten, wo ich jetzt bin und ich möchte da dann keine Vorurteile oder mir irgendwelche Sachen anhören müssen. Dann ziehe ich es vor, dass meine Bewerbung geheim bleibt. Und das ist natürlich ein Zwang, dem sich der Vereinsbeirat dann unterwerfen muss. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, Gerhard Mayer-Vorfelder wurde 1975 VfB-Präsident. Das ist also schon eine ganze Weile her und ich glaube, darauf hast du dann angespielt, als es da heiß herging und im Endeffekt jeder mitmachen durfte, der Bock drauf hatte. Genau, jetzt liest man immer wieder bei irgendwelchen Mitgliederversammlungen, die dann komplett entgleisen, also sei es beim VfB oder sei es irgendwie gerne dann auch bei Vereinen aus Nordrhein-Westfalen, sei es irgendwie Schalke oder Bochum, wo dann am Ende einer turbulenten Mitgliederversammlung irgendjemand Präsident ist, der das irgendwie nie im Leben wollte und da muss man halt mit der Position leben. Und das ist natürlich jetzt durch die Satzung seit längerem geregelt, dass das halt nicht passieren kann. Und genau, der Vereinsbeirat kann maximal zwei Kandidaten präsentieren, könnte auch nur einen präsentieren, was nicht passieren wird, hoffe ich, weil man das auch im Vorfeld so kommuniziert hat, dass es auf jeden Fall eine echte Wahl geben wird. Ja, aber das große Chaos ist durch die Satzung ausgeschlossen. Auf der anderen Seite, ja, hat jetzt halt der Vereinsbeirat die Mammutaufgabe von 20 plus auf zwei Kandidaten auszusieben. Ja, und von diesen 20 sind ja auch jetzt ein paar bekannt, die können wir ja kurz nochmal ansprechen, weil wir letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, aber ja, vielleicht erstmal vorneweg schicken. Die, die sowieso schon bekannt waren, sind natürlich Matthias Klopfer und Klaus Vogt. Von denen wusste man dann relativ zeitig, dass sie Interesse an diesem Amt haben. Und von Guido Buchwald, ja, wurde es ja so ein bisschen vermutet und er hat sich beworben, muss man sagen. Der 58-jährige Ehrenspielführer des VfB Stuttgart, wie die Bild-Zeitung jetzt titeln würde, hat sich beworben auf das Präsidentenamt und hat das Ganze natürlich dann auch noch schriftlich der Presse mitgeteilt und meinte, ich stehe zu meinem Wort, dem VfB zu helfen, wenn er Hilfe benötigt. Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und mich den Mitgliedern, dem obersten Gremium des Vereins, in einer demokratischen und fairen Wahl zu stellen. So, Sebastian, kann man ja ganz kurz darauf eingehen. Hast du das Gefühl, der VfB braucht aktuell die Hilfe von Guido Buchwald oder braucht hier vielleicht irgendjemand anders die Hilfe von Guido Buchwald? Ich finde die Formulierung schon schwierig. Also natürlich kannst du jederzeit als ein honoriger Spieler und Ehrenspielführer, Ehrenelf, Traditionself-Spielführer, ich weiß gar nicht, also ein verdienter VfB-Spieler mit 325 Spielen für den VfB Stuttgart, 1990er Weltmeister, du warst schon mal im Aufsichtsrat, natürlich kannst du dich bewerben um das Präsidentenamt und du hast sicherlich jedes Recht der Welt dafür. Aber diese Formulierung, wenn der VfB Hilfe braucht, bin ich da, finde ich halt schon schwierig, weil aktuell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der VfB Hilfe braucht. Wenn wir ehrlich sind, seit Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist, haben wir Fans doch weniger denn je das Gefühl, dass der VfB Hilfe braucht. Eigentlich hat er in der letzten Ausgabe schon gesagt, hat man auch das Gefühl, hey, eigentlich ist doch alles gut, brauchen wir überhaupt einen Präsidenten? Ja, vielleicht brauchen wir einen, aber der VfB braucht aktuell sicherlich keine Hilfe. Und ja, deswegen fand ich irgendwie so das Wording, dieses Statement ein bisschen schwierig. Du kannst doch sagen, hey, ich möchte mich einbringen, ich kann den VfB noch besser machen, ich möchte helfen, ich verfolge den VfB seit gefühlten 50 Jahren und ich weiß, was zu tun ist. Völlig okay, aber dieses, ja, wenn ich gerufen werde, dann bin ich da und ich helfe gerne. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der VfB in einer ganz argen Notlage ist, auch wenn wir in der zweiten Liga spielen. Ich habe es aber trotzdem schon mal als schlimmer empfunden. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde die Kandidatur oder die Bewerbung von Guido Buchwald als Präsident absolut legitim, weil er ist halt eine Persönlichkeit, die man halt wie keine andere mit dem VfB identifiziert und sagt, hey, er ist der VfB, er ist Tradition. Und deswegen denke ich auch, dass der VfB-Vereinsbeirat gute Argumente braucht, um an ihm vorbeizukommen. Also die mag es geben und die kann es geben, aber ich bin mal gespannt, wie das dann laufen wird. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Fairness, Respekt und Ehrgeiz haben mich nicht nur als Spieler ausgezeichnet. Absolut. Diese Tugenden würde ich auch in den Mittelpunkt einer Präsidentschaft für alle VfB-Abteilungen, Mitglieder und Fans stellen, falls ich gewählt werde, sagt Guido Buchwald. Und Sebastian, ist das jetzt von allen Namen, die man bislang so gehört hat, der absolute Top-Favorit? Sollte er denn dann letzten Endes vom Vereinsbeirat auch ausgewählt werden? Na, für mich ist er halt so jetzt böse gesagt der Stammtisch-Favorit. Also wenn du hörst, hey, Guido Buchwald ist mit dem VfB Deutscher Meister geworden, war Weltmeister, ja, über 300 Bundesligaspiele für den VfB. Natürlich ist er erstmal so der Favorit, was er halt in seiner Kandidatur dann oder in seiner Bewerbungsrede oder Anschrift dann halt unerwähnt lässt, ist, dass er sowohl die Kickers als auch den KSC irgendwie ziemlich ruiniert hat und auch sonst halt jetzt. Also unter seiner Führung, wenn er die sportliche Führung inne hatte, egal wo jetzt, Karlsruhe oder auch bei den Kickers, war das jetzt mit Sicherheit nicht die erfolgreichste Zeit der jeweiligen Vereine. So, so möchte ich es sagen. Also er hat jetzt ja nach seiner aktiven Karriere jetzt nicht so die Super-Milestones irgendwie vorzuweisen. Das ist ja auch alles kein Grund, um zu sagen, er ist der Falsche. Aber, ja, man muss hier halt irgendwie schon so ein umfängliches Bild machen und ich finde es halt dann spannend, weil sich ja jetzt um das Präsidentschaftsamt schon ganz, ganz vielfältige Charaktere bewerben. Da ist halt dann Guido Buchwald, ehemaliger Fußballspieler, Weltmeister, dann haben wir einen Politiker, dann gibt es Unternehmer, dann gibt es jetzt, kommen wir vielleicht noch drauf, was für das stellvertretende Geschäftsführer von der Handwerkskammer und dieses und jenes alles. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Leute, die man auch gar nicht miteinander vergleichen kann. Und da, ja, ist es halt echt die Aufgabe des Vereinsbeirats, irgendeinen Maßstab zu finden, irgendeinen Raster zu finden, irgendeine Matrix zu finden, wie man diese Leute überhaupt bewerten kann, die halt so grundverschieden sind. Und bei 20 Leuten wäre es ja auch jetzt nicht unwahrscheinlich, wenn man dann sagt, okay, das Konzept von Guido Buchwald hat uns halt schlichtweg nicht überzeugt. Das sind halt andere, deren Konzept uns mehr zugesagt hat. Und das wissen wir halt aber dann erst Ende November und das wird auch eine spannende Zeit. Also was mir persönlich wirklich wichtig ist, ist, dass man im Vorfeld abklärt, wer eigentlich noch so hinter Guido Buchwald, ich sage jetzt mal, sein Unwesen treibt. Ja, also das ist das, vor was ich jetzt am meisten Sorge hätte, dass man mit Guido Buchwald versucht, gewisse andere Personen in wichtige Positionen zu bringen. Das mag jetzt, oder anders ausgedrückt, es muss ja nicht sein, dass diese Personen falsch oder schlecht sind, aber das ist dann schon wieder, es hat so einen Hauch fetteres Wirtschaft, auf die ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Und ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock auf irgendjemanden, der jetzt hier aus dem Umfeld sich nochmal nach oben katapultieren möchte oder so. Ich würde es gut finden, wenn hier jemand in Anführungsstrichen neues, ja, das Präsidentenamt übernimmt. Und wenn möglich, ja, das heißt ja immer wieder sportliche Kompetenz und ehemaliger Fußballer und so im Zusammenhang mit Guido Buchwald, wenn möglich, darf es auch gern jemand sein, der, ich sage mal, sein Steckenfeld eher an anderen Sportarten als Fußball hat. Das kann schon beim VfB gewesen sein, aber ich würde es halt gut finden, wenn der Vereinspräsident auch endlich mal den kompletten Verein repräsentiert. Wenn es schon jemand aus dem Sport ist, darf es wie gesagt auch gerne mal jemand aus anderen Bereichen sein, die hier beim VfB auch sehr prominent vertreten sind. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Und an und für sich gehe ich relativ unbedarft jetzt erstmal an die ganze Sache ran und warte ab, was der Vereinsbeirat dann vermutlich Mitte November uns präsentiert. Spätestens, glaube ich, Mitte November, könnte auch schon Anfang November soweit sein. Ja, sehr spannend. Ich habe noch einen Namen oder noch vier Namen sehe ich gerade, zu denen wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen können wie zu Guido Buchwald. Norbert E. Reif aus Plochingen, den überraschenderweise niemand kennt. Also jedenfalls habe ich mich so ein bisschen umgehört und alle schüttelten mit dem Kopf. Also ich kenne zum Beispiel einen, ohne zu viel verraten zu wollen, so einen Unternehmer aus Wendlingen und der meinte, hat er noch nie gehört. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich dann von Norbert Reif halten soll. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das nur eine Briefkastenfirma aus Blochingen oder so. Nee, Spaß beiseite. Also keine Ahnung, was wir von dem zu erwarten haben. Dann der von dir angesprochene stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammerregion Stuttgart, Bernd Michael Hümer. Auch da kann ich nichts zu sagen. Also wenn du zu jemandem was sagen möchtest oder kannst, einfach kurz laut gehen, wie wir hier in der Tierwelt sagen. Nee, ich habe diesen Namen auch heute zum allerersten Mal gehört. Dann was ruhig mit dem nächsten. Mit dem Geschäftsführer der Buchhandlung Osiander, Christian Riedmüller aus Tübingen. Na gut, zum Herrn Riedmüller können wir natürlich was sagen, weil der ja auch eine bemerkenswerte Rede auf der MV im Juli gehalten hat. Also insofern ist das natürlich schon ungewollt ein erstes Bewerbungsschreiben oder eine erste Bewerbungsrede von ihm gewesen. Das habe ich komplett ausgeblendet, aber du hast absolut recht. Ja, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, konnte er den uns bekannten Rednern nicht das Wasser reichen. Muss ich an dieser Stelle sagen. Also da hat mich der Ron, der Tim und natürlich auch der Ray Bucanero und natürlich auch ein Christian Prechtel mehr überzeugt. Ohne jetzt zu viel sagen zu wollen. Genau, aber trotzdem hat er sich halt schon auf der MV hingestellt und ja, ich würde sagen im Namen der Mitglieder gesprochen und insofern hat er natürlich schon so ein paar Grundsympathien automatisch, die ihn dann auf seiner Kandidatur begleiten. Ja, also es gibt wahrscheinlich schlimmere Kandidaten unter den 20. Da stimme ich dir absolut zu. Dann noch ein Stuttgarter Stadtrat, Mitglied der CDU, Markus Reiners, der auch Beiratsmitglied beim Fanprojekt Stuttgart ist und Mitglied des Sportausschusses in Stuttgart. Also da scheint, ja, die Verbindung zum Sport definitiv da zu sein. Aber zur Person an sich kann ich jetzt auch nichts sagen. Ist er dir bekannt in irgendeiner Art und Weise? Nee, also CDU, Stadtrat klingt erstmal irgendwie ein bisschen abschreckend für mich, aber dann halt irgendwie Mitglied dem Fanprojekt und so andere. Klingt dann schon wieder gut, also klingt nach einer spannenden Personalie, aber ich kenne ihn weder persönlich noch habe ich irgendeine Ahnung, was er gemacht hat. Insofern sehe ich ihn halt komplett neutral. Aber ich denke halt, je mehr qualifizierte Bewerber ihren Namen da irgendwie in den Ring werfen und sich bewerben, desto besser ist es halt. Also macht dem Vereinsbeirat das Leben so schwer wie möglich, indem sich halt wirklich geeignete Kandidaten für das Präsidentschaftsamt bewerben. Ich finde das super. Und 20, ne? Also ich glaube nicht, dass es alles irgendwelche Vollpfosten sind, wo man halt irgendwie sagt, nach fünf Minuten, nee, da wird es auf gar keinen Fall, sondern da werden halt viele gute Leute dabei sein. Und das finde ich halt klasse, dass auch viele Leute dann, ja, wir hatten es ja kurz davon, auch dann tatsächlich ihre Anstellung und ihr Standing halt dann ein bisschen riskieren und sagen, hey, ich würde das gerne machen einfach. Also ich finde das ziemlich großartig. Ja, es soll wohl auch Leute gegeben haben, die nicht bereit waren, dieses Standing zu riskieren. Zu denen wird man natürlich relativ wenig hören, aber auch interessant. Also es gab wohl schon Leute, die interessant gewesen wären für uns Mitglieder, aber ja, dann vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen sich vielleicht auch dem Amt nicht ganz hingeben wollten oder sich nicht das Ganze zugetraut haben, weil es ist natürlich schon auch kein leichtes Amt, das man hier beim VfB Stuttgart ausfüllen muss, wenn man Präsident wird. Ja, aber jetzt müssen wir mal abwarten, wer letzten Endes ausgewählt wird. Ich glaube morgen oder also am Dienstag oder am Mittwoch möchte der Vereinsbeirat mitteilen, wie viele sich endgültig beworben haben. Dann kriegen wir eine Zahl. Und wie gesagt, die endgültige Entscheidung wird dann irgendwann Ende Oktober bis spätestens Mitte November öffentlich bekannt gegeben werden und dann wird auch direkt der Wahlkampf beginnen, denn viel Zeit ist er da nicht mehr. Da bin ich auch gespannt, was da so auf uns zukommt. Dann kommen wir noch zu einer anderen Personalie, wenn wir schon bei dem Thema Vereinspolitik sind, und zwar Vorstandsvorsitzender. Das haben wir letzte Woche schon durch Klinsmanns Absage ein bisschen thematisiert und da kam eben auch der Name Bernhard Häusler auf. Und damals passierte mir etwas, das mag ich eigentlich gar nicht, wenn ich sowas im Podcast sagen muss, nämlich es wurde ein Name von mir genannt und ich musste sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und das war eben Bernhard Häusler. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich eigentlich die ganze Woche verfolgt. Und am Freitag habe ich mich dann wirklich intensiv mit Bernhard Häusler auseinandergesetzt. Und ich sage es, wie es ist, ich habe mich ein bisschen verliebt. Okay, ja, also Bernhard Häusler ist der ehemalige Präsident des Schweizer Erstligisten FC Basel von 2012 bis 2017, war ja eben Präsident vom FC Basel. Und das erste Video, das ich über Bernhard Häusler gesehen habe, war die Verabschiedung von Bernhard oder Berni, wie man ihn da nennt, von Basel. Und da erkennt man ja auch schon so ein bisschen, wie der Vereinspräsident so gewirkt hat im Verein. Also der Abschied von Wolfgang Dietrich ist vielleicht so das negative Beispiel. Und Bernhard Häusler ist dann vermutlich das positive Beispiel. Das ganze Stadion stand halt applaudierend bereit für Berni, so möchte ich es mal sagen. Die Spieler hatten teilweise Tränen in den Augen, die Mitarbeiter waren sehr gerührt. Also es muss wirklich jemand gewesen sein, der in allen Kreisen gemocht wurde und dem man auch, das konnte ich auch ausfinden, wirklich einfach ein gutes Händchen für Vereinspolitik, Vereinsarbeit nachsagt. Also das hat mich wirklich richtig begeistert, wie ehemalige Weggefährten über ihn so berichtet haben. Und ich habe mich dann immer weiter in diese YouTube-Videos reingearbeitet und konnte auch noch was herausfinden. Das ist total an mir vorbeigegangen. Und zwar gab es wohl mal eine Zeit, da gab es größere Ausschreitungen aus den Fanlagern diverser Schweizer Vereine. Und der FC Basel hat sich da leider auch mit dem ein oder anderen Negativereignis hervorgetan. Und da war es dann eben Bernhard Häusler, der sich zum einen ganz klar gegen diese Gewalt positioniert hat und gleichzeitig aber auch, ich sage mal so, diese Ultra-Fan-Kreise nicht vor den Kopf gestoßen hat, sondern das sehr, sehr gut moderiert hat. Also das muss man ja auch erst mal hinbekommen. Und auch das wurde es bei seiner Verabschiedung aufgegriffen, dass er immer wieder diesen Spagat geschafft hat zwischen Loge, so sagte man es da, und Ultras. Also das muss wirklich jemand sein, der dann das Gespür hat, um wirklich auf alle Schichten eingehen zu können. Das wäre vielleicht fast sogar besser, wenn er jetzt Präsident des VfB werden wollen würde. Aber ich meine auch als Vorstandsvorsitzender brauchst du dieses Gespür und dieses Feingefühl für das Umfeld hier beim VfB, weil es halt doch ein besonderes ist. Ich sage ganz bewusst kein schwieriges, aber ja, hier ist es mit Sicherheit anders als, was weiß ich, in Hoffenheim. Um jetzt mal ein ganz krasses Gegenbeispiel zu bringen. Aber jetzt mal die Kardinalsfrage, wenn er so ein geiler Präsident ist, warum ist er dann in Basel zurückgetreten und will es in Stuttgart Vorstandsvorsitzender werden? Also zunächst weiß ich nicht, ob er das möchte oder ob das eher der VfB will. Soweit konnte ich jetzt einfach noch keine Informationen einholen, um das mal so auszudrücken. Also ich glaube, er hat einfach beschlossen, dass es jetzt einmal gut war. So wirkte das auf mich. Also das war jetzt keine Entlassung oder so. Okay, also dieses Kapitel ist beendet und Zeit für etwas Neues. So habe ich es interpretiert, ohne es jetzt 100 Prozent auflösen zu können. Nee, weil das hat mich mit dem Personal noch gar nicht beschäftigt. Aber alles, was ich bisher so gehört habe, fand ich durchaus positiv. Wobei ich auch denke, man muss es halt ein bisschen differenziert sehen, ob man halt quasi eine Fankultur auf die andere übertragen kann. Also nur weil es halt mit den Basler Fans und Ultras funktioniert hat, ist es halt in Stuttgart genauso. Weiß ich nicht, aber er macht halt einen total guten Eindruck. Definitiv, also gerade wenn man halt dann einen anderen Kandidaten für das Amt dann halt im Gegensatz sieht, den Robert Schäfer, da muss man sagen, dann bringt den Häusler auf jeden Fall und keinen wie Schäfer. Also du kannst mit Sicherheit diese verschiedenen Fangruppierungen nicht miteinander vergleichen und kannst nicht sagen, da gebe ich dir absolut recht, wenn es in Basel klappt, klappt es auch in Stuttgart. Aber so eine gewisse Empathie und Feingefühl ist schon wichtig, glaube ich. Ja, absolut. Also ich glaube, so eine Grundeinstellung auch, ob du sagst, hey, die Ultras sind mir egal, weil ich kümmere mich um die Businesslogen. Oder du sagst, hey, was da in der Kurve passiert, das ist halt für mich brutal wichtig. Das ist natürlich definitiv eine Grundeinstellung, die ein Vorstandsvorsitzender oder ein Präsident oder sonst jemand von den Funktionären mitbringt oder eben nicht mitbringt, gar keine Frage. Und ich habe auf Twitter auch noch ein paar Aussagen von ihm gepostet, also Videomitschnitte, die ich beachtenswert fand. Und da sagt er halt immer wieder, dass für ihn es wirklich wichtig ist, dass man als Team arbeitet, aber natürlich dann oder gemeinsam auch hinter den Entscheidungen steht. Aber man hört auch immer heraus, dass er diese Entscheidungen dann letzten Endes vertritt. Also nicht alleine trifft, sondern das spricht er eigentlich immer vom Team. Aber er ist der Leader sozusagen, also er ist der, der dann auch dafür gerade steht. Das fand ich auch sehr überzeugend. Da hatten wir ja auch mal einen Präsidenten, das ist noch nicht allzu lange her. Die Erfolge, die beruhten immer auf seine kreativen... So was gab es mal bei uns. Unfassbar. Ja, und alles, was negativ war, da war dann das Team mehr oder weniger dran schuld. Und das hört sich jetzt hier in den Interviews, die er gegeben hat, dann schon etwas anders an. Und was ich auch bemerkenswert fand, er hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube es war bei einer Universität oder vielleicht war es auch irgendeine Ausbildungsstätte, hat er eine Rede gehalten. Und da wurde er gefragt, was für ihn die wichtigsten Dinge sind, um ein Unternehmen erfolgreich zu gestalten oder auch bei einem Fußballklub erfolgreich zu arbeiten. Und da meinte er Vertrauen, Werte und Gewinn. So, und das ist natürlich auch schon interessant für jemand, wenn du es jetzt auf die Wirtschaft überträgst, der mit Vertrauen und Werte kommt und dann erst den Gewinn anführt. Ob es jetzt der finanzielle Gewinn ist oder der sportliche Erfolg, also sprich ein Gewinn oder ein Sieg auf dem Fußballplatz, sei jetzt mal dahingestellt. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass für ihn Vertrauen und grundsätzlich Werte einen hohen Stellenwert genießen. Das ist auch eine Aussage, die er jetzt nicht im Wahlkampf oder trifft, wenn er sich positionieren will als Vorstandsvorsitzender, sondern ja, die waren komplett losgelöst von der Thematik VfB oder FC Basel, sondern es war halt einfach ein Vortrag, den er gehalten hat. Das fand ich schon beeindruckend, was Bernhard Häusler so von sich gegeben hat und was das für eine Persönlichkeit ist. Ja, das klingt alles relativ gut, das stimmt schon. Vielleicht noch kurz ein paar Aussagen von Ottmar Hitzfeld zum Thema Bernhard Häusler. Die beiden kennen sich relativ gut. Ottmar Hitzfeld meinte, Bernhard Häusler hat eine hohe Fachkompetenz, zudem kann er mit Menschen umgehen. Ja, den Eindruck hat er auch in den Interviews vermittelt. Er ist sehr charakterstark, gleichzeitig aber auch sehr ruhig und sachlich. Auch da, finde ich, kommt diese Schweizer Mentalität total durch. Also das merkst du, wenn er spricht. Das ist eben genau das, was Ottmar Hitzfeld hier beschreibt. Ruhig, sachlich. Ja, das hört sich alles ganz gut an. Und Ottmar Hitzfeld sagt auch noch, er wird sicher kein Aktionismus betreiben. Er ist kein Populist, der mit dem Holzhammer kommt und alles auf den Kopf stellen will. Wenn er etwas verändert, dann mit Ruhe und Bedacht. Und auch das ist ja etwas, da haben wir so ein bisschen Bedenken gehabt. Wenn jetzt hier ein Vorstandsvorsitzender kommt, der dann vielleicht dann doch komplett andere Vorstellungen hat von dem, was Thomas Hitzisberger und Sven Mislintat jetzt angefangen haben. Klappt das dann miteinander oder gibt es dann direkt Probleme? Das klingt zumindest danach, dass Bernhard Häusler jemand wäre, der sich erstmal davon überzeugen lassen möchte prinzipiell, was Thomas Hitzisberger und Sven Mislintat vorhaben. Und wenn er da Einwände hat, ist er auch bereit, mit den beiden zusammen den bestmöglichen Weg zu finden. Und das sind alles so ein paar Dinge, die höre ich jetzt von anderen Kandidaten nicht. Aber grundsätzlich klingt es halt schon, wie du gesagt hast, eher so, als ob er eigentlich der perfekte nächste VfB-Präsident wäre. Ja, aber ich nehme ihn auch, glaube ich, gerne als Vorstandsvorsitzender. Ja, zu Not auch, gar keine Frage. Ja, also es ist echt schwierig, jetzt da natürlich detaillierter drauf einzugehen, weil wir gar nicht wissen, ob das nur ein gerüchteter Name ist, der noch nie angesprochen wurde vom VfB oder ob hier wirklich was dran ist. Aber von allen Namen, die ich bis jetzt gehört habe, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, ist Bernhard Häusler der absolute Top-Favorit auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden der VfB AG. Genau, und es scheint so, als ob es nicht der aller schlechteste Kandidat wäre für den Posten. So sieht es aus. So, Vereinspolitik abgearbeitet als Themenpunkt 1. Haken dran. Ja, das ist fast wie zu Dietrichs Zeiten hier bei uns, aber dabei sind, denke ich mal, die Themen jetzt aktuell etwas erfreulicher. Und wir kommen zum nächsten erfreulichen Thema, nämlich dem Auswärtssieg gegen Jan Regensburg. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat umschrieb das Spiel folgendermaßen, im Grunde war das das Schwächste von unseren drei Auswärtsspielen, aber wir haben eben zum ersten Mal gewonnen. Spielerisch sind wir unserem Anspruch nicht ganz gerecht geworden, vorne fehlt uns einfach die Effektivität. Sebastian, unterstreichst du das, was Sven Mislintat hier gesagt hat? Ich weiß gar nicht, ob ich unterstreichen möchte, dass es das Schlechteste der drei Spiele war, aber ich finde es halt total bemerkenswert, dass es einen VfB-Verantwortlichen in leitender Position gibt, der sich nach einem Auswärtssieg, nach dem ersten Auswärtssieg in der Saison hinstellt und sagt, es war nicht wirklich gut. Und das ist halt echt so ein Paradigmenwechsel, weil das hätte es in den Jahren zuvor nie gegeben einfach. Da hätte man knappe Auswärtsniederlagen schön geredet, Remis sowieso und einen Auswärtssieg hätte man gefeiert, auch wenn er noch so unverdient gewesen wäre. Und alleine, dass sich halt Tim Walter und auch dann Sven Mislintat nach dem ersten Auswärtssieg in der Saison hinstellen und sagen, Ja, der Sieg war wichtig, aber das war jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das finde ich total klasse. Ich erinnere dich nochmal an das Interview von Sven Mislintat nach dem Aue-Spiel, als er davon gesprochen hat, dass man, glaube ich, überragend gespielt hätte. Wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen, die Aussage. Ja, dann muss man sich fragen, sind wir gemeinen Fans einfach zu sehr ergebnisgetrieben? Weil ich muss sagen, ich fand das Spiel in Regensburg schon ein Stück weit besser als das Spiel in Aue. Also jetzt scheint das Sven Mislintat komplett anders zu sehen. Vielleicht bin ich da auch nicht Fachmann genug oder habe halt wirklich so die Fanbrille auf. Aber ich fand jetzt nicht, dass das Spiel in Regensburg der schlechteste Auftritt auswärts in der Saison war. In Gänze sicher nicht. Das werden wir jetzt noch ein bisschen detaillierter besprechen. Kurz noch ein paar Daten, die vielleicht auch immer ganz interessant sind. 70 Prozent Ballbesitz, 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe. 25 Mal schoss der VfB in Richtung Tor, sieben Mal davon auf das Tor. Jan Regensburg hat auch 25 Schüsse aufs Tor abgegeben, fünf davon gingen direkt aufs Tor. Das streut aber ganz schön dann. Boah, also ich meine 15 Schüsse in Richtung Tor, das hätte ich jetzt nicht erraten, wenn du mich gefragt hättest, wie oft Regensburg in diese Richtung geballert hat. Also das hat mich auch überrascht. Was ich auch mal ganz interessant finde, von wo gab der VfB seine Schüsse ab? 13 Mal von innerhalb des Strafraums, 12 Mal außerhalb. Also auch sehr schön aufgeteilt. Man arbeitet sich sozusagen in die Gefahrenzone vor, ist aber dann auch etwas abschlussfreudiger, wenn es dann darum geht, mal außerhalb des Strafraums abzuziehen. Das war ja auch etwas, was wir zuletzt bemängelt haben. Ich glaube, gerade nach dem Aue-Spiel haben wir ein paar Mal gesagt, Mensch, dann zieh halt auch mal ab und leg den Ball nicht 200 Mal quer. Wir sind ja nicht beim Handball, sondern eigentlich möchte man jetzt ja mal zum Torerfolg kommen oder zumindest einen Abschluss schaffen. So, dann muss man natürlich noch erwähnen, dass Santiago Azcacima nicht im Kader stand. Was daran lag, oder sagen wir mal so, es hat zwei Gründe. Zum einen ist er weiterhin suspendiert aufgrund seines Versuches, sich freizupressen. Da werden wir nachher noch detaillierter drauf zu sprechen kommen. Zum anderen kam er erst Donnerstagabend von der argentinischen U23 zurück nach Stuttgart. Aber ja, ich glaube auch ein Coutinho kam erst am Donnerstagabend zurück von der Länderspielreise der Brasianer. Und hat dann trotzdem am Samstagabend in Leipzig spielen können. Also, ich weiß nicht, ob der Grund dann wirklich so ausschlaggebend war. Wie gesagt, sprechen wir nachher noch drüber. Gomez und Sosa fielen beide aus. Und es gab dann in der Aufstellung dann doch eine kleinere Überraschung. Und zwar Philipp Förster durfte auf der rechten Seite für Gonzalo Castro starten. Und die Sechserposition wurde von Orel Mangala eingenommen. Atakan Karasor musste auf der Bank Platz nehmen. Das waren dann doch zwei kleinere Überraschungen. Ja, und insgesamt würde ich sagen, sah das, da gebe ich dir absolut recht, über weite Strecken ganz gut aus. Ja, aus meiner Sicht hat man deutlich mehr Möglichkeiten im Mittelfeld mit Förster, Clement und Mangala. Castro ist zwar passsicherer, würde ich jetzt fast schon sagen, als Förster vorbei, der, glaube ich, eine super Passquote hatte nach dem Spiel 90 Prozent oder so. Also viel besser ist der Castro da auch nicht. Aber ich würde jetzt Gonzalo Castro schon zusprechen wollen, dass er rein technisch und wie gesagt, was die Ballsicherheit angeht, ein herausragender Spieler ist. Dafür ist er zu langsam, meiner Meinung nach. Mit Mangala hast du den wahrscheinlich pressing-resistentesten Spieler der zweiten Liga in deinen Reihen. Ist für mich sowieso klar, dass der spielen muss. Und dann natürlich auch auf der Sechs ist besser in der Spieleröffnung im Vergleich zu Karasor. Also das macht so viel mehr Sinn, mit Mangala zu spielen. Und bei Förster und Castro ist es vermutlich gegnerabhängig, wen du jetzt dann bringst. Was war so deine Einschätzung vom Mittelfeld, vom umgestellten Mittelfeld des VfB? Wie hat es dir gefallen? Mir hat es total gut gefallen, aber ich war, so wie alle, vermutlich dann eine Stunde vor Anpfiff erst mal total überrascht, als ich die Aufstellung sah und dann gesehen habe, dass Karasor draußen ist, weil ich bin der Meinung, das ist auch so eine Lernkurve, die Tim Walter jetzt nimmt, dass halt Atakan Karasor für ihn in Kiel und auch gefühlt ein total wichtiger oder der wichtigste Spieler war und er jetzt halt ein paar Spiele gebraucht hat, um festzustellen, ja, der ist gut, aber er funktioniert halt jetzt beim VfB noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich habe echt gehofft, dass er diese Erkenntnis relativ bald hat, weil aus dem berüchtigten, schwierigen Umfeld die Stimmen ja immer lauter wurden, dass man da vielleicht mal wechseln könnte. Vor allen Dingen, wenn man halt jemanden wie Orel Mangala auf der Bank hat, der ja in der letzten Saison, in der letzten zweitiger Saison bei Hamburg bewiesen hat, dass er, wie du sagst, total pressing-resistent ist, dass er gute Bälle spielt, dass er, ja, die Ruhe wecker, dass er einfach ein richtig guter Sechser ist und das hat mich überrascht und total gefreut, dass Tim Walter sagt, hey, ich bring jetzt nicht Karasor bis zum bitteren Ende, sondern ich mach jetzt mal den Paradigmenwechsel und nehm ihn raus und bring Mangala und dass Philipp Förster halt sofort spielt, weil das war, korrigiere mich, aber das war jetzt quasi das erste Spiel, in dem er hätte überhaupt auflaufen können und er kommt halt gleich von Anfang an und er nimmt dafür halt dann Gonzalo Castro raus. Ist halt auch so für einen Trainer, glaube ich, keine einfache Entscheidung, weil du hast so Gonzalo Castro, total arrivierter Bundesligaspieler, Champions-League erfahren und dann sagst du halt irgendwie, hey, du bist draußen und ich bringe lieber den Philipp Förster, denn der hat bei Sandhausen ganz gut gespielt. Also stelle ich mir halt irgendwie argumentativ auch nicht so ganz einfach vor, aber ja, so im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht, weil beide haben richtig, richtig gut gespielt. Für mich ist Castro halt absolut kein Pusher, keiner der Mannschaft das nötige Extra mitgibt und das ist Philipp Förster für mich schon. Unheimlich robuster Spieler, der sich dann auch mal Dinge zutraut, ja, also das fehlt mir total bei Castro, wie gesagt, technisch grandios, spielt super Pässe, kann mit Sicherheit auch ganz toll mal ein Spiel verschleppen, aber was ich Gonzalo Castro immer wieder vorgehalten habe und auch wahrscheinlich weiterhin vorhalten werde, ist das Problem, dass er nie ein Spiel so lenken kann oder so Einfluss drauf nehmen kann, dass er es zum Positiven gestalten kann. Sprich, wenn es mal nicht läuft, wird definitiv nicht von Gonzalo Castro der entscheidende Impuls ausgehen, damit es besser wird. Und auf der anderen Seite, wenn es eben besonders gut läuft, wird er wahrscheinlich auch nicht der Spieler sein, der von allen anderen dann nochmal extra heraussticht. Ja, also er schwimmt sozusagen im Misserfolg und im Erfolg mit, gleicht sich dem an, ist so praktisch die Konstante, sowohl im Negativen wie auch im Positiven dann, also so im Durchschnitt der Mannschaft. Und da ist Förster schon ein komplett anderer Kandidat und das hat er natürlich auch schon ein bisschen beim Drei-Ligen-Cup anklingen lassen, weil er einer der wenigen Spieler war, die da wirklich mit vollem Engagement reingegangen sind in die 45 Minuten und das hat man einfach gespürt. Und jetzt gegen Regensburg hast du das auch gemerkt. Da war eine ganz andere Körpersprache auf einmal da, fand ich jetzt von diesem Spieler, der 11,14 Kilometer, also 11 Kilometer zurückgelegt hat. 91 Prozent war die Passquote, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 50 Prozent gewonnene Zweikämpfe im Vergleich dazu Gonzalo Castro, der ein paar Minuten auf dem Platz dann auch noch sein Glück probieren durfte oder etwas versuchen konnte. 25 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 27 Prozent Passquote. Und Castro hast du ja eigentlich eingewechselt, um mehr Sicherheit reinzubringen in dein Spiel. Über die Wechsel können wir später nochmal reden, die ich und viele andere auch nicht so ganz optimal fanden. Aber ja, natürlich, und das ist ja auch so eine Frage der ganzen Transferphilosophie. Und natürlich hängt sich meiner Meinung nach ein Spieler, der von Sandhausen kommt, der von Kiel kommt, der von Regensburg kommt, natürlich mehr rein, wenn er dann beim VfB spielt, sei es zu Hause vor knapp 60.000 oder sei es auswärts, als ein Spieler, der halt schon in der Champions League gespielt hat und jetzt auf einmal in so einer Schuhschachtel in Regensburg spielen muss. Und das kann man denen ja auch gar nicht vorwerfen. Doch, 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 das kann man denen vorwerfen. Ja, natürlich kriegen sie nur Geld, um zu sagen, hey, ihr müsst immer 100 Prozent geben. Da geht es für mich nicht ums Geld. Mir geht es darum, dass du als Sportler den Anspruch haben musst, immer das Maximum rauszuholen. Und wenn ich nicht genügend motiviert bin gegen Regensburg, dann bin ich sehr wahrscheinlich gerade am falschen Ort zur falschen Zeit. Genau, ich glaube, ein sehr, sehr schönes Positivbeispiel ist halt Holger Badstuber. Der sagt dann vielleicht vor der Saison, hey, ich würde gerne Champions League spielen und wenn ich irgendwie wechseln kann, dann mache ich das. Und dann findet sich halt niemand. Und dann ist er jetzt auf einmal Stamm-Innenverteidiger von HfB und verteidigt in Aue und verteidigt halt in Regensburg. Und der haut sich halt komplett rein einfach. Und das hat man ja schon, finde ich so, für mich war so der Augenöffner, das Relegationsspiel in Berlin gegen Union, wo er da halt mit blutigem Kopf und so weiter weiterspielt. Und man merkt, hey, also, wenn du den Typen halt reinwirfst, der hat vielleicht irgendwie keinen Bock, 2. Liga zu spielen. Aber wenn du ihn in ein 2. Liga-Spiel reinwirfst, dann gibt er halt alles, was er hat. Und ich glaube, Holger Badstuber wird auch in einem 3. Liga-Spiel alles geben, was er hat einfach, weil das so seine Mentalität ist. Und ja, das ist halt von den persönlichen Qualitäten oder spielerischen Qualitäten abgesehen echt auch so eine Mentalitätsfrage dann. Ich würde mal behaupten, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn Gonzalo Castro einen neuen Arbeitgeber gefunden hätte, glaube ich nicht, dass der VfB Stuttgart gesagt hätte, du gehst auf keinen Fall. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also dafür ist er einfach nicht der Unterschiedsspieler schlechthin. Das ist ein toller Fußballer. Das möchte ich ihm auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Und er hat auch zu Beginn der Saison mit Sicherheit einige gute Szenen, gute Spiele gemacht. Aber ja, es war für mich jetzt nie klar zu erkennen, dass das jetzt ein Erstliga-Spieler wäre oder sogar noch mehr. Also das war für mich halt immer irgendein Spieler, der halt auch auf dem Platz steht und versucht, möglichst gute Leistungen zu bringen und durch seine technischen Fähigkeiten, durch seine individuelle Klasse natürlich dann hier und da mal auffällt, aber insgesamt für seine Ansprüche zu wenig. Genau, ich glaube, grundsätzlich waren wir irgendwie auch relativ überrascht, dass Gonzalo Castro unter Tim Walter zu Beginn der Zweitligasaison irgendwie seinen Stammplatz hatte, weil wir ja auch dachten, er ist halt einer von den Spielern, die dann vielleicht im Walter-Ball eher nicht auf dem Platz stehen. Und er hat dann gespielt und ich finde, er hat es auch gut gemacht. Jetzt hat man gesehen, es gibt dann vielleicht auch Spieler, die es halt noch besser machen. Ja, und das Leistungsprinzip natürlich dann hat absoluten Vorrang. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Absolut. Wir gehen da, kann ich nochmal vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler detailliert drauf ein, was er so in das Spiel mit eingebracht hat oder eben nicht. Aber ich möchte noch kurz was zum Mittelfeld erzählen, weil ich das für mich jetzt hier als wichtigsten Baustein, zumindest im Spiel gegen Regensburg, ausgemacht habe. Denn was mir taktisch aufgefallen ist, und ich glaube, das hat Walter auch in den letzten Spielen immer wieder so geübt, seitdem Silas, wenn man Tituka hier beim VfB Stuttgart spielt, ist, dass man im Mittelfeld immer so eine Überzahl versucht zu erschaffen. Also das fällt dir halt auf, in dem Moment, wo der VfB im Ballbesitz ist, rückt Kempf diese Position vor. Hinten wird aus der Viererkette eine Dreierkette und du hast fünf Mittelfeldspieler, hast so Überzahl im Mittelfeld. Und gleiches gilt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, dann lässt sich Silas fallen ins Mittelfeld und du hast wieder eine Überzahl im Mittelfeld. So hast du eigentlich wirklich immer die Hoheit sozusagen im Zentrum. Und der Gegner muss zwangsweise entweder mit Risikobellen, also Pässen spielen, die natürlich dann vielleicht auch abgefangen werden können. Es ist relativ schwer, natürlich eine Fünferkette und dann eine abfangbereite Dreierkette zu durchspielen. Geht auch, haben wir auch gesehen, aber es sollte zumindest schwer sein. Und du musst dann oft mit hohen Bällen gegen uns agieren. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das habe ich mehrfach jetzt mir angeschaut, dass die Abläufe da immer besser greifen. Also dass das, je nach Spielsituation, jeder Spieler versteht, was jetzt die Aufgabe ist. Das gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, zum Erfolg oder ein Unterschied, so möchte ich es sagen, im Vergleich zu dem Aue-Spiel. Das hat man schon gegen Bochum festgestellt, dass man dann vielleicht ein bisschen weniger passt, dafür kompakter im Zentrum agiert und zielstrebiger nach vorne spielen kann. Weil du ja immer dieses Überzahlspiel im Mittelfeld hast und nicht nochmal gucken musst, Mensch, wo habe ich jetzt eine Einspielstation? Sondern du kannst gezielter nach vorne spielen. Das funktioniert ganz gut. Und der Übergang vom Mittelfeld zum Sturm, der ist ja fast schon fließend inzwischen. Auch da glaube ich, dass Walter jetzt endlich alle Optionen mit einem fitten Gonzalez und natürlich auch mit dem Neuzugang Silas ausschöpfen kann. Du siehst, Gonzalez lässt sich manchmal fallen. Damit gehen dann wieder Räume auf. Da können dann die da wie Klement oder jetzt Förster reinstoßen. Und bei Castro ist das dann zum Beispiel auch wieder ein bisschen anders. Förster versucht viel mehr, diese Räume zu nutzen, die sich dann bieten, wenn sich ein Gonzalez fallen lässt. Weil bei Jan Regensburg ist mir dann auch aufgefallen, dass dann manchmal der Abwehrspieler auch noch mit Gonzalez mitläuft, wenn der sich fallen lässt. Und dann hast du hinten eine Dreierkette, die im Endeffekt gegen Davi, Klement, Förster und Silas verteidigen muss. Ja, also da kann man schon wirklich sehen, wie der VfB sich immer näher an das heranspielt, was Walter vielleicht auch von seiner Mannschaft sehen möchte. Und es hat mir im Großen und Ganzen auch ganz gut gefallen gegen Regensburg, um jetzt mal hier die positiven Dinge erstmal vorneweg zu stellen. Also das war wirklich ganz gut. Und diese Entwicklung gefällt mir auch ganz gut. Man muss auch noch dazu sagen, Regensburg hat dem VfB schon auch viel Platz gelassen, hat viele Räume angeboten, die der VfB dann auch mehr oder weniger gut ausgenutzt hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, und da kommen wir zum nächsten Spieler, den ich hier mal detaillierter besprechen möchte. Jan Regensburg hat versucht, das Spiel, das Aufbauspiel des VfB, auf die linke Seite zu drängen. Also man hat es ganz einfach gemacht. Man hat den Sua blank gelassen. Also er durfte im Endeffekt machen, was er will. War komplett ungedeckt. Und wenn das Spiel dann auf der rechten Seite des VfB aufgebaut wurde, gerade über Förster, dann gingen zeitweise sogar drei Mann auf Förster drauf. Sodass der VfB dann oft dazu gezwungen werden sollte, über links aufzubauen. Hat man Gott sei Dank nicht zu häufig gemacht. Es war doch relativ ausgeglichen, rechts und links. Aber das scheint ein Mittel zu sein, das ja auch Bochum schon angewandt hat. Sprich, gib dem Schlechtesten auf dem Platz den Ball und wir holen uns den von in Sua dann zurück. Ist dir zum einen das auch aufgefallen? Und ja, wie fandest du insgesamt in Sua als Linksverteidiger jetzt in Regensburg? Ja, nachdem wir jetzt halt schon relativ häufig Sosa in Bestform oder in guter Form auf links gesehen haben, muss man halt leider schon sagen, dass sie mir ja nur in Sua dann halt schon so ein bisschen abfällt. Und ich finde erst für mich so, die Blaupause für das, was vielleicht mit verdienten Spielern vom VfB passiert wäre, wenn sie geblieben wären. Also Stichwort Gentner, Stichwort Aogo, Stichwort Beck, Stichwort auch Zieler. Und ja, man sieht es jetzt so ein bisschen halt, dass das halt dann vielleicht für den Walter Ball einfach nicht reicht. Man muss jetzt natürlich auch sagen, dass, so leid es mir tut, aber man muss es sagen, dass Sosa natürlich auch gar kein schlechter Einkauf von Michael Reschke war, aber der Typ hat es halt echt drauf. Und man sieht halt auch, dass dann, ich weiß nicht, ist in Sua zu alt, zu langsam oder, aber da gibt es halt wirklich einen Qualitätsabfall. Und natürlich ist es dann von Regensburg auch völlig legitim, zu sagen, hey, lass die Stuttgarter über links aufbauen, weil da gibt es halt irgendwelche Halbfeldflanken auf kleine Stürmer, die wir halt verteidigen können, während über die Zentrale, über rechts halt dann mehr Gefahr entsteht. Und ja, und das haben ja viele gesagt und ich habe es auch so gesehen, entweder hat Ensua einen relativ schlechten Tag gehabt oder es ist halt auch schon so ein bisschen ein Fingerzeig, dass er sicherlich nicht Linksverteidiger Nummer eins in dieser Saison ist. Also mir sind mehrere Probleme bei Ensua aufgefallen. Zum einen, finde ich, spielt er den Linksverteidiger viel zu statisch im System weiter. Also siehst du ja, wie Sosa das interpretiert, wie auf der anderen Seite Stenzel das Ganze angeht. Und da unterscheidet sich Ensua schon deutlich von seiner Spielweise. Es gab mal eine Situation, da war ich mir nicht sicher, ob jetzt gerade ein Flitzer auf dem Platz unterwegs ist oder ob es ein Mitspieler ist von den anderen zehn Stuttgartern. Aber es war tatsächlich Ensua, der wirklich stur an der linken Seite geklebt ist und ja auch nicht darauf reagiert hat, dass sich Stenzel mit nach vorne eingeschaltet hat. Nee, es war sogar Kempf, genau. Badstuber rückte dann etwas ein, zentraler. Stenzel rückte auch noch ein Stück von der rechten Seite nach links, um das Ganze etwas kompakter zu gestalten. Und Ensua hat schnurstracks weiter seinen Linksverteidiger gespielt. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Das muss er mittlerweile dann auch drauf haben. Und dann kommt noch was dazu. Ich fand, Ensua war nie der Schnellste. Aber er hat das zu Beginn oder auch über weite Strecken seiner VfB-Karriere durch gutes Stellungsspiel weggemacht. Und gerade beim 3 zu 2 konntest du dann sehen, dass es daran auch ein Stück weit hapert. Und nicht nur bei diesem 3 zu 2. Insgesamt hat er zum einen das Stellungsspiel, das sichtbar schlechter wird von Monat zu Monat, möchte ich fast schon sagen. Aber mindestens von Jahr zu Jahr. Und dann hat er auch noch, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber das muss ich auch noch kurz erwähnen. Er hat immer eine ganz merkwürdige Körperhaltung, wenn der Gegner in seine Richtung schießt. Ist dir das mal aufgefallen? Ensua ist einer der wenigen Spieler, die im Jahr 2019 es noch nicht verstanden haben, die Hände einfach hinter den Rücken zu verschränken. Sondern er nimmt die immer so zur Seite oder nach oben. Ich erinnere da, war das das Spiel gegen Hoffenheim, als er mal die Hände ganz nach oben gerissen hat. Ich wollte sagen, so einen Handelfmeter gab es da deswegen auch schon mal, oder? Richtig. Und gegen Regensbock hat er das wieder getan. In der vierten Minute, da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass der Ball eher so in den Brustbereich ging. Sonst wäre das auch wieder so eine elfmeterwürdige Situation gewesen. Das hat eigentlich gar keiner groß besprochen. Also der Kommentator hat das gar nicht aufgegriffen, war es geil. Aber man konnte es sehr gut sehen. Ich musste mehrfach hin und her spulen, bis ich es dann erkannt habe. Aber er streckt dann die Arme so merkwürdig raus und dreht sich nach innen Richtung Tor weg. Also das ist auch so eine komische Körperhaltung. Insgesamt wirkt er halt einfach auf mich wie so einen Spieler, der perfekt nach, jetzt sage ich was, dafür werden sie mich in Hannover steinigen, nach Hannover passen würde, aber überhaupt nicht mehr ins System Walter passt. Überhaupt nicht. Das ist, ja, ich wünsche mir einfach eine schnelle Genesung von Sosa. Tut mir leid, aber Insua sehe ich überhaupt nicht in Walters System auf der Linksverteidiger-Position. Gar nicht. Nee, aber um jetzt mal kurz eine Lanze für Emiliano Insua zu brechen, nicht irgendwie persönlich, ohne ihn zu kennen, irgendwie relativ mag. Der kam halt mit Alex Zorniger. Und er hat auch in Stuttgart schon einiges mitgemacht. Er hat unter fast jedem Trainer gespielt. Und dass er dann länger braucht, um ins System Walter zu passen oder es halt gar nicht schafft, ins System Walter zu passen oder dann schwieriger hat er zum Beispiel in Sosa, finde ich natürlich auch dann ganz natürlich. Und er hat auch ein gewisses Alter. Also ich denke auch, Borna Sosa sollte unser Stamm-Linksverteidiger zu sein. Aber trotzdem, ja, finde ich es halt, finde ich ihn zu immer noch eine gute Alternative. Und er hat ja irgendwie lange Zeit auch wirklich gut für den VfB gespielt. Und er hat da wirklich auch einiges irgendwie mitgemacht. Aber ja, wie gesagt, man sieht halt gerade im Spiel gegen Regensburg, dass er halt einfach gegenüber den anderen halt deutlich abfällt. Gar keine Frage. Und wir sprechen hier von zweiter Liga. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, absolut, absolut. Ja, ja. Von jemandem, der vier Länderspiele für Argentinien hat. Ja, und ich glaube, das letzte ist noch nicht mal so. Das letzte ist halt schon acht Jahre her. Aber immerhin, ja. Der war doch, okay, da hat er keins gedacht. Doch, wurde da nicht eingewechselt sogar? Ich habe gerade nur Wikipedia auf. Und da steht Argentinien, vier Länderspiele 2009 bis 2011. Ja, er war nochmal nominiert, als wir aufgestiegen sind. Also unter Hannes Wolf wurde ja auch nochmal nominiert zumindest. Ich weiß nicht, ob er da gespielt hat. Aber gut, es ist zu wenig. Und ich sage dir auch, wenn der Grötzlinger... Genau, er spielt halt nicht gegen die besten Außenverteidiger der Bundesliga, sondern es ist halt Regensburg einfach. Und da müsste es halt immer noch reichen. Vielleicht dauert es halt einfach noch ein bisschen bei ihm, bis er halt irgendwie dann das System Walter verinnerlicht hat. Aber ja, man hat am Samstag deutlich gesehen, dass das nicht reicht, um einen Stammplatz sich zu erkämpfen. So sieht es aus. Und was ich noch sagen wollte, hätte sich David Grötzinger nicht verletzt, wäre er für mich, zumindest was die Eindrücke aus der Vorbereitung wiedergegeben haben, auch eine gute Alternative gewesen. Ja, absolut, ja. Also ich fand seine Vorbereitungsspiele wirklich gut. Und ja, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so viel schlechter gemacht hätte als in Suha. Und da bin ich natürlich immer dafür, dass man dann eher den jungen Spieler die Möglichkeit gibt als den älteren Spieler. Aber ja, du kannst natürlich auch absolut recht haben, dass wir vielleicht in einem halben Jahr hier sitzen und sagen, Gott sei Dank hat er in Suha die Zeit bekommen, die er gebraucht hat. Denn jetzt legt er pro Spieltag irgendwie zwei Kisten auf oder so. Klar, nachdem Borna Sosa in der Winterpause für 25 Millionen zu Arsenal gewechselt ist, das weißt du ja nicht. Und muss man schon sagen, so reich strukturell sind die Außenverteidigerpositionen dann schon noch irgendwie ein Problem. Weil auf rechts hast du außer Stenzel halt gerade überhaupt gar niemanden und links hast du halt zwei. Also das ist halt schon so ein bisschen heikel. Absolut. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir spielen insgesamt weniger Pässe als noch in den ersten Spielen. Hier heute diesmal 532, also deutlich weniger als noch gegenseitig. Geht mal 800 oder so, ne? Ja, und knapp an der 900, genau. Die Passquote wird auch etwas schlechter. Wir sind da jetzt bei 85 Prozent. Eigentlich ist das mal angepeilt gewesen, 90 Prozent zu schaffen oder sogar mehr, was natürlich krass ist. Aber natürlich, wenn du den Ball die ganze Zeit nach rechts und links schiebst, auch möglich erscheint. Jetzt geht man mehr Risiko, spielt weniger Pässe, versucht die Flanken deutlich besser einzusetzen als noch in den ersten Spielen. Da habe ich das ja auch ein paar Mal kritisiert. In dem Spiel haben wir nur 14 Mal geflankt, also in Anführungsstrichen nur. Und 28,6 Prozent der Flanken kamen an. Da waren wir auch schon mal deutlich unter 20 Prozent. Also auch da wird es etwas besser. Nur mal zum Vergleich, Jan Regensburg 21 Flanken, aber immerhin 33,3 Prozent der Flanken kamen an. Ja gut, ich meine, wenn jeder aus der Flanke ankommt, ist das schon mal ein Argument. Also das ist nicht so schlecht. Ja, das spreche ich nicht ohne Grund an, weil da muss man sich natürlich auch fragen, wie verteidigen wir denn eigentlich gegnerische Flanken? Also wir sprechen immer davon, dass ein Kempf und ein Badstuber natürlich kopfballstark sind, eine gewisse Klasse mitbringen. Aber wenn Jan Regensburg 21 Flanken schlägt und davon ein Drittel ankommt, jeder Dritte praktisch, das ist schon ein bisschen viel. Also das dürfte ruhig weniger sein, denn das ist natürlich das Mittel, das die Gegner häufig wählen werden. Lange Bälle, Flanken und umso häufiger man da die Flanken abfängt und nicht zulässt, umso eher nimmt man natürlich dem Gegner auch die Hoffnung und den Spaß, vielleicht über diese Mittel zum Erfolg zu kommen. Also hier muss man entweder den Gegner konsequenter stören, auch das ist vielleicht nochmal ein Fingerzeichen in Richtung Insur, auch Stenzel, der sich natürlich, wenn er sich nach vorne einschaltet, oft das Problem hat, wenn er dann nach hinten eilt, nicht mehr ganz die Körner zu haben, um in dem entscheidenden Zweikampf dann wirklich konsequent klären zu können. Das ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, ohne dass es groß Folgen gehabt hat. Aber ja, auch hier muss man in der Defensive dafür sorgen, dass man ja einfach viel konsequenter dann ja Chancen zunichte macht oder nicht entstehen lässt. Das ist mir auch in diesem Spiel aufgefallen und hat dafür gesorgt, dass wir unnötig lange und dann natürlich auch eine hitzige Schlussphase noch überstehen mussten. Was dem VfB natürlich auch zu Passe kam, war, dass Regensburg die Kontermöglichkeiten relativ schlecht ausgespielt hat. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt auch Glück, dass der Gegner dann und wann nicht so richtig wusste, was er jetzt mit seinen Freiheiten anfangen sollte. Ich erinnere da an die 19. Minute, als Kempf zum Beispiel einen gefährlichen Schuss von Grüttner abgeblockt hat. Es gab ja noch weitere Chancen, die Regensburg nicht genutzt hat, beziehungsweise hier und da hat der letzte Pass gefehlt. Aber ja, wir wollen natürlich auch über die Erfolgserlebnisse sprechen, hauptsächlich für den VfB. Es wurden ja auch Tore erzielt, sonst hätten wir ja nicht 3-2 gewinnen können. So, mein Fachwissen ist hiermit erschöpft. Und los ging es in der 23. Minute mit Nico Gonzalez, der zugegebenermaßen enorm schlecht von Jan Regensburg verteidigt wurde in dem Moment. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch erinnern, wenn nicht, dann erkläre ich es nochmal ganz kurz. Clemens schlägt eine Ecke auf Stenzel, der so am Rand des Sechzehners in Thomas Hitzesberger Manier in freudiger Erwartung war, mit links abschließt. Das war das nicht zum ersten Mal. Ich habe es, glaube ich, ich weiß gar nicht, war es gegen Bochum oder so. Also das scheint, darf man das gar nicht verraten oder hören auch irgendwie Gegner mit, aber mittlerweile zum Repertoire zu gehören, dass man die Ecken halt nicht nur kurz spielt, sondern dann auch teilweise auch auf die 16er-Grenze oder auf 20 Meter vorm Tor dann schlägt, in der Hoffnung, dass irgendjemand Volley abnehmen kann und wirklich Thomas Hitzesberger Gedächtnisvolley-Schuss oder halt irgendwie nochmal für Unruhe sorgt. Dass Standards eine wichtige Rolle unter Walter und Wimmer spielen werden, war von vornherein klar. Wimmer kommen von Augsburg, die haben die meisten Standard-Tore in der ersten Bundesliga erzielt. Kiel, glaube ich, die zweitmeisten der zweiten Bundesliga, da haben sich also zwei gesucht und gefunden. Und es ist halt auch gerade in dieser zweiten Liga ein so gutes Mittel, um enge Spiele für dich zu entscheiden. Und genau das hat man ja nicht nur jetzt hier gegen Regensburg gesehen, sondern da gab es ja auch schon genügend andere Standardsituationen, die der VfB gewinnbringend für sich genutzt hat. Genau, absolut. Aber wenn man sich zurückerinnert an das erste Spiel gegen Hannover, ich glaube, da wurden alle Ecken kurz gespielt. Wirklich alle Ecken. Und im zweiten Spiel, glaube ich, auch noch. Und dann gab es halt irgendwie dann mal lange Ecken und Eckballvarianten, wie im Pokal gegen Rostock. Also Ecke kurz gespielt, dann Flankereien, dann Tor. Und jetzt spielt man dann seit zwei Spielen dann auch Flanken auf die 16er-Grenze. Und das finde ich super. Also es scheint ja wirklich eine Lernkurve zu geben, dass man sagt, hey, nee, wir spielen die Ecken nicht nur kurz, sondern wenn wir halt irgendwie ein Al-Ghadoui drin haben, dann gibt es die Ecken auch mal lang. Oder wenn wir halt irgendwelche abschlussstarken Spieler im Rückraum haben, dann schlagen wir die Dinger mal auf die 16er-Grenze, dass jemand Volley abnehmen kann oder annimmt und dann abzieht. Das finde ich gut. Also das System Walter scheint nicht in Stein gemeißelt zu sein, sondern scheint sich flexibel und dynamisch zu entwickeln. Und man scheint zu sehen, hey, das klappt nicht. Wir müssen es anders machen. Wir versuchen, hey, das klappt. Wir machen das weiterhin so. Sei es bei der Aufstellung oder sei es auch dann bei Eckballvarianten, die jetzt halt wie gesagt nicht nur kurz gespielt werden, sondern halt immer öfter auch reinsegeln und immer öfter halt dann auch wirklich auf die 16er-Grenze geschlagen werden. Also im Großen und Ganzen gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, dass sich vielleicht auch der Gegner natürlich sich das anschaut. Was macht der VfB? Spielen sie die Ecken meistens kurz? Reagiert man darauf? Sprich, es gehen vielleicht sogar zwei Spieler aus dem Strafraum raus und sichern dann nicht den Rückraum ab. Und dann entstehen halt so Situationen, dass Stenzel eben 25 Meter vorm Tor völlig frei steht und Klement dann die Möglichkeit hat, die Ecke auf ihn zu spielen. Also was ich damit sagen will, ist, dass sich gegen Hannover vielleicht solche Möglichkeiten gar nicht gegeben haben oder ergeben haben, weil Hannover das Ganze relativ konservativ verteidigt hat. Und mit zunehmenden Bildern, die man vom VfB geliefert bekommt nach Standardsituationen, kann ich mir gut vorstellen, dass der gegnerische Coach auch sagt, hey, wenn da zwei stehen, rück damit hin, weil die spielen die unter Umständen kurz und versuchen dann irgendwie so zum Abschluss zu kommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der VfB einfach dem Gegner es immer wieder schwer macht, genau abschätzen zu können, wie wird jetzt hier eine Standardsituation ausgeführt? Also ich würde das schon als Taktik ansehen und gleichzeitig natürlich auch als Weiterentwicklung, dass man das besser und gezielter einsetzt und dann eher mal zum Abschluss kommt. Genau, das ist so mein, das weiß ich auch so als Unterschied zwischen Zorniger und Walter dann irgendwie festmachen. Also da heißt es jetzt nicht, kurze Standards sind alternativlos und wir spielen die immer so, denn wir sind halt die Geilsten und das kann eh niemand verteidigen, sondern sich macht, hey, wenn wir die Standards immer oder die Ecken immer kurz spielen, dann sind wir irgendwie ausrechenbar. Lass uns mal langschlagen, weil wir haben kopfballstärke Spieler drin oder wir haben keine kopfballstarken Spieler drin, dann lass uns doch mal auf die 16er-Grenze schlagen, denn wir haben da irgendwie schussstarke Spieler drin. Und das ist für mich alles so ein bisschen dynamischer, alles ein bisschen flexibler und man hat ja auch gegen Regensburg gesehen und erfolgreicher dann auch. Absolut, ich schließe das noch kurz ab, die Geschichte, wie dann das Tor gefallen ist, obwohl natürlich die meisten genau wissen, wie das Tor gefallen ist, aber vielleicht gibt es jetzt auch den einen oder anderen, der sich nicht mehr erinnern kann. Also es war dann so, dass der von mir angesprochene Schuss mit links von Stenzel geblockt wird und ja, Nico Gonzalez einfach am schnellsten reagiert und dann ebenfalls mit links abschließt, das Tor trifft und eben den VfB in Führung bringt. Wie gesagt, es war gut gemacht von Gonzalez, dass er da schnell reagiert, aber insgesamt war es halt grauenhaft verteidigt von Jan Regensburg. Zum einen, ja, Rückraum überhaupt nicht abgedeckt. Ich meine, Stenzel ist ja da nicht hingespurtet oder so, sondern er stand da gefühlte 30 Sekunden komplett ungedeckt. Da hätte man sich vielleicht auch schon mal in diese Richtung orientieren können. Und dann musst du halt einfach auch ein bisschen cleverer sein, wenn, ja, oder anders, du musst mit solchen Abprallern rechnen und aufmerksamer sein und dich im schlimmsten Fall dann einfach in den Schuss werfen und nicht einfach zugucken, wie Gonzalez da abschließt. Also da hat sich Jan Regensburg, boah, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber deswegen spielen wir ja auch in der zweiten Liga. So, dann plätscherte, was heißt plätscherte das Spiel dahin, es gab immer mal wieder ein paar Chancen, aber was ich jetzt zu sprechen kommen wollte, waren eigentlich die, ich möchte mal sagen, fatalen, ja, so 26, 30 Minuten. Und zwar von der 50. bis dann eben zum Gegentor-Minute. Was war das? 76. 77. Wann ist das gefallen? Nee, das fiel früher. Anfang der 70. fiel das. Also irgendwie so 70. 71. Genau. Also bis dahin hat der VfB dann genau das gemacht, was ich im Einspieler auch schon euch gezeigt habe, was Tim Walter erkannt hat, nämlich, dass man nur noch mit 80 Prozent da lang hinspielt. Und da musste ich sofort an die Aussage von Tim Walter denken, die er nach dem Drei-Liegen-Cup getätigt hat, nämlich, dass man oft einfach nur spielt, um halt die Zeit irgendwie runterzuspielen und noch nicht mal in Schönheit stirbt, aber es fehlt komplett dieser Zug zum Tor. Konsequent wirklich diese Geilheit, das zweite Tor erzielen zu wollen, das fehlte mir komplett in dieser Phase. Ja, absolut. Und ich glaube, ich weiß nicht, haben wir es hinterher noch in der sagenumwobenen SDR-Mailbox, wo jemand sagt, es gibt zwei VfBs, der eine, der halt vorm 1-0 spielt und dann der, der nach dem Führungstreffer spielt. Und genau so war es ja auch wieder. Und das Tor von Nico Gonzalez zum 1-0 war ja echt kein schönes Tor. Also normalerweise versuchst du das irgendwie noch ein bisschen weiter auszuspielen. Ich fand es halt total schön, dass er halt einfach die Chance dann ergreift und aus 18 Metern einfach irgendwie draufschießt und das Ding halt drin ist. Und du hast halt nach dem Führungstreffer dann das Gefühl, dass der VfB solche Tore nicht mehr erzielen möchte, sondern halt wirklich irgendwelche rausgespielten Treffer. Und das ist halt so das große Defizit, wo man sagt, hey, wir brauchen das 2-0, das 3-0 und dann könnt ihr halt so spielen, aber nicht nach nur einem Tor. Und das ist, glaube ich, ein Defizit, was aber meiner Meinung nach auch die Verantwortlichen erkannt haben, dass man das noch abstellen muss. Ja, da bin ich gespannt, wie man das hinbekommt, dass man diesen, wie nennt man denn das, diese Lethargie ist es ja nicht, sondern dieses inkonsequente Spiel, dass man das irgendwie abstellt, dass man wirklich... Ja, ich glaube, es ist schon noch, man muss es halt sagen, schon noch so ein bisschen ein Stück weit die Überheblichkeit des Erstligisten, dass man sagt, hey, jetzt haben wir mal das Tor geschossen und jetzt machen wir vielleicht noch zwei, drei richtig schöne Tore, aber nee, dann kommt halt der Zweitligist zurück und wirkt dir halt irgendwie einen rein. Und das ist halt irgendwie noch nicht so ganz drin im Kopf. Und man muss halt einfach weiterspielen und halt irgendwie dann das 2-0 erziehen, um halt ein bisschen bessere Position zu haben. Ja, man ruht sich auf dem aus, was man sich davor aufgebaut hat. Und das ist halt dann nicht besonders viel, wenn es nur ein 1-0 ist. Dann kriegst du diesen Elfmeter, den Stenzel verursacht hat gegen Jan Torch. Ja, aber den Stenzel verursacht hat es ja auch schon wieder eigentlich übertrieben, ne? Also den, an dem Stenzel beteiligt ist. Ja, ich meine, es ist halt ein Foul. Er trifft ihn unten am Fuß, ja, der Spieler kommt aus dem Gleichgewicht, das wird halt gefiffen. Ja, also ob man das jetzt wirklich als Foul werten müsste und ob das vielleicht dann so im Mittelfeld irgendwo auch gefiffen werden würde, sei mal dahingestellt, ja. Ich habe ja heute in irgendeiner VfB-Facebook-Gruppe so einen Still gesehen, so einen Screenshot, wo man sieht, dass sich der George fast, glaube ich, selbst in die Hacken tritt. Keine Ahnung, ob das irgendwie Fake News war oder nicht. Aber es war schon ein sehr, sehr dünner Elfmeter auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist mit Sicherheit nicht der klarste Elfmeter gewesen, den ich je gesehen habe auf dem Fußballplatz, da gebe ich dir absolut recht. Aber es ist jetzt auch keiner, wo ich lange rumdiskutieren würde. Es ist kein Skandal, ihn zu geben, ja, keine Frage, nein. Und das Problem ist für mich nicht das 1 zu 1 oder nicht der Elfmeter, sondern das, was davor passiert ist. Ja, also dieser Elfmeter, so unberechtigt er dann letzten Endes vielleicht gewesen sein mag, das lasse ich jetzt mal andere beurteilen. Du kannst einfach nicht so, ja, so scheiße, Entschuldigung, aber ich muss ja einfach so sagen, dann die zweite Halbzeit angehen. Da möchte ich einfach sehen, wie die Mannschaft den Sack zumacht. Und auch hier, du hast ja vorhin schon gesagt, wir gehen ein bisschen auf die Einwechslungen dann ein. 64. Minute kommt Karasor für Klement. Gut, Klement hat jetzt mit Sicherheit nicht sein geilstes Spiel gemacht für den VfB. Der hat eh immer noch so ein paar Auf und Abs. Zwei Torschüsse, 83% Passquote, nur 44% gewonnene Zweikämpfe. Dann kommt eben Karasor rein, aber der hat auch nie so richtig ins Spiel gefunden und war definitiv, ja, keine Bereicherung für den VfB und hat vor allem auch nicht diese Ruhe reingebracht, die er vielleicht hätte reinbringen sollen oder was sich Tim Walter erwünscht hat von ihm. Fete letzten Endes komplett, also zum einen nutzt hier Karasor nicht die Möglichkeit, in den wenigen Minuten, die er bekommt, zu unterstreichen, dass der Trainer nicht auf ihn verzichten kann eigentlich. Also er ist wichtig als Taktgeber, wie wir ja zu Beginn der Saison immer gehört haben und auch gedacht haben, selber so den Eindruck bekommen haben, dass er genau dieser Spieler ist. Das konnte er hier nicht unterstreichen. Und zum anderen haben natürlich seine Mitspieler in den Minuten davor und auch nach seiner Einwechslung einfach viel zu wenig investiert. und dann kriegst du, du hast ja selbst gesagt, dann kriegst du halt so ein Scheiß-Tor gegen den Zweitligisten und stehst plötzlich so gut wie mit leeren Händen da, wenn es doof läuft. Eigentlich musst du als VfB aus der Halbzeit rausgehen und sagen, hey, jetzt haben wir 10 Minuten oder 15 Minuten und dann muss es halt 0 zu 2 stehen. Wir müssen jetzt echt dann, wir müssen pressen und offensiv rangehen und das Ding halt klar machen. Und das war halt nicht der Fall. Man hat halt, und das ist halt echt wie so eine Never-Ending-Story, versucht, diese Führung zu verwalten. Und das hat, solange ich VfB-Fan bin, noch nie funktioniert, eine Führung zu verwalten, noch nie. Also egal, ob jetzt gegen die Bayern oder Sandhausen oder Regensburg, es klappt halt nicht. Du musst halt rausgehen und das blöde zweite Tor machen und dann bist du halt irgendwie safe, vielleicht. Aber ja, so geht es halt nicht, auch in der zweiten Liga nicht. Und da fehlt halt noch so ein bisschen der Punch einfach, den man, jetzt kann man über den HSV sagen, was man möchte, aber dem VfB würde es halt mal gut tun, einfach mal irgendein Spiel, ob zu Hause oder außen, einfach mal 3-0, 4-0, 4-1, wie auch immer zu gewinnen, einfach mal klar zu gewinnen. Und das fehlt halt noch so ein bisschen, du hast immer in jedem Spiel noch so einen Wackler. Das sind natürlich jetzt absolute Luxusprobleme, wenn man auf die Tabelle guckt, aber trotzdem, ja, da darf man das erwarten. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den ich versucht habe, auch irgendwie zu erreichen, nämlich, jetzt kann ich sagen, und genau das ist der Grund, warum Sven Mislintat gesagt hat, das war das schlechteste der drei Auswärtsspiele in der Saison. Denn in allen anderen Auswärtsspielen, also nehmen wir mal das Aue-Spiel, das ja dann auch viele angeführt haben, dass das eigentlich schlechter gewesen sein soll, hast du trotzdem das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft unbedingt ein Tor erzielen möchte. Man hat vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber du hast nie das Gefühl gehabt, die Mannschaft lässt nach. Und gegen Regensburg hast du das ab der, spätestens ab der 50. Minute gespürt, dass die Mannschaft nicht mehr voll drauf geht. Das hast du einfach gespürt. Ja, das war halt der alte VfB-Schlendrian, gar keine Frage. Auch wenn komplett andere Spieler auf dem Platz stehen, bis auf wenige Ausnahmen, war es halt irgendwie so der verdammte alte VfB-Spirit, gar keine Frage. So, und das hast du jetzt in dem Spiel vielleicht noch gebogen bekommen. Aber das geht in der zweiten Liga ruckzuck, zwei, drei und wenn es doof läuft, viermal hintereinander schief. Ja, da kannst du dich nie nochmal aufbäumen. Sondern dann musst du aufmachen und deine eher langsame Abwehr mit dem Holger Badstuber wird nochmal überrannt. Und auf einmal steht es nicht 1-1, sondern plötzlich 2-1 für die Regensburger. Das wäre ja nicht unmöglich gewesen. Also Regensburg hatte ja auch noch nach dem Ausgleichstreffer, vielleicht jetzt nicht Oberwasser, aber war deutlich besser im Spiel als zuvor. Also du hast den Gegner zum einen durch deine Spielweise aufgebaut, dann bekommt sie diesen Elfmeter, sagen wir mal, geschenkt. Und das hat natürlich dann noch sein Übriges dazu beigetragen, dass die Mannschaft vielleicht noch mehr daran geglaubt hat, hier was mitnehmen zu können. Und wie gesagt, dass ich das dann auch mal ganz anders gestalten kann, das muss jedem da auf dem Platz bewusst sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jedem wieder bewusst war. Denn, ja, wie du halt gesagt hast, das war der alte VfB. Das wird schon irgendwie hinhauen. Also wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wenn das Ding 1-1 ausgegangen wäre, hätten wir danach wahrscheinlich wieder gesagt, ja, man muss ja seine Chancen besser nutzen und der Elfmeter war unberechtigt, dann sind wir sofort wieder in so einer Geschichte drin, wo man versucht, eigene, also jetzt meine ich vielleicht den ein oder anderen Spieler, nicht so sehr Trainer oder Sven Mislintat, aber man versucht sofort wieder so eigene Versäumnisse anderen Leuten, in dem Fall dann vielleicht einen Schiedsrichter in die Schuhe zu schieben. Das war nämlich auch nach dem Aue-Spiel ja letzten Endes so. Ja, also mag ja sein, dass der Schiedsrichter klar auf das Spiel eingewirkt hat, indem er den Elfmeter nicht gegeben hat, indem er Buona Sosa vom Platz gestellt hat. Alles richtig, aber insgesamt war der VfB vorm Tor einfach zu inkonsequent. Und das wurde gegen Aue nicht zwangsläufig dann bestraft, weil man hatte immer noch diesen einen Punkt und konnte sich schönreden, aber es hätte gegen Aue schiefgehen können mit dem Testrot oder mit der Chance, die er da hatte in der 84. Minute. Und hier, meiner Meinung nach, war das Spiel dann auch kurz auf der Kippe, so zwischen der 71. und eben dann bis zur 76. als dann Balschlober das 2-1 gemacht hat. Also was ich einfach nur sagen möchte ist, dass wir uns schon auf einem schmalen Grad bewegen aktuell, ja, und die Ergebnisse stimmen. Absolut, gar keine Frage. Insgesamt bin ich auch mit dem Spiel zufrieden. Aber dieses Spiel gegen Regensburg hat mich aufhorchen lassen, weil es da genau diese Zufriedenheit gab, in dem Moment, wo die einfach nicht angebracht war. Das Spiel, das ging noch eine Halbzeit und es stand nur 1 zu 0. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es sonst knapp ist und wenn wir mal ein Gegentor kriegen, kann ich mit leben, solange ich merke, die Mannschaft ist über 90 Minuten wirklich am Arbeiten und versucht einfach das Optimale rauszuholen. Aber genau das fehlte mir in diesen, ja, was waren es, 25 Minuten oder so. Und ja, ich hoffe, dass das da deutlich entgegengewirkt wird. Ja, das fand ich bald. Nee, das sehe ich genauso. Also auf der Haben-Seite sehe ich eine Entwicklung, sowohl was die Spielweise angeht, als auch was die Aufstellung angeht. Ja, und auf der anderen Seite, ja, wie du sagst, da fehlt halt vielleicht noch so ein bisschen die mentale Härte, um zu sagen, hey, wir müssen aus der Kabine rauskommen und dann einfach das zweite Ding da irgendwie den Regensburgern ins Nest legen und dann sind wir irgendwie safe. Das fehlt noch so ein bisschen. Aber ich finde, vor allen Dingen, wie gesagt, die Entwicklung, die auch Tim Walte halt zeigt, finde ich super, dass er sagt, hey, ja, Karasor haben wir geholt als meinen Schlüsselspieler. Der hat seit den ersten vier, fünf Spielen halt irgendwie nicht so richtig auf den Platz gebracht. Jetzt wechsle ich halt mal. Und auch Castro ist halt nicht unbedingt gesetzt. Das finde ich gut. Und ich finde, was ich jetzt zum ersten Mal so beim Spiel in Regensburg gedacht habe, es entwickelt sich halt so langsam eine Stammelf. Also ich denke, hinten kämpft Badstuber. Ist, glaube ich, unser Innenverteidiger-Pärchen, wenn sich keiner verletzt. Rechts, also ich greife jetzt mal vor auf einen Startelf-Tipp. Rechts Stenzel, links Sosa. Mangala scheint unumgänglich. Und vor allen Dingen auch vorne, glaube ich, dass halt Silas und González kristallisiert sich halt so ein bisschen raus als das Sturmpaar für die Saison. Was dann auch bedeutet, dass halt irgendwie jemand wie Mario Gomez halt irgendwie seinen Bankplatz sicher hat. Aber ich habe so gegen Regensburg gedacht, hey, da entsteht jetzt halt so ein festes Gerüst einfach. Ich arbeite noch kurz die Tore ab, ohne jetzt ganz konkret darauf eingehen zu wollen. Also Badstuber macht das 2-1. Ja, Mangala versucht eine Flanke. Oder ja, er versucht mit seiner Flanke González zu erreichen. So ist es richtig. Der rauslaufende Meier kommt mit den Fingerspitzen an den Ball, lenkt diesen zwar damit über González, aber Didavi steht auch noch in der Nähe. Der serviert die Kugel perfekt für Holger Badstuber, der dann zu 2-1 anständig. Ach, die Flanke war schon cool, oder? Von Didavi. Super gemacht. Das ist ja auch genau der Grund, warum Didavi auf dem Platz steht. Deswegen geht mir das auch immer auf den Sack, wenn ich dann höre, ja, Didavi, das ist auch nicht so richtig. Leckt mir mal Arsch. Der Typ ist der, der steht deswegen auf dem Platz, um genau sowas zu machen wie vor dem 2-1. Dass er das nicht 95-mal macht, 90 Minuten, das weiß jeder. Und dass er das wahrscheinlich auch nicht 10-mal hinbekommt, weiß auch jeder. Aber mir reicht es, wenn er es 2-mal hinbekommt. Und er ist halt wirklich bei beiden Toren, die wir jetzt hier durchgelesen haben, beteiligt gewesen bei dem Eckball. Stand da mit dabei. Und er steht zwar mehr oder weniger nur dabei, um den Gegner zu verwirren, aber er hat ja trotzdem seine Bedeutung da in dem Moment. Aber ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, wenn ein Spieler mit den Fähigkeiten eines Daniel Didavis in der 2. Liga spielt, ist die einzige Frage, wie viele Spiele kann er machen. Und so wie es jetzt aussieht, ist er relativ stabil. Und wenn er 34 Spiele machen kann, dann muss er 34 Spiele machen. Weil er ist halt einfach besser als 90% oder 95% der Zweitligaspieler. Er hat einen besseren Abschluss, eine bessere Technik, er hat eine bessere Übersicht, er ist vielleicht nicht schneller als 95%, aber der ist halt richtig gut und er muss dann halt wirklich spielen. Und sein limitierender Faktor ist seine Fitness. Und wenn er fit ist, dann muss der spielen und dann hilft er dir halt auch definitiv weiter. Und diese Flanke, jetzt kann man sagen, ja, die war halt relativ einfach, weil die war nur 3 Meter weit. Aber nee, du musst halt wissen, wer kommt da reingelaufen, wo steht er, wo muss ich bald hinspielen. Und er kann das halt mit dem linken Fuß halt perfekt machen. Und das ist halt mehr, als die meisten Zweitligaspieler anbieten können. Und insofern hoffe ich wirklich, dass er fit bleibt und dann ist er eine große Hilfe. Ja, jetzt stell dir nur mal vor, ich weiß nicht, da wäre Insua gestanden, statt eben Didavi und Erde, die Flanke. Er hätte halt ein Wurf für Regensburg gegeben, gar keine Frage. Er hätte wahrscheinlich in der Landshut geschossen, das Ding. Also das ist halt genau der Punkt, warum er da steht. Deswegen geht mir die Kritik, die es manchmal gibt an Daniel Didavi, ein bisschen auf den Sack. Der hat mit Sicherheit auch noch Steigerungspotenzial, gar keine Frage. Aber es gibt für mich keine Alternativen. Also Klement drängt sich einfach nicht auf, auch wenn ich ihn gerne mal auf der 10 sehen würde. Ich glaube, da würde er uns vielleicht sogar mehr helfen können, aber er würde uns wahrscheinlich nicht mehr helfen als Didavi. Also deswegen ist die Diskussion oder erübrigt sich die Diskussion letzten Endes wieder. Wir machen noch kurz weiter. Silas hat großartige Chancen gehabt, muss ich eigentlich mit einem Tor belohnen. Querlatte, Außenpfosten, was weiß ich, guckt euch in der Wiederholung an. Aber dann in der 91. Minute war es, glaube ich, oder 92. Minute, Al-Ghadoui natürlich den VfB, ja, da muss man schon sagen, zum Sieg schießt, wird eingewechselt. Kurze Zeit ist er erst auf dem Platz, glaube ich, 86, 87, 87 Minute wird er eingewechselt. Dann, wie gesagt, wird er bedient von Castro und dann haben wir genau den Punkt. Und deswegen habe ich dir bei deinem vermeintlichen Startelf-Tipp noch nicht reingesprochen, das wollte ich nämlich jetzt mir aufheben. Dann sieht man halt genau den Unterschied zwischen einem Al-Ghadoui und zum Beispiel einem Silas, der natürlich komplett andere Qualitäten hat. Da muss man ja gar nicht drüber reden. Das sind zwei unterschiedliche Spielertypen, aber in dem Moment bist du manchmal froh, wenn da so ein abgebrühter Stürmer steht wie Al-Ghadoui, der nicht lange rumzögert oder so und versucht, nochmal irgendwo hinzuspielen oder einen Trick zu machen, sondern der ballert halt einfach mal einen raus und dann sitzt das Ding. Ich fände es brutal geil. Das ist irgendwie so Tirotte-Style einfach. Du kriegst das Mittelstürmer, den Ball 18 Meter vorm Tor, machst noch zwei Schritte und schließt ihn halt einfach ab. Du guckst halt gar nicht mehr, ist da links oder rechts noch einer, mache ich einen Heber oder irgendwie sonst was. Nee, einfach irgendwie ultra trocken, irgendwie ins Eck. Hauptsache, das Ding ist im Netz halt. Und das fand ich wirklich großartig. Ja, ein Al-Ghadoui-Highlight-Reel besteht halt wahrscheinlich daraus, dass er seinen Namen selber ausspricht und weniger aus seinen Toren, die er erzielt. Aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Absolut, natürlich, ja. Der Spieler ist genau dafür da, dass er eben die Dinger reinmacht, ohne großen Schnickschnack. Und er hat jetzt auch schon schlechtere Spiele beim VfB absolviert. Aber das, was er da gezeigt hat gegen Regensburg, war auch das, was ihn in der Vorbereitung ausgezeichnet hat. Und vielleicht tut es ihm auch gar nicht so schlecht, wenn er von der Bank kommt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch von Beginn an die ein oder andere Möglichkeit bekommt. Aber da können wir ja nachher nochmal beim Startelf-Tipp uns drüber unterhalten. So, Abschluss zum Spiel in Regensburg. Vielleicht dann doch noch kurz das 3 zu 2, das die Regensburger erzielt haben. Castro, das war eigentlich für mich das Problem schlechthin. Der mit dem unnötigen Ballverlust, der wird, glaube ich, angespielt. Ich weiß gar nicht, von Mangala oder so. Nee, Mangala wurde ja schon ausgewechselt. Also er wurde auf jeden Fall von irgendjemandem angespielt. Dann verspringt ihm der Ball, wie mir, zu besten Kreisliga-A-Zeiten. Und ja, bleibt natürlich stehen. Logisch, wie man es so halt macht, wenn man den Ball verliert. Und Jan Regensburg kontert dann, schlägt den langen Ball. Und dann sieht man halt wieder in Suha, wie der sich, also ich weiß gar nicht, ob man da noch verschätzt sagen kann. Also der steht halt völlig falsch. Könnt deshalb Palacios überhaupt nicht mehr verteidigen. Das war richtig schlecht verteidigt von Emiliano in Suha. Also, wow. Da habe ich wirklich gedacht, Alter. Also die 60 Sekunden. Ja, das Schöner-Schlechte war zu langsam und alles. Und dann der Abschluss natürlich von Palacios war auch relativ gut. Ja, war gut gemacht. Aber die Reaktion von Badstuber. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Im Hintergrund siehst du, also es kommt der lange Ball. Und du siehst Holger Badstuber, der erstmal nur erkennt, wo in Suha steht. Ja, und natürlich ein Badstuber mit seiner Erfahrung und Qualität weiß sofort, Alter, du hast verkackt. Also der musste gar nicht, der wusste sofort. Und du siehst an Badstubers kompletter Körperhaltung, du Depp. Und das war auch die einzige richtige Reaktion auf die Aktion, muss man sagen. Und überhaupt, Holger Badstuber, muss ich auch nochmal hervorheben, wurde ja sowieso auch schon von genügend anderen Leuten. Aber trotzdem, es sind die Kleinigkeiten, die mich begeistern aktuell bei Holger Badstuber. Zum Beispiel, als der Gregor Kobel zusammengefaltet hat, weil er eben bei einem langen Ball nicht rausgeht, was Kobel aus meiner Sicht manchmal einen Tick zu selten macht, dass er mal rausgeht, Bälle abfängt und sich auf seine Vorderleute verlässt, die dann, ja, natürlich vielleicht dann eher mal zu einer Ecke klären. Und es wäre dann sinnvoller, wenn Kobel rauskommt, versucht, den Ball abzufangen, wenn er dann mit Wucht nach vorne stürmt, das Knie hochzieht, wie es der ein oder andere Zuhüter ja gerne mal macht, um sich Platz zu verschaffen. Dann kann man dann hier vielleicht dann, ja, auch einen Eckball mal verhindern. Und deshalb Badstuber dem Herrn Kobel eindringlich erklären wollen. Das sind so Kleinigkeiten, die gefallen mir, die sind wichtig. Und ganz ehrlich, ich finde, momentan ist Holger Badstuber der Kapitän ohne Binde. Also nichts gegen Mark Oliver Kempf. Der spielt gut. Der ist auch gerechtfertigt Kapitän. Aber die Defensive hält Holger Badstuber aktuell am Laufen. Das ist für mich der Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Ja, absolut. Und ich erinnere da kurz zurück an die Viererkette, die wir vor der Saison hatten. Und das ist ein bisschen Eigenlob. Aber da habe ich auch gesagt, hey, wenn der Badstuber bleibt und sagt, hey, ich spiele zweite Liga und spiele dann zweiter oder erster Innenverteidiger neben einem Jungen wie Kempf oder Baumgartl oder so weiter, dann kann ich mir echt vorstellen, dass da was entsteht. Und da gab es dann tatsächlich Rückrufe aus dem Publikum, ob das denn gut ist, wenn der Badstuber das macht, obwohl er ja lieber irgendwie Champions League spielen wollen würde. Und da habe ich auch gesagt, also ich bin der Meinung, dass Holger Badstuber einer ist, der große Ambitionen hat und lieber Champions League spielt als für einen VfB in der zweiten Liga. Aber er ist halt auch einer, den wirfst du in ein Spiel rein. Das kann Champions League sein, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Liga und der gibt halt alles, was er hat. Und das zeigt sich jetzt auch. Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Fünf Spiele, zwei Saisontore, hochgerechnet, 13 Saisontore, doppelt so viele wie Mario Gomez aktuell. Hinten sehr, sehr solide. Ja, man sollte ihn vielleicht nicht unbedingt in irgendein Laufduell schicken, aber alles andere macht er da mit einer sensationellen Ruhe und klärt das. Ja, und gibt halt noch Ansagen an die Mannschaft. Also, das ist relativ cool, finde ich. Über zehn Kilometer gelaufen, 66 Ballkontakte, 55 Pässe, davon 87 Prozent angekommen. Im Vergleich Kempf mit 79 Prozent auch gut. 75 Prozent gewonnene Zweikämpfe, auch hier bei der Vergleich zu Kempf 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Das ist schon ein schwacher Wert für einen Innenverteidiger, muss man leider Gottes sagen. Aber Badstuber hat es dann letzten Endes rausgerissen. Und neben Stenzel ist das für mich, ja, defensiv einfach der Unterschiedsspieler. Muss ich jetzt einfach so sagen. Und ich wäre einer derjenigen gewesen, die aus dem Publikum rausrufen, wenn du sagst, dass Badstuber eine Bereicherung für die zweite Liga sein könnte, für den VfB. Und ich bin froh, dass ich da falsch schlage. Sag ich dir ganz ehrlich, weil, ja, wir haben mit Philipps zwar noch einen Leihspieler, der mit Sicherheit seinen Job auch gut gemacht hat und auch machen kann. Aber es ist halt nur ein Leihspieler. Und ich bin immer froh, wenn unsere Spieler solche Leistungen bringen. Und wenn man sich dann überlegt, dass ein, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Rutsche? Nee, der verletzte. Pole. Kaminski. Mein Gott, Kaminski natürlich. Der verletzte Pole. Heißt Marcel Kaminski. Mann, also das gibt es doch gar nicht. Wie kann man denn dem Spieler so entfallen? Aber so gesehen hat er ja seit anderthalb Jahren nicht mehr für den VfB gespielt. Ja, auch wieder wahr. Gut, sei es drum. Aber wenn du überlegst, dass der auch noch zurückkommt, dann sieht das echt sehr gut aus. Aber ich sage gleich noch dazu, ich glaube in der Bundesliga wird Holger Badstuber es brutal schwer haben. Auch wenn er seine Qualitäten hat. Aber das ist eine komplett andere Spielweise in der ersten Bundesliga. Und da wird Holger Badstuber leider Gottes dem VfB wahrscheinlich nicht so viel helfen können. Aber jetzt aktuell passt. Aber ich finde es halt total, total klasse, weil wenn du mir jetzt gefragt hättest vor der Saison und sagst, hey, da kommt einer wie Tim Walter und irgendwie schnelles Ballbesitzspiel. Ich sage, okay, dann ist halt Badstuber genauso wie Gentner und vermutlich Beck und vielleicht der Ogo. Einer, der passt da halt überhaupt nicht rein. Und zum Anfang der Saison sah es ja auch genauso aus. Und jetzt reüssiert er irgendwie und wird zu einem der entscheidenden Personen in der Elf und wird halt zu einem der wichtigsten oder zum wichtigsten Innenverteidiger. Und das finde ich halt total grandios. Und das gönne ich ihm halt auch irgendwie. Und ich finde es halt schön, dass er halt auch dann sagt, hey, dann, ja, ich spiele gegen Regensburg und so weiter. Also natürlich muss er spielen, weil er kriegt Geld dafür. Aber er könnte ja auch genauso wie vielleicht andere Spieler sagen, ich würde lieber wechseln. Und wenn ich nicht wechseln darf, dann mache ich halt irgendwie Stunk. Insofern so das Bild, was wir von Holger Badstuber hatten aufgrund seiner Wechselallüren, muss man da vielleicht auch so ein bisschen revidieren. Gut, abschließend zum Spiel nochmal. Natürlich Mangala mit einer tollen Leistung auf der 6. Wie gesagt, es war ja eigentlich wenig überraschend. Wir waren uns, denke ich mal, einig, Sebastian, dass er die bessere Wahl auf der 6 ist. Und er hat es letzten Endes auch bewiesen. Natürlich Stenzel, auch von mir schon erwähnt worden, wieder mit einer tollen Partie. Viele Zweikämpfe gewonnen, die meisten Ballkontakte, beste Passquote von allen Spielern, beste Laufleistung von allen Spielern. Also das ist für mich ein Spieler, bitte, Herr Mislentat, verpflichten Sie diesen Mann irgendwie, halten Sie ihn fest. Ich möchte... Ja, aber eine Stenzel halt unfassbar, dafür, dass der mehr oder weniger aus dem Nichts kommt oder nichts kam und jetzt halt irgendwie beim VfB eigentlich alle Positionen bis auf den Torwart besetzt, weil er ja irgendwie auf dem ganzen Platz unterwegs ist. Das ist schon ein ganz großes Kino. Dann möchte ich natürlich auch noch Silas hervorheben. Holy shit! Das ist eine absolute Granate. Also das ist ein Spieler... Ich kaufe mir keine Trikots. Ich habe mir noch nie ein Trikot gekauft. Aber vielleicht hole ich mir einen Trainingsentzug. Auf den lasse ich Silas unterschreiben. Das könnte ich mir vorstellen. So, schnell trickreich. Ich brauche das alles gar nicht erzählen. Ihr seht es selber. Das ist einfach eine Wonne, diesen Spieler zu sehen. Die harte Gangart in der zweiten Liga setzt ihn natürlich noch ein bisschen zu. Wird oft nur durch Fouls gestoppt. Das erscheint dann und wann natürlich unfair, weil der Spieler natürlich darunter leidet. Aber ja gut, du siehst, du kannst ihn selbst mit Fouls manchmal nicht stoppen. Sechs Torschüsse, drei Torschussvorlagen, sieben gewonnene Dribblings, 64 Ballkontakte, 90% Passquote, 60% gewonnene Zweikämpfe. Das ist einfach ein Genuss, diesen Spieler im VfB-Trikot zu sehen. Und ich hoffe, die Entwicklung geht weiter beziehungsweise der Spieler erzielt dann vielleicht endlich auch mal ein Tor für den VfB. Das würde ich ihm einfach gönnen. Aber er ist einfach eine Bereicherung für die zweite Liga und natürlich ganz eigennützig für den VfB Stuttgart. Genau, wobei man fast schon bei dem rasanten Tempo, wie er sich entwickelt, ja fast schon dann Sorge haben muss, dass es in dem Tempo weitergeht, weil dann ist er vermutlich in der Winterpause schon wieder weg, weil irgendjemand da irgendwie ganz viel Geld für ihn zahlt. Nee, aber ich finde es auch total großartig. Also diese Geniestreiche, die er in der Offensive hat, also Pfosten und Lattenschuss innerhalb von zwei Minuten, die Pässe. Und das ist ja das eine, aber auch wenn es dann nach hinten geht, dann ist ja ja keiner, der irgendwie dann stehen bleibt oder abwinkt oder sonst was. Der rennt ja dann wirklich aus der gegnerischen Hälfte mit nach hinten, um da halt dann auch die Bälle zu gewinnen, halt in einem atemberaubenden Tempo. Und das ist irgendwie schon ganz große Klasse. Und ich finde es halt, um das mal auch noch kurz anzusprechen, schon erstaunlich, man hat dann mit Silas Wamangituka einen 19-Jährigen, der aus Frankreich kam, der sofort oder fast sofort in der Stammelf auftaucht. Und wir haben ja noch einen anderen Franzosen im gleichen Alter mit dem Koulibaly, der, glaube ich, noch keine Sekunde gespielt hat. Also das finde ich auch ganz spannend, also wie verschieden Personalien sein können, obwohl sie jetzt von den Fakten her die gleichen Parameter aufweisen. Also jetzt einfach mal so ins Blaue geraten, gebe ich ganz ehrlich zu, ist, dass natürlich Silas vermutlich davon profitiert, dass er jetzt schon einige Spiele in der zweiten französischen Liga absolvieren musste, durfte und dann eine gewisse Härte mitbringt und ein Koulibaly halt direkt aus der A-Jugend kommt. Also da sind die Voraussetzungen andere, aber ich glaube, dass die Anlagen, da gebe ich dir absolut recht, doch sehr ähnlich sind. Koulibaly ist wahrscheinlich in seiner Entwicklung noch nicht so weit, was aber nicht heißt, dass er in der Rückrunde, ja, vielleicht das Pendant auf der anderen Seite zu Silas werden könnte. Also ich mag jetzt auch gar keinen abschreiben, ich mag nur mal kurz festhalten, also man holt halt zwei Spieler, die jetzt mal so auf dem Spreadsheet halt die gleichen Daten eigentlich haben, Alter und Herkunft und wo sie herkommen und wie sie gespielt haben. und der eine ist halt irgendwie sofort Stammspieler und beweist auch, dass er es kann und der andere hat da keine Sekunde gespielt. Also das finde ich schon total erstaunlich und zeigt ja auch, wie diffizil dieses Geschäft halt ist und der eine, und der Koulibaly fehlt uns jetzt ja auch quasi nicht. Also der ist ja wirklich in der Hinterhand dann vielleicht für die Rückrunde oder für die späteren Spiele in der Hinrunde, aber das finde ich ganz erstaunlich. Wobei ich ja jetzt die neuen Rank oder Ratings für FIFA 20 gesehen habe und da kommt Silas auf eine 64. Ich weiß nicht, ob du FIFA spielst, aber das ist eher, ja. Ich glaube, wir haben unser neuestes FIFA ist, glaube ich, FIFA 17. Okay. Ich glaube, da ging Silas noch in die Grundschule. Okay. Und auf jeden Fall, Koulibaly, um das abzuschließen, hat eine 62. Also die sind schon nah beieinander, aber ich glaube, der Unterschied, der große Unterschied ist einfach die Physis, die er mitbringt und die Power, die Geschwindigkeit. Ja, und natürlich dann die Technik, klar. Aber um das zu kombinieren, ja, das kombiniert er hervorragend und deswegen, ja, der ist ja fast wie ein Ufo auf dem Platz, ja, in der 2. Liga. Du denkst die ganze Zeit, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen in der 2. Liga. Also das ist schon was ganz Besonderes, was er da mit erlebt hat. Nee, aber ich finde es grundsätzlich halt, wir haben ja wirklich wahnsinnig viele Neuzugänge in dieser Saison und ja, ich finde es erstaunlich, wer kommt und du liest dann halt VfB verpflichtet XY und es klingt erst mal so, ja, Neuzugang und der spielt irgendwie wann und dann stellst du halt so in der Zukunft fest, wie unterschiedlich denn das Trainerteam diese Personalien handelt. Ich hätte zum Beispiel einen Klimowitz, der kommt erst in der Rückrunde, der hat jetzt auch schon gespielt, sogar von Anfang an. Einen Philips hätte ich gesagt, boah, der spielt nie, relativ schnell reingeworfen worden. Jetzt hast du zum Beispiel einen Vataru Endo, wo ich gesagt habe, na gut, der ist ja schon so ein bisschen etabliert, der spielt wahrscheinlich relativ schnell oder kriegt Einsatzzeit, hat noch nie gespielt. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Also wenn wir wirklich wahnsinnig viele neue Spieler und wie unterschiedlich die gehandelt werden, ja, das ist für mich ein Phänomen. Also es ist keine Kritik, aber ich finde es spannend. Phänomen ist ein gutes Stichwort. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Ihr wisst natürlich, das ist die STR Mailbox und wenn ihr gerade das Handy gezückt habt, weil ihr euch dachtet, Mensch, die Nummer muss ich mir unbedingt abspeichern, damit der Ricky die nicht so oft sagen muss, dann wiederhole ich sie hier nochmal. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Und ihr konntet natürlich auch in der vergangenen Woche wieder anrufen und ja, alle Themen rund um den VfB uns auf die Mailbox sprechen und natürlich dann das besondere Highlight an jedem Spieltag, eure Analysen zum Spiel, eure Einschätzungen während dem Spiel, eure Einschätzungen oder eure Meinungen zum Thema Aufstellung, all das ist immer herzlich willkommen. Es gibt aber, das muss ich jetzt gleich sagen, eine kleine Einschränkung, denn ich muss das Ganze ja auch immer zusammenschneiden. Also da haben jetzt diesmal auch wieder 30 Leute angerufen und dann muss ich daraus irgendwie 4 Minuten Zusammenschnitt basteln. Das dauert die ein oder andere Minute 50 und wenn ihr, sagen wir mal so, nach Sonntagmittag anruft, kann ich eure Anrufe leider nicht mehr mit einpflegen. Also es haben, glaube ich, gestern Abend und auch heute nochmal Leute angerufen. Tut mir sehr leid, dass ich euch jetzt hier nicht berücksichtigen konnte. Nehmt es mir nicht übel. Einfach das nächste Mal ein bisschen früher anrufen, aber sonst schaffe ich das zeitlich nicht, den Mitschnitt fertig zu machen. So, ob der Mitschnitt auch ohne die 2-3 Anrufe gelungen ist, davon werden wir uns jetzt überzeugen. Und Sebastian, ich sage einfach mal, start frei für die fünfte Mailbox. Auf geht's, Stuttgart, kämpfen und siegen. Wir fahren nach Regensburg und wollen mit 3 Punkten wieder heimgehen. Buenos dias, muchachos. Habla Rebucanero. Ja, also der VfB wird ja als Barca der 2. Liga beschrieben. So spielen sie zum Teil auch. Aber man sollte vielleicht auch den Spielern mal sagen, dass sie nicht wirklich im Barca-Trikot spielen und auch nicht unbedingt aus der Barca-Schule kommen, sondern zum Teil von Holstein Kiel oder von Jan Regensburg. Freunde, in 5 Stunden brennt der Block. Gigantische 1. Halbzeit gegen Regensburg. Vor allem Mangala spielt sensationell. Ich muss mich mal gerade ein bisschen auskosten über Karasor. Wer war Karasor überhaupt? Also was der heute Nacht so eine Einwärtsung gespielt hat, ist ja auch keine Kuh aus. Und wer wachte, 2. Liga, wer mit Kaffeefab, der hat nicht viel Erdung vom Fußball. Jeder Gegner muss man Angst nehmen, egal wie er heißt. Klar haben wir jetzt den ersten Auswärtssieg seit Nürnberg 2018 im November, oder wann das war. Aber der hat einen farben Beigeschmack, weil, wie ich finde, haben wir nicht so souverän gespielt, wie ich mir das für den VfB wünsche. Und die VfB sind, sollten das endlich mal kapieren. Folger Badstuber ist dein Fußballgott. Was, du mal Fußballgott! Manche zumindest. Eigentlich könnte man direkt so aufstellen gegen Fürth, bloß halt hoffentlich mit so einer Stadt im Suha, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Den Suha war auch einer von den schlechtesten Leuten. Der müsste länger raus. Ja, und die größte Nervenschonende Tatsache wäre, die, wenn wir einfach in Suha am ließen Argentinienbesuch, überreden, zu Hause zu bleiben. Ich hoffe, dass er weiter dem mal ordentliche Limiten lief heute nach dem Spiel hat. So geht das nicht. Wenn wir mal ein paar Spiele verlieren, sollten wir eines tunlichst unterlassen, nämlich den Aufenthalt zu verlieren. Ich glaube, das wird... Genießt den Sieg und lasst euch nicht vermiesen. Jedoch muss man einfach aus seinen Chancen mehr Tore machen. Die zweite Liga ist so eng und da könnte am Ende auch die Torlieferler seine Rolle spielen. Wieso ist es eigentlich so, dass der VfB immer zwei Gesichter zeigt? Das ist mir auch dieses Mal wieder aufgefallen. Wir haben einen VfB, der bis zum 1-0 spielt und haben einen VfB, der ab dem 1-0 spielt. Also ich muss schon sagen, auf der heutige Liga kann man eigentlich aufbauen, bis halt zu den Halbogen von der Karasur reingangt. Und Kastro. Das war Katastrophe. Das darf nicht passieren. Ich hoffe, dass er noch bald da so liegt. Heißt, sobald wir in Führung sind, wird das Spiel verwaltet, werden unmotivierte Pässe gespielt, wird unmotiviert von der 16er Linie abgezogen. Das ist mir gestern bei Mangala und bei Didavi aufgefallen. Aber es war positiv, dass die Mannschaft gut wird. Und auch in Suha, Castro und eben auch Karasur, war eigentlich eine supertolle, gute, geschlossene Mannschaftsleitung. Ja, er ist auswärtslich immerhin, aber so soll es jetzt beide gehen. Also weiter so, immer den Mangala bringen, definitiv stark, offensiv stark. Auf der anderen Seite, schöne Auswärtsfahrt, endlich mal drei Punkte. Aber das will man mehr. Also ich will Gregor Kobel mal hervorheben. Und ich dachte in aller Wahrscheinlichkeit, der VfB ist für Karasur in meinen Augen Minimum zwei Nummern zu groß. Jetzt wurde ich gerade unterbrochen, das gibt es ja nicht. Von Anfang an, eigentlich spielt er solides Spiel. Am Anfang war ich kritisch nach den ersten Spielen, weil ich dachte, okay, er ist vielleicht doch nicht die große Verbesserung für uns, die ich erhofft hatte. Von Spiel zu Spiel wird er besser. Er rettet uns in so vielen Situationen. Vor allem, ich habe gerade mit einer riesengroßen Fresse nach Stuttgart und zeigt sich überhaupt nichts. Ich rufe doch mal an, bitte löscht das. Ich habe ganz vergessen, mein Profil meines Präsidenten abzugeben. Ich wollte nur noch mal sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt schon im Vorfeld auf Twitter und Facebook Stimmung gegen Guido Buchwald gemacht wird. Mein Präsident muss absolut integer sein. Ich möchte nicht weder nach irgendwelchen Schubflöchern, weder moralisch noch rechtlicher Art suchen müssen. Er braucht ein Gespür zwischen wirtschaftlichen und Faninteressen. Er muss das tun, was er eigentlich vom Namen her tun muss. Den Verein bzw. den VfB allgemein nach außen repräsentieren. Einfach mal abwarten und danach kann man immer noch große, wenn wir dann wissen, was Sache ist. Aber jetzt für einen Vorfeld Stimmung machen, kann ich nicht weiter noch. Er muss einen und nicht spalten. Mein Präsident muss ehrlich sein und er muss authentisch sein. Es darf keine One-Man-Show mehr geben. Weder nach innen noch nach außen. Liebe Grüße aus Innsbruck. Also auch nochmal Thema hier in der fünften Ausgabe der STI Mailbox. Die Präsidentenwahl, die anstehende, dann am 15.12. Da haben auch nochmal ein paar Leute angerufen, um zum einen natürlich ihr Präsidentenprofil zu beschreiben, bekannt zu geben. Zum Beispiel der Christian hat das sehr, sehr gut getan. Den habe ich hier am Ende für euch reingeschnitten. Das hörte sich aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut an. Und gleichzeitig hat der Dr. Altmann davor gewarnt, dass man nicht schon Stimmung gegen Guido Buchwald machen sollte, sondern lieber erstmal abwarten und dann goschen. So, Sebastian, was sagst du dazu? Er hat natürlich recht, aber man kann natürlich dennoch der Meinung sein, dass Guido Buchwald nicht der geeignete Präsident ist. Es ist ja nicht gleich Meinung oder Stimmung machen. Wenn man der Meinung ist, Guido Buchwald ist kein geeigneter Präsident, ist es nicht verboten, das zu sagen. Ja, aber ganz grundsätzlich hat natürlich der Herr Dr. Altmann recht. Erstmal abwarten, vor allem ganz grundsätzlich mal abwarten, wer von den vermutlich 20 Bewerbern überhaupt dann als Kandidat zugelassen wird. Und dann kann man goschen. Und ich bin mal gespannt, wie transparent dann die Konzepte der Kandidaten, der Bewerber gemacht werden. Aber ich glaube, wir sind alle ganz gut damit beraten, erstmal noch ein bisschen abzuwarten, weil das sind noch ein paar Wochen, bis die beiden Kandidaten bekannt gegeben werden. Und ja, 18 von 20 Kandidaten, wenn es denn so viele sein sollten, erledigen sich dann quasi von selbst. Und dann bleiben zwei übrig. Und dann gucken wir mal, wie wir mit denen einverstanden sind. Also, dass einige ihre Vorbehalte gegenüber Guido Buchwald jetzt auf Twitter, Facebook oder wo auch immer verbreiten, finde ich völlig in Ordnung und legitim. Also, es muss ja jetzt nicht jeder sich irgendwie daran halten, dass er jetzt seine Meinung erstmal hinterm, oder mit der Meinung hinterm Berg hält, bis dann letzten Endes die Kandidaten feststehen. Also, ich finde, man kann hier schon Bedenken äußern. Absolut, ja. Und genauso gut können natürlich die Leute, die der Meinung sind, Buchwald wäre der absolut richtige Kandidat, das gleich tun. So, und die Vorbehalte, die man gegen Guido Buchwald hat, sind ja durchaus berechtigt. Und ich sage gleich dazu, vielleicht kann Guido Buchwald dann noch nicht mal allzu viel dafür, aber wenn man sich an die letzte Woche erinnert, wo sich jeder Kumpel und Beraterfreund von Guido Buchwald in Stellung bringt und erzählt, wie gut der Guido als Präsident wäre und Jürgen Klinsmann nochmal die Tür aufmacht, die er eigentlich schon zugemacht hat, ja, dass man dann als Fan einfach ein bisschen, ich würde mal sagen, vorsichtig wird, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Also, wie gesagt, ist jetzt ein anderer Typ als Wolfgang Dietrich, gar keine Frage, aber ich brauche diesen Klüngel und das Ganze, den ganzen Dreck nicht mehr. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, Guido Buchwald versucht hier jetzt erstmal einen Posten zu bekommen, um dann vielleicht Freunde, Bekannte oder was auch immer für Leute hier beim VfB mit reinzubringen, wenn es überhaupt so einfach möglich ist, ja, dann ist das für mich halt, für mich nicht der geeignete Kandidat und dann wird er von mir auch nicht die Stimme bekommen. Aber, das möchte ich auch nochmal sagen, er hat natürlich die Möglichkeit, sollte er als Kandidat zur Wahl stehen, mich von einem Gegenteil zu überzeugen, nämlich einfach mit einem guten Konzept. Es wird ja Veranstaltungen geben, wo die Kandidaten, die dann ausgewählt werden, ja, die Möglichkeit haben, die Mitglieder von sich zu überzeugen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass zum Beispiel nicht ein Klaus Vogt und, wie ist der andere, der auch, der auch interessant klang. Nee, nicht der Herr Klopfer, sondern der Herr Reinhers. Der Herr Wiedmüller. Nee, der Herr Reinhers, der ja beim, Beiratsmitglied beim Fanprojekt ist. Könnte man jetzt ja auch sagen, der CDU-Stadtrat, ja. Genau, so. Und mir ist es wichtig, dass es zwei unterschiedliche Kandidaten sind. Und wenn es dann der Herr Klopfer ist und der Herr Buchwald, dann bin ich schon der Meinung, dass es zwei unterschiedliche Kandidaten sind. Und dann würde ich jetzt einfach mal so vom Gefühl her sagen, okay, der Herr Klopfer liegt mir mehr. Ja, aber ich habe natürlich nichts dagegen, wenn der Herr Buchwald mich vom Gegenteil überzeugt, ja, mit irgendwelchen tollen Konzepten und ich dann sage, ja gut, dann ist es der Herr Buchwald. Also das ist halt einfach auch Demokratie, dass die Jungs dann die Möglichkeit haben, mich zu überzeugen. Und wie gesagt, also ich sehe es auch nicht als Meinungsmache, sondern eben mehr oder weniger jetzt erstmal, ja, als die Vorbehalte, die man einfach hat und aus meiner Sicht auch berechtigt, dass man die kundtut. Und das ist auch wichtig. Dann hat der Vincent angemerkt, dass er mit dem Spiel in Regensburg zufrieden war. Aber man muss natürlich aus den Chancen mehr Tore machen. Das haben wir auch schon angesprochen. Siehst du da grundsätzlich ein Qualitätsproblem beim VfB? Also sprich, glaubst du, dass unsere Spieler einfach zu schlecht sind, was den Torabschluss angeht? Oder glaubst du, dass das eher eine Sache ist, die sich mit der Zeit dann halt einfach einpendelt und wir dann auch mal Spiele deutlicher gewinnen? Ich glaub eher, dass sie zu gut sind. Und deswegen den Ball... Nee, 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 wirklich. Also ich glaub halt, dass man halt deswegen den Ball noch mal quer spielt, noch mal quer spielt, noch mal quer spielt, um das Tor zu erzielen. Und dann kommt halt dann jemand wie Al-Ghadoui und kriegt halt den Ball und schießt dann einfach gleich rein, weil er weiß, hey, ich hab die eine Chance und ich bin grad erst fünf Minuten im Spiel und ich will das Tor machen und ich mach's dann halt auch. Und solche Momente brauchen wir häufiger. Und ich glaub, das ist halt auch das, was Tim Walter ja immer so ein bisschen nervt, was auch in den Interviews dann andeutet, dass der Ball gespielt wird, um des Spielens willens, aber man hätte halt auch die Chance, einfach mal abzuschließen. Und wir brauchen halt mehr so die Abschlüsse. Also wenn du mal deine Anekdote von der Roten Wurst und der, was war es, A-Jugend erzählst. Moment, das war schon die aktive Karriere, die da begonnen hat. Ja, genau. Ich hatte auch eine kurze und sehr erfolglose aktive Karriere. Und ich glaub, wir waren dann mal in der B-Jugend zu wenige Spieler und mussten dann A-2-Jugend spielen und haben halt wirklich jedes Spiel komplett auf die Fresse bekommen, weil wir einfach halt, ja, einen halben Meter kleiner waren und keine Chance hatten. Und da war die Ansage von unserem Trainer immer, wenn ihr das Tor seht, dann schieß drauf. Wir haben irgendwie auf der Mittellinie immer geschossen halt. Aber natürlich, wenn du halt viel bessere Spieler hast und eine überlegene Spielanlage hast, dann machst du das halt nicht. Und ich glaub, das fehlt halt dem VfB noch so ein bisschen gegen scheinbar unterlegene Gegner, auch mal so diese einfachen Tore einfach zu machen. Und da hast du halt dann aber Leute halt natürlich wie, ja, wie Al-Gadoui, der will halt sein Tor machen und der spielt natürlich nicht noch mal quer und das ist auch wunderbar. Und ein bisschen mehr von der Mentalität würde dem VfB auch gut tun. Und vielleicht fallen dann auch mal so Geniestreiche vom Silas halt dann auch mal rein. Und ja, dann sieht das schon wieder anders aus. Aber ich glaub nicht, dass die Offensivkräfte vom VfB zu schlecht sind, sondern wie gesagt, eher das Gegenteil. Die sind so gut, dass sie halt lieber noch mal quer spielen wollen, um das Tor halt ein bisschen schöner zu machen. Und da brauchst du halt mehr so ein paar, ja, dreckige Abschlüsse einfach. Ein Anrufer bezeichnete den VfB als das Barca der zweiten Liga. Ja, ich meine, mit 90 Prozent Ballbesitz, gar keine Frage, ja. Ja, im Endeffekt meinte er damit, dass einfach zu wenig Fußball gearbeitet wird. Ja, es ist zwar schön, dass wir versuchen, Fußball zu spielen und es sieht auch toll aus und es ist natürlich auch klasse, wenn man so viel Ballbesitz hat und wenn man natürlich eine tolle Passquote hat, aber ja, es fehlt dann natürlich auch dieses, ja, also diese Galligkeit und die Abgerotztheit, da einfach dann wirklich ein 2 zu 0 nachzulegen und nicht in Schönheit zu sterben, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, weil so gut sieht das nun wirklich auch noch nicht aus. Aber ja, es fehlt halt wirklich jetzt dann diesen Drecksack, der da halt einfach versucht, einen reinzuzimmern und von mir aus aus 25 Metern, also das fehlt schon ein Stück weit. Also, was will ich hinaus? Hast du auch das Gefühl, dass der VfB ein bisschen mehr, ach, auf Schalke würde man jetzt sagen, Malocher-Mentalität mitbringen müsste? Eigentlich hast du es ja schon vorhin beantwortet mit der Al-Gadoui-Geschichte. Ja, nein, man braucht einfach ein bisschen mehr Effizienz und ein bisschen mehr, nicht Malocher-Qualität, sondern ein bisschen mehr Resultatbewusstsein. Das ist ein schönes Wort. Genau, mach das 0-1 und dann mach das 0-2 und dann kannst du anfangen halt irgendwie klein, klein zu spielen, aber dann sei doch erst mal zwei Tore halt voraus und dann fang damit an. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ein qualitatives Problem haben wir ganz grundsätzlich nicht und auch ein Mentalitätsproblem haben wir nicht. Es ist halt irgendwie noch so ein bisschen die Feiner-Stimmung und vielleicht fehlt der Mannschaft, aber ich glaube, mit Al-Gadoui hast du halt auch jemanden. Ich wollte gerade sagen, vielleicht fehlt der Mannschaft noch jemand so wie Fabian Klos bei Bielefeld, der einfach die Dinge halt irgendwie macht, aber du hast so einen. Vielleicht musst du dann schon auch ein paar Anspiele, ich weiß es nicht, aber ja, einfach mehr, ein bisschen weniger schön spielen, ein bisschen mehr Effizienz, das ist vielleicht noch das, was so zu der Erfolgskombination noch fehlt. Dann hat Angelko aus dem Rheinland angerufen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht nicht Michael Reschke mit verstellter Stimme war. Auf jeden Fall hat jemand aus dem Rheinland angerufen und hat sich ein herrlicher Dialekt, ich fand es super. Ewig lang an Atakan Karasor abgearbeitet. Es war wirklich köstlich. Also Leute, ich habe mir da wirklich nur Teile rausgeschnitten. Insgesamt ging der Anruf, glaube ich, zweieinhalb Minuten. Ich glaube, wenn bei Atakan Karasor das Telefonat vorspielt, würden wir seine Karriere sofort beenden. Absolut. Also das können wir ihm nicht antun. Auf jeden Fall ging es lange darum, wie schlecht der Karasor ist. Die Kernaussage war, Karasor ist an allem schuld. Ich spitze natürlich hier zu. Und er kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man für ihn Askar Siba opfern könnte. Also gut, da muss ich sagen, da bin ich halt da, 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 ja, gut. Wir kommen nachher nochmal auf Santi. Aber im Prinzip möchte ich mal hier eins vorweg schicken. Also bevor wir dann nachher natürlich das Thema Askar Siba nochmal deutlicher aufarbeiten. Es ist schon so, dass Askar Siba die 6 anders spielt als ein Karasor und auch anders als ein Mangala. Und mit der Art und Weise, wie Askar Siba die 6 interpretiert, glaube ich, würde das System unter Tim Walter nicht funktionieren. So, deswegen stellt sich für mich in der aktuellen Konstellation einfach die Frage gar nicht danach, ob jetzt Askar Siba für Karasor spielt oder nicht. Weil es sind für mich von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, zwar unterschiedliche Spielertypen, die vielleicht ähnlich defensiv zentral spielen, aber die Position komplett anders ausfüllen. Also da tue ich mich echt ein bisschen schwer damit, wenn ich jetzt hier sage, ja der Karasor ist besser als der Askar Siba, sondern der ist anders und andererseits hat der Askar Siba halt andere Qualitäten als ein Karasor. Ja, vor allem kannst du die Frage nicht beantworten, wenn du halt genau weißt, dass du noch einen Orel Mangala auf der Bank hast, der wahrscheinlich die 6er-Rolle, wie Tim Walter sieht, besser ausfüllt als beide. Also das kommt ja nochmal dazu. Absolut. Dann wird natürlich Holger Badstuber gefeiert, zu Recht, Insura bekommt sein Fett weg. Darüber haben wir ja schon. Auch zu Recht. Genau, ich wollte gerade sagen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, dann gab es noch Anrufe zum Thema Präsidenten oder es gab einen Anrufer zum Thema Präsidenten, man hört von ihm nur bitte löscht das. Der hat einiges gesagt, was wirklich gut war. Das Problem war nur an seinem Anruf, dass es extrem viele Aussätze in der Aufnahme gab. Also natürlich könnt ihr das da draußen nicht hören, wenn ihr anruft. Wie hören sich jetzt eure Anrufe an? Und ich nehme wirklich eigentlich 96 Prozent nehme ich mit rein. Aber bei ihm war es so, dass jedes zweite Wort nicht mehr zu verstehen war. Man konnte dann vielleicht noch so ein bisschen erahnen, was er sagen wollte und das war sehr klug und sehr richtig. Ich wollte nur jetzt hier dem Herrn, der da angerufen hat, sagen, ich habe dich nicht aus irgendwelchen Gründen. Zensur findet nicht statt bei uns. Naja. Doch. Auch. Aber bei dir jetzt nicht. Nee, aber versuch es einfach nochmal. Ruf nochmal an. Ruf nochmal 0711 für Stuttgart 25, 28, 16, 04 an. Am besten vom Festnetz und dann klappt das auch. Weil, wie gesagt, die Aussagen an sich fand ich ganz gut. Ich konnte nur hier in der Aufnahme nicht verwenden. Dann hat Gregor Kobel noch Lob aus Innsbruck bekommen. Können wir vielleicht auch ganz kurz anreißen. Gregor Kobel, wie sind wir bislang mit ihm zufrieden? Ich habe ihn am Anfang ein bisschen schwach gesehen. Also, so im Spielaufbau, wo dann, ich weiß noch, erstes Saisonspiel gegen Hannover im Neckarstadion, wo dann der typische Walter-Spielaufbau war mit Kurzpässen vom Torwart auf den Innenverteidiger, wo alle gesagt haben, hey, was macht denn der Keeper da? Wo ich dann dachte, ja, das ist halt einfach so vorgegeben. Aber er hatte so in dem klassischen Torwartspiel, also wirklich Bälle fangen und behaupten so ein paar Nervositäten noch mit drin. Und ich finde, die hat er jetzt mittlerweile relativ gut abgelegt. Also ich fand, es gegen Regensburg gab so eine Szene, wo, glaube ich, die Regensburger Fans mal relativ laut wurden, weil er in einem Zweikampf gegen den Regensburger Stürmer halt hochgestiegen ist, den Ball wirklich ganz souverän abgefangen hat. Fand ich super. Und ich finde, er steigert sich eigentlich von Spiel zu Spiel und es ist ein super souveräner Rückhalt. Also ich bin da mit ihm total zufrieden. Auf der Linie finde ich ihn großartig. Im Eins gegen Eins finde ich ihn gut. Ja, das Einzige, was ich bei ihm jetzt hier noch bemängeln würde, wäre seine Aktionen, wenn Flanken geschlagen werden beziehungsweise, ja, wenn lange Bälle in den Strafraum segeln, da könnte er das ein oder andere Mal noch entschlossener rauskommen. Ja, ansonsten, ja, bei so einem jungen Torhüter ist es wahrscheinlich ganz normal, dass er da einfach auch noch das Entwicklungspotenzial hat, um hier und da noch Fehler zu finden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir einen der besten Torhüter in der zweiten Liga und ich bin damit voll und ganz zufrieden. Genau. Und jetzt nach dem Spiel in Regensburg, wenn man halt dann das 1 zu 2 von Holger Badstuber sieht und die Aktion von Alex Meyer zuvor, kann man vielleicht auch sagen, im Zweifelsfall ist es halt auch gar nicht blöd, dann vielleicht auf der Linie stehen zu bleiben, als rauszukommen und nicht an den Ball zu kommen. Also, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber ich denke, bevor man zu viel Risiko geht, wählt man dann lieber die sichere Variante. Und ich finde es halt total grandios, was Kobel halt im Aufbauspiel halt drauf hat. Also diese zitierten Kurzpässe auf die Innenverteidiger. Es gab ja in der ersten Halbzeit so eine kurze Phase, wo Regensburg dann für mich das Gleiche versucht hat wie der VfB, nämlich, dass Alex Meyer irgendwie das mit seinen Innenverteidigern gespielt hat und dann haben die Innenverteidiger sofort die Bälle verloren. Das war ein komplettes Desaster und das sieht beim VfB sehr souverän aus. Wird auch nicht mehr so ganz konsequent gespielt wie noch zum Anfang der Saison, aber halt immer noch praktiziert und da sieht man halt, dass es auch wirklich Sinn gemacht hat, dass dann vielleicht ein Zieler nicht mehr da ist und dass man halt zwei neue Keeper geholt hat, die das, was man vorher hat, dann irgendwie besser umsetzen können. Nochmal ganz kurz zu dem 2 zu 1, da hat ja Alex Meyer ein bisschen Hohn und Spott geerntet von der Twitter-Timeline des VfB oder von den VfB-Fans. Ist natürlich, ist, also ganz ehrlich, da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Ja, es sieht doof aus, gar keine Frage, aber wenn er nicht rausgeht, steht Gonzalez da und köpft das Ding rein und dann sagen alle, warum geht er nicht raus? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn er rausgeht, muss er ihn haben. Das stimmt, er hat ihn ja gehabt, er hat ihn mit den Fingerspitzen über Gonzalez gelenkt, leider Gottes ging der Ball dann nicht ins Aus, sondern fiel hinter die Davi runter und er konnte sich den Ball dann schnappen. Es war mit Sicherheit ein Torhüter oder es war ein Torwartfehler, wahrscheinlich hätte ein richtig guter Torwart das anders gelöst, aber es war für mich jetzt auch keine ganz grauenhafte. Anteile dran, es war kein krasser Torwartfehler, aber das Ding ist ja auch wieder, wenn du drin bleibst und kassierst den Treffer, dann sagt jeder, ja da konnte er nichts für vielleicht, aber er hat ein paar Prozent in dem Treffer gehabt und ja klar, diese Faustregel, wenn er rauskommt, muss er ihn haben, die gilt halt einfach und er ist rausgekommen, er hat ihn nicht gehabt und insofern hat er eine Teilschuld, die ist jetzt nicht besonders groß und wie schon gesagt, die Flanke von Didavi war dann auch ziemlich auf den Punkt und ziemlich genau und ziemlich schnell umgesetzt, ja, aber es sah nicht ganz glücklich aus. Philipp aus Augsburg hat das angesprochen, was du vorhin schon aufgegriffen hast, die zwei Gesichter des VfB vor dem 1-0 und nach dem 1-0, das haben wir eigentlich schon besprochen, warum bekommt der VfB es nicht hin, ein Spiel souverän zu Ende zu spielen, also das können wir noch ganz kurz aufgreifen, zum einen liegt es natürlich auch ein bisschen an Tim Walters Spielweise, weil du könntest natürlich auch sagen, nach dem 1-0 ziehen wir uns zurück, lauern auf Konter, aber so spielt der VfB halt einfach nicht und zum anderen sind wir hier wieder bei der Konsequenz, vorne und hinten, du verteidigst hinten dann und wann einfach nicht konsequent genug und nutzt vorne deine Chancen nicht und deswegen bringst du dich immer selber in die Situation, dass du entweder zittern musst, weil du noch unbedingt ein Tor schießen musst, um zu gewinnen oder ja, du hast halt nicht genügend Vorsprung, um ein Tor verschmerzen zu können, also so wie jetzt gegen Regensburg, das bedeutet dann meistens, wenn du ein Tor gefängst, dass deine zwei Punkte flöten gehen. Ja, also ich glaube, das ist einfach der fehlenden Konsequenz geschuldet, dass der VfB die Spiele bislang nicht souveräner so runterspielt. wird kommen. Trotzdem, ich glaube halt, dieses Bewusstsein, dass man genauso viel Energie dafür investieren muss, aus dem 1-0 ein 2-0 zu machen, wie aus dem 0-0 ein 1-0 oder 0-1 zu machen, das fehlt halt noch so ein bisschen, also das ist glaube ich gerade so für die zweite Liga ein Geheimrezept, dass du halt einfach zwei Tore Vorsprung brauchst, so ein bisschen safe zu sein und das wird noch kommen, denke ich, aber ja, gerade ist halt immer noch so ein bisschen knapp und ein bisschen Glück dabei, dass man bisher noch kein Spiel verloren hat, ja, aber wie gesagt, ich sehe da auch die Lernkurve bei Trainer, Team und Mannschaft, dass das besser werden wird. Also das soll es gewesen sein für die Mailbox für heute, 0-7-11 für Stuttgart 25-28-16-04, wenn auch ihr mal ja auf der Mailbox vertreten sein wollt, ruft an, am liebsten natürlich dann am Spieltag aus dem Stadion, auf dem Weg zum Stadion kann man anrufen, wenn man nach Hause fährt und die Aktion gilt weiterhin, wenn ihr irgendwo einen VfB-Spieler trefft, ruft an und sagt uns, wo ihr den getroffen habt. Also gerne. Und lasst ihn am besten auch gleich ins Handy sprechen. Ein Testimonial, genau. Aber ich würde es besser finden, wenn er, ach nee, komm, das spare ich mir jetzt. Gut, kommen wir zum Spiel. Ich sag's nix. Ich bin ruhig. Spiel gegen Fürth, das ist das nächste Spiel, darum soll es jetzt gehen, Sebastian. Das ist unser Gegner am kommenden Samstag um 13 Uhr im Neckarstadion und bevor ich jetzt das hier kundgebe oder erzähle, was ich herausfinden konnte und welchen Eindruck ich bislang habe von Fürth, frage ich dich einfach mal, hast du irgendwelche Eindrücke von Fürth gewonnen in der, oder in den ersten sechs Zweitligaspielen bislang? Nee, ich kann nur sagen, dass es ein Spitzenspiel ist, ne? Also es ist, gut, ich darf dir jetzt nicht sagen, wo der VfB aktuell steht, aber gestern Abend war VfB noch Erster und jetzt ist VfB, und Gräuter Fürth ist Vierter, also, und die sind halt nur drei Punkte hinter uns, ne? Also die sind richtig, richtig gut gestartet, bringen mit Green und noch jemanden, glaube ich, einen ehemaligen VfB-Spieler mit. Ja, genau, der Herr Sapey, also, das wird auch eine anspruchsvolle Aufgabe, glaube ich. Also Fürth, mein Eindruck von Fürth ist folgender, also erstmal muss man sagen, sie haben aus meiner Sicht einen guten Trainer, mit Stefan Leitl, das ist, glaube ich, ein guter Mann an der Seitenlinie, aber insgesamt, würde ich sagen, spiegelt der Tabellenplatz nicht ganz die Qualität von Fürth wieder, ich sehe sie ein bisschen schwächer, ist für mich solides Mittelmaß in der zweiten Liga, Auftaktniederlage gegen Aue, da hat man gesehen, woran es mangelt, und zwar haben sie einfach Probleme, vor allem in der Defensive, da fehlt so ein bisschen die Schnelligkeit, vor allem bei, wie heißt der Kollege vom VfB, der beim VfB gespielt hat, Caligiuri, der ja immer noch Fußball spielt, also nicht der von Schalke, sondern eben der von Kreut auf Fürth, da bin ich immer wieder überrascht, dass er immer noch aktiv ist, gefühlt hat er seine Karriere mit Kourani irgendwann mal beendet, aber ja, er spielt immer noch für Fürth, Mavray ist inzwischen Führter, auch ihm fehlt so ein bisschen das Tempo, also da sind sie einfach anfällig, dazu kommt, dass sie auch anfällig sind, wenn du schnell über die Flügel angreifst und dann mit Flanken operierst, wobei die normale Flanke, so wie man sie kennt, Insua-Flanke, Insua-Flanke, Terrode-Tor, das würde glaube ich gegen Mavray nicht so leicht funktionieren, aber wenn du dann natürlich mit einem etwas agileren Außenstürmer vielleicht agierst, Silas wäre da ein Kandidat, der zur Grundlinie marschiert, nach hinten ablegt oder von mir aus einfach nur einen Pass an die Strafraumkante spielt oder so, da kannst du die Jungs schon echt schwindlig spielen, also die sind da einfach anfällig und genau das konnte man auch gegen Aue sehen, da haben sie einfach ihre Defizite, danach fünf Spiele unbesiegt, das ist schon mal gut, gar keine Frage, bester Saisonstart seit sechs Jahren oder so, also die Tendenz an sich sieht alles hervorragend aus für Fürth, aber ich glaube, sie haben das eine oder andere Mal wirklich, wirklich Glück gehabt, dass sie Spiele unentschieden gespielt haben oder sogar gewonnen, also ich glaube, sie haben ein bisschen oder stehen ein bisschen zu gut da für das, was sie eigentlich spielen, andererseits muss man hervorheben, dass sie eine richtig, richtig starke Offensive haben, mit Nielsen, der aus Düsseldorf kam, Herr Gotter aus Frankfurt, auch ein guter Spieler eigentlich, also ich kann mich erinnern, ich glaube, als der VfB abgestiegen ist 2016, wurde der auch mal mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht und ich hatte da echt Bock auf den Spieler, in Frankfurt hat es da nicht ganz funktioniert, jetzt in Fürth sieht es etwas besser aus für ihn, aber das ist ein guter Offensivspieler, ein guter Stürmer, Stefaniak, da haben wir ja auch noch die ein oder andere Erinnerung hier in Stuttgart, ich erinnere da nur an das Spiel gegen Dresden, auch ein guter, Keita Ruell, klasse Stürmer, der manchmal ein bisschen lethargisch daherkommt, aber der bringt die Qualität mit, gar keine Frage, Julian Green, super gefährlich aus der Distanz und auch sonst für das Spiel von Fürth wirklich sukzessive immer wichtiger geworden und jetzt ist er absolut, also ich würde schon fast sagen, ein Führungsspieler für Fürth und auch ein Unterschiedsspieler, richtig guter Mann, Siguin, der aus Wolfsburg kam, ist ein toller Mann, also insgesamt hat Fürth eigentlich eine sehr gute Offensive für die zweite Liga und eine eher durchschnittliche Defensive, deswegen, ja, ich glaube, dass es da noch genügend Gegner geben wird, die gegen Fürth gewinnen, aber es wird auch viele Mannschaften geben, die sich sehr, sehr schwer tun werden gegen Fürth. Ich vermute mal, dass der VfB hier wirklich darauf Wert legen muss, Tempo ins Spiel zu bringen, um den Gegner ständig zu beschäftigen und natürlich auch Tore zu erzielen, das ist die beste Methode, um Caligiuri und Mavrai einfach wirklich auszuspielen mit Tempo, wenn du, sag ich mal, so rangehst wie gegen Aue, kann das böse enden für den VfB, also gerade durch die starke Offensive, durch die Qualität, die du hast mit Stefaniak, mit Green, ich habe die gerade da aufgezählt und natürlich vor allem dann die Stürmer, kann das echt böse enden für uns, deswegen ist es wichtig, hier das Tempo hochzuhalten, natürlich in Führung zu gehen, alles andere wäre fast schon Gift für uns, weil ich glaube wirklich, dass sich Fürth in so einer Situation, wo sie kontern können, dann wirklich sehr, sehr wohl fühlen und ja, einfach uns gefährlich werden können, also ich sehe uns klar, als klaren Favoriten, aber du brauchst wirklich 90 Minuten Feuerwerk, ansonsten wird das eine enge Kiste, ich sage jetzt mal nicht, dass wir das dann direkt verlieren, aber es könnte dann nur ein Unentschieden werden und es wäre echt schade. Was auch noch dazu kommt, und da bin ich fertig hier mit meinem Ausblick auf Gräuter Fürth, sie haben mit Sascha Burchardt einen richtig guten Torhüter, den musst du erstmal überwinden und du hast ja schon angesprochen, Hans Nulu-Sarpay, der spielt wirklich eine richtig gute Saison bisher, also für mich sind Sarpay, Green und Paul Siguin so die Unterschiedsspieler schlechthin aktuell bei Fürth, der Meierhöfer hat eine gute Phase gehabt, dann hat er sich leider verletzt, klappt Meniskus oder so, also etwas größer die Verletzung und er wird länger ausfallen, aber gerade Siguin, Green und Sarpay, das sind wirklich richtig, richtig gute Spieler, die auch wirklich einen richtig guten Lauf haben, einfach und ja, da gilt es halt dagegen zu halten und das wird interessant werden, also ich würde es ein bisschen stärker einschätzen als Regensburg, auch stärker als Bochum, ich würde die so in die Kategorie Heidenheim mit etwas mehr Offensivqualität, so würde ich die ungefähr einordnen. Ja, genau, aber das ist ja das Ding, du nennst jetzt halt bei Gräuter Fürth die beim VfB aussortierten Sarpay und Green plus den bei Wolfsburg aussortierten Seguin als Unterschiedsspieler und also ich glaube, dass Gräuter Fürth wirklich Qualität hat, aber da muss man sagen, also wenn es der VfB dann am Samstagmittag vor fast ausverkauften Haus dann nicht schafft, gegen dieses Gräuter Fürth irgendwie drei Punkte zu holen, dann ist man halt auch selber schuld, also das ist halt dieses, da kommt der 45 Millionen Euro Kader und spielt halt gegen einen 9 Millionen Euro Kader und da muss ein Sieg, eine Selbstverständlichkeit sein, da gibt es halt keinen Weg dran vorbei einfach. Dann kommen wir schon zum Startelf-Tipp, Sebastian, und da muss ich natürlich erstmal aufklären, erstmal gibt es Schelte, irgendjemand hat auf Twitter gesagt, unsere Startelf-Tipps wären genauso scheiße wie, das bringe ich jetzt mal auf den Punkt, Olafs Orakel-Line, ja, erstmal muss ich dazu sagen, das ist ja ein übler Diss, ich meine, deine Katze frisst ständig die falschen Häppchen und ich meine, so schlecht waren ja unsere Startelf-Tipps jetzt nicht, oder? So, jetzt kommen wir erstmal zur Katze, die ist immer noch 7 und 0, also das muss man erstmal dazu sagen, also jetzt gegen Jan Regensburg war es für das Tier auch unheimlich schwer den Unterschied festzustellen, diese Katze ist getrimmt auf weiß und rot, und jetzt hat Regensburg eben genau so ein Logo, das kann ich dem Kader überhaupt nicht übel nehmen, dass er gar nicht mehr weiß, wohin muss jetzt mit seinen ganzen Gefühlen, der ist ja völlig im Wahn, man darf ja nicht vergessen, dass diese Katze einfach auf den Punkt performen muss, und da muss ich sagen, ist es schon herausragend, dass der Kader sich immer zumindest für einen Verein entscheidet, in dem Fall die Farben stimmen, deswegen sag ich, so wie es ist, Olaf 8 und 0, ungeschlagen bislang als Orakel, und jetzt wird auch langsam mein Sponsoring fällig, ich hab das mal versucht mit so einem teureren Luxus-Katzenfutterhersteller, der aber nicht drauf eingegangen ist, ist mir egal, jetzt versuch ich es halt mit Schäber, so, das mal dazu. Es gibt noch was teureres als Schäber, natürlich, Schäber ist Abfall. mit der Petersilie auf dem Katzenfutter. Schäber ist sowas wie, weiß ich nicht, ein Döner für 2,50. Echt jetzt? Ja, ja, das ist nicht das Premium-Katzenfutter, da musst du schon ein bisschen teurer, ja, da fehlt mir die Expertise, aber ein Sponsoring wäre auf jeden Fall gut, und ich wende, wenn wir halt ein Katzenfutter-Sponsoring hätten, dann müssten wir uns doch gar nicht dem Vorwurf der Vorteilsnahme aussetzen, weil wir würden das ja garantiert nicht essen, also, oder wenn ihr einen Mäusehandel habt. Ihr Premium-Schäbers, meldet euch, ja. So, dann kommen wir jetzt zum sechsten Spieltag, ja, da wurden wir angefeindet, unsere Stadthelf-Tipps wären so scheiße. So, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir was, ich hatte 9 von 11 Spielern richtig, und Zosas Ausfall, ja, den konnte man nun wirklich am Montag noch nicht erahnen, ja, Absolut, ja. So, da muss ich sagen, dann habe ich eigentlich, wenn Zosa fit gewesen wäre, hätte der gespielt, 10 von 11 Spielern richtig, also bis auf Förster, dass er für Castro gespielt hat, habe ich alles richtig vorhergesagt, und dann pisst mich da einer auf Twitter an, und meint, ich würde hier die ganze Zeit die Stadthelf-Tipps verhunzen, also das kann ja wohl nicht wahr sein, das muss er erstmal so hinbekommen, so, und Sebastian, auch du bekommst von mir fette Props, wie wir Jugendmenschen das so sagen, genau, wie jungen Leute, 8 von 11 hast du richtig gehabt, beim Stadthelf-Tipp, und auch dir billige ich diesen einen Punkt zu, Sosa's Auswahl, konnten wir einfach nicht berücksichtigen, auch du hast hier 9 von 11 Stadtspielern richtig vorhergesagt, genau, und letzte Woche schon, hätte Tim Walter 11 meiner Tipps aufgestellt, wäre das kein knappes 2 zu 3 gewesen, sondern halt ein klares 1 zu 5, ne, also das ist ja, ich erinnere dich daran, dass du Al-Ghadoui aufstellen wolltest, das hätte glaube ich was gebracht, da gebe ich dir recht, aber auch Karasor, auf die 6, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, Ja, da habe ich halt einen Kompromiss gemacht, wegen Tim Walter, aber Al-Ghadoui hat getroffen, hätte der, ich meine, der hat jetzt in 5 Minuten einmal getroffen, ich könnte jetzt vorrechnen, was der in 90 Minuten getroffen hätte, hätte wahrscheinlich 10, 10-2 gewonnen oder so. Ja, Ottmar Hitzfeld ist froh, dass sich Tim Walter dagegen entschieden hat, so bleibt der Rekord, Fußball ist keine Mathematik, genau, in Lörrach, gut, dann kommen wir zum Startelf-Tipp, gegen Fürth, Sebastian, und wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass Kobel und Stenzel bei uns beiden gesetzt sind, von daher können wir das direkt, wieder überspringen, und du hast eigentlich auch schon durchblicken lassen, dass Badstuber und Kempf gesetzt sind, und da würde ich auch einen Haken dahinter machen, bleibt das dabei? absolut, ich meine, Kempf ist Kapitän, der wird sowieso spielen, Badstuber hatte, ich meine, Torschützer gegen Regensburg, hatte, glaube ich, eine halbwegs unglückliche Situation, wo er den Ball irgendwie auf den Kopf bekommt, nach hinten irgendwie zur Ecke klärt, aber der war ja auch bockstark, also ich glaube, drei von vier der Viererkette sind gesetzt, und dann ist halt die Frage, wie geht es eigentlich Borna Sosa? Da kommen wir gleich zu, ich möchte hier noch kurz einen kleinen Technik-Talk mit einfließen lassen, Sebastian, ich weiß nicht, welche magischen Fähigkeiten du hast, aber du kommst bei mir immer leiser an, also, es wird, es wird immer ein bisschen leiser, ich weiß nicht, ob wir das noch optimieren können, ich schneide das jetzt auch nicht raus, damit die Leute mal sehen, was das für ein Aufwand ist, so einen Podcast zu produzieren, deswegen machen wir jetzt den alten Winnetou-Test, One-Two-One-Two-Winnetou, das musst du jetzt praktisch sagen, damit wir das mal testen können, wie laut du bist. Echt jetzt, ich sage One-Two-One-Two-Winnetou, ich könnte das Mikro noch ein bisschen näher an meinen Mund halten, aber ich werde, glaube ich, nicht leiser jetzt über die Sendezeit verteilt. So, das ziehen wir jetzt einfach so durch, jetzt wisst ihr, wie es bei uns hier zugeht, aber auch hier das Versprechen, wir arbeiten fieberhaft an einer Lösung. Zurück zum Start-Left-Tipp, du hast absolut recht, Sosa, ist er fit oder nicht? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, so ein Infekt oder so eine Erkältung, die sollte ihn wirklich jetzt nicht länger als, weiß ich nicht, fünf Tage außer Gefecht setzen, der müsste eigentlich nächsten Samstag wieder auflaufen dürfen. Ich entscheide mich. Ich würde auch sagen, nach der Leistung von Emiliano Nzuha gegen Regensburg ist Borna Sosa gegen Kreuter Fürth auf jeden Fall fit und selbst wenn Tim Walter ihm irgendwelche Medikamente noch verabreichen muss. Also meine Viererkette ist Sosa, Badstuberkämpf, Stenzel und Kobel im Tor. So sieht es bei mir auch aus. Dann kommen wir ins Mittelfeld und ja, da ist im Endeffekt jetzt wieder mal die Frage, für welche Option entscheidet sich Walter? Also am naheliegendsten wäre natürlich zu sagen, Mangala, Klement, Förster, die Davi. Also genauso wie gegen Regensburg. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Klement seinen Startplatz nicht verteidigen konnte in Regensburg. Also das ist für mich der Wackelkandidat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Förster rausfliegt, dafür hat er zu gut gespielt, ist also gesetzt. Die Davi, Tor vorbereitet, haben wir ja auch drüber gesprochen, ist gesetzt. Mangala, das wäre absolut bescheuert, den jetzt von der Sechse zu nehmen. Nicht rausnehmen nach der Leistung, gar keine Frage. Jetzt ist halt die Frage, wen bringst du für Klement, wenn du den rausnehmen würdest? Dann hast du Castro, Klimowitz, ich nenne ihn jetzt einfach mal als Option und von mir aus Mangala dann auf die Position und Karaso dann wieder auf die Sechs, aber das macht für mich keinen Sinn. Aber Castro und Klimowitz machen für mich auch keinen Sinn im Vergleich zu Klement. Was sagst du denn? Also ich lege mich fest, die Raute ist die gleiche wie in Regensburg. Mangala, Förster, Klement, die Davi. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ändert, weil ich meine, Klement hat jetzt nicht so gut gespielt, aber er hat gegen Bochum gut gespielt, es kriegt das nächste Heimspiel. Also ich glaube, ein Spiel gibt ihm Tim Walter auf jeden Fall noch, um sich zu beweisen. Das Problem ist, ich wüsste nicht, wen ich für Klement aufstellen würde. Also Castro auf links, finde ich Klement besser, Klimowitz, wenn der, wenn der, die Robustheit mit, aber nee, das macht auch keinen Quatsch, macht auch keinen Sinn, Klement, Klement bin ich schon wieder, bei Klimowitz weiß er halt auch, der spielt nicht so Bälle wie Klement, der hat nicht die Qualitäten, was Standards angeht, nee, ich gehe auch mit der gleichen Mittelfeldaufstellung wie gegen Regensburg ins Spiel, Mangala, Klement, Förster, die Davi. So, bis jetzt haben wir alles genau gleich vorhergesagt, dann kommen wir jetzt zum Sturm. Wie siehst du es da? Ja, ich glaube auch da laufen wieder González und Silas auf, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe so das Gefühl gehabt, wir haben gegen Regensburg unsere Startelf gesehen für die nächsten fünf, sechs, sieben, drölf Spiele, es sei denn, irgendjemand verletzt sich, also mit Ausnahme von Insur, der denke ich wieder weichen muss, wenn Sosa wieder fit ist, aber ansonsten sehe ich da keinen großen Grund zu wechseln, es sei denn, irgendjemand tut sich negativ hervor und du hast auf der Bank dann halt irgendwie noch gute Leute, aber ich glaube auch, ja, wie gesagt, vorne González hat ein Tor geschossen, Silas hat gezeigt, was er drauf hat, da sehe ich keinen Grund zu wechseln, auch im Heimspiel dann nicht. Also ich gehe auch mit und sage, González und Silas werden beginnen, ich bin aber ehrlich, ich hätte mir auch vorstellen können, dass Al-Ghadoui eine Chance bekommt, und zwar für Silas, der natürlich jetzt viel gespielt hat, auch viel auf die Knochen bekommen hat und manchmal ist es gar nicht so schlecht für so einen Spieler dann einfach mal eine Pause zu bekommen und vielleicht von der Bank dann eben, ja, eingewechselt zu werden und dann nochmal aufdrehen zu können. Das ist auch eine gar nicht so dumme Taktik, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, gegen Fürth musst du mit Tempo und mit Sicherheit dann auch mit der Dynamik versuchen, nach vorne zu kommen, wie sie halt einen Silas mitbringt und es macht einfach keinen Sinn für mich, dann einen Al-Ghadoui da hinzustellen. Es ist ja wirklich so, wenn du auf der anderen Seite so einen agilen Spieler hast wie Silas, der muss da einfach spielen, das ist genau der richtige Spielertyp, um Caligiuri einen Knoten im Kopf zu tanzen, also das müssen wir eigentlich so machen. Sebastian, Genau, das ist ja genau der Punkt, wo wir dann auch irgendwie einen überragenden Kader für die zweite Liga haben, wo du sagst, Silas hat jetzt irgendwie doch relativ viel gespielt, dem gönnen wir eine Pause, dann bringst du einen Al-Ghadoui oder vielleicht sogar einen Gomes, wenn er wieder fit ist und jetzt bei einem Förster kannst du sagen, hey, der scheint mir noch ein bisschen unsicher, hat zwar in Regensburg gut gespielt, aber will ich den jetzt vor knapp 60.000 bringen? Nee, da mache ich meine B-Lösung und die heißt dann zum Beispiel Gonzalo Castro, das ist halt eine Gemengelage, andere Zweifelgisten schlackern da mit den Ohren, also du hast halt wahnsinnig viele Optionen und kannst da viel machen, aber klar, Silas und Förster sind so die einzigen beiden, wo ich sage, die könnte man rausnehmen und nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern einfach aufgrund der äußeren Umstände, der eine ist irgendwie 19 und kommt aus Frankreich, der andere kommt aus Sandhausen, dass man sagt, hey, die führe ich mal langsam heran, aber andererseits gibt es erstmal gar keinen Grund, irgendwas zu wechseln an der Regensburg-Elf. Also, Sebastian und ich zum ersten Mal mit der gleichen Aufstellung, mal gucken, wie das jetzt für uns ausgeht, das heißt, Sebastian wird definitiv nicht aufholen können, das ist schon mal gut. Er hätte jetzt nur noch taktisch vorgehen bei dem Tipp, nein, natürlich nicht. Und ja, für alle anderen, die das hier bemängeln und es viel besser machen, würden könnten, wie auch immer, ihr könnt ja eure Aufstellung gerne an den Twitter-Account von STR senden, at vfbstr oder auf Facebook at vf3str oder Instagram at vfbstr. Also, schickt ruhig eure Startelf-Tipps und dann gucken wir mal, wie ihr so abschneidet und ob ihr es besser könnt als der Sebastian oder ich. Ihr könnt es natürlich auch an die Hotline einsprechen. Nein! An die Hotline einsprechen. Nein? Könnt ihr nicht. Nein, könnt ihr nicht. Das geht gar nicht. Da schaltet ihr sofort ab. Das geht nicht. Nein, ich sag's deswegen, weil ich dann wieder so weit, die kann ich ja nicht verarbeiten, diese Anrufe, wie jemand seine Aufstellung vorliest. Also, das bringt ja jetzt der Mailbox relativ wenig, wenn ich dann 24 Anrufe einspiele, wie Leute ihre Aufstellung vorlesen. Ich hätte dann vielleicht die eigentlich Richtige, wenn einer dabei wäre, aber... Ich schneide einfach eine Richtige zusammen, genau. Es ruft einer an, der alle Spielernamen einmal sagt. Ich schneide sie dann richtig zusammen jedes Mal und sagt, Mensch, der so und so, der... Ja, Wahnsinn, ja. Wirklich, das ist das Orakel eigentlich. Genau, der Gustav, Gustav Anton Lieser hat komplett die richtige Aufstellung vorausgesagt. Also, ihr merkt schon, da ist noch einiges möglich bei der 07-11 für Stuttgart 25 28 16. Und das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, wir würden uns sehr freuen, wenn Carl aus Birmingham wieder anruft, weil der fehlt jetzt seit zwei Mailboxen und das wäre für uns immer so ein bisschen das Highlight jeder Mailbox und wir vermissen dich, Carl. Ja, ruf wieder an, wir machen uns auch ein bisschen Sorgen. Kommen wir zu einem anderen Thema und auch über jemanden, ja, der uns Sorge bereitet, nämlich Santiago Ascaciba, Sebastians Lieblingsspieler, vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon geändert. Nein. Gut, dann wird es jetzt gleich hitzig, denn es hat sich ja einiges zugetragen rund um den, wie nennt die Bild-Heroin, den Gift-Gaucho. Das ist natürlich auch wieder, ja, die Speerspitze der Intellektualität schlägt da wieder zu, der Gift-Gaucho, Santiago Ascaciba. Gut, sei es drum. Also nochmal kurz die Fakten zusammengetragen und ein paar neue Erkenntnisse. Es war wohl so, dass Santiago Ascaciba nach dem Aue-Spiel das Gespräch mit Tim Walter gesucht hat und ihm klargemacht hat, dass er in Zukunft zum einen immer spielt, also Stammplatzgarantie und zum anderen auch noch eine Positionsgarantie bekommt als Sechser. So, und Tim Walter, da wäre ich gerne dabei gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo Santiago Ascaciba 1,60 oder wie groß er ist, vor 2,02 Meter Tim Walter steht und ihm erklären möchte, dass er in Zukunft immer auf der Sechs spielt. Also das Gespräch, hoffentlich wurde das irgendwo aufgezeichnet und wird mal, weiß ich nicht, geleakt oder so. Das wäre toll. Kannst du das leaks, ja. Überraschenderweise hat sich Tim Walter auf diesen Kuhhandel nicht eingelassen und hat gesagt, weißt du was, du kannst ja mal einen Buckel runterrutschen. Und das hat Santiago Ascaciba doch sehr verletzt. So sehr, dass er sich gedacht hat, Mensch, dann gehe ich. So, leck mir mal Arsch. Dann könnt ihr mal gucken, wie er ohne mich hier in Stuttgart klarkommt. Und er hat wahrscheinlich dann seinen Berater beauftragt, einen passenden Verein zu finden. Der wurde dann auch gefunden. Und zwar war das Betis Sevilla. Man konnte sich dann wohl mit dem Verein auch einigen, Spieler und auch der VfB. Aber dann hat sich Betis Sevilla gedacht, ah, ist vielleicht doch ein bisschen teuer. Lassen wir mal bleiben. Und ja, Pech für Santi, denn somit ist der Wechsel, ja, einfach erstmal, dann hat sich zerschlagen. So könnte man sagen. So, dann war es natürlich so, dass der VfB eigentlich überhaupt keinen Bock auf Spieler hat, die sich so verhalten, ja, unkollegial, sich dem Leistungsprinzip nicht unterordnen. Denn dementsprechend musste Santiago Azcaciba erstmal sanktioniert werden. Das führte dazu, dass er im Spiel gegen Bochum zunächst einfach nicht berücksichtigt wurde, sprich nicht im Kader stand. Und ja, ich weiß nicht, ob er da schon suspendiert wurde, aber de facto wurde er jetzt suspendiert bis kommenden Sonntag, also bis nach dem Spiel gegen Fürth. Und darf sich dann wieder Hoffnungen machen, dass er einen Kaderplatz ergattern kann. Das ist aber immer noch nicht alles. Also diese Stammplatzgarantie, die er nämlich gefordert hat von Tim Walter, das hat er so in der Art und Weise schon mal versucht. Und zwar ging es damals darum, dass Santiago Azcaciba nach dem Ausfall von Andi Beck, ich weiß nicht mehr genau wann, das war, ich glaube im März oder so, muss es gewesen sein, unter Tim, nicht Tim Walter, unter, wie ist denn der nochmal? Weinzierl. Wie ist denn der mit Vornamen? Markus. Markus Weinzierl, genau. Habe ich komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis. Nicht zu Unrecht. Da sollte er als Rechtsverteidiger aushelfen. Ist ja auch egal, wann es zeitlich war. Auf jeden Fall hat sich Santiago Azcaciba geweigert, hat gesagt, nö, das macht er nicht. Und dann wollte eigentlich Markus Weinzierl auch mal den Spieler sanktionieren, weil er gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich dich auch als Rechtsverteidiger aufstellen möchte, dann spielst du da. Und er hat sich, wie gesagt, geweigert. Und die damalige sportliche Führung, also Michael Reschke, hat sich aber, ja, letzten Endes auf die Seite des Spielers gestellt und man hat von einer Sanktionierung abgesehen. Das sind natürlich Dinge, die jetzt erst ans Tageslicht kamen und, ja, bislang uns so ein bisschen vorenthalten blieben, muss man so sagen. Bevor wir jetzt hier noch weiter drüber reden, was sich dann noch alles so zugetragen hat, erstmal bis hierhin, Sebastian. Wie wertest du diese neuen Erkenntnisse und ändert das deine Meinung über Santiago Ascaciba grundlegend? Nee, also grundlegend nicht, weil ich immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, das eine ist ja, wie er sich auf den Platz gibt, wie er sich abseits des Platzes gibt und das andere sind halt diese Verhandlungsgeschichten und für mich drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, als ob er komplett falsch beraten wird. Also ich weiß nicht, wer sein Berater ist, aber es klingt für mich jetzt nicht unbedingt so, als ob sein Berater das Beste für seinen Klienten macht, sondern eher so das Beste für sich, weil, ja, wir haben ja so ein paar Anekdoten, die wir auch wissen halt, dass Santiago Ascaciba nach seiner roten Karte wegen dieser Spuckattacke irgendwie heulend in seinem Auto saß und wenn man ihn halt immer so sieht, man traut ihm irgendwie diese, diese, ja, diese Kaltblütigkeit oder dieses Intrigieren einfach nicht zu. Das, was jetzt da gerade irgendwie abläuft, das passt nicht wirklich zu ihm und da würde ich mal gerne wissen, ist er das oder ist das halt einer seiner Berater oder sind es viele Berater? Also ich halte nach wie vor große Stücke von ihm. Ich finde es allerdings auch sehr konsequent und sehr gut, wie der VfB jetzt in dieser Angelegenheit reagiert und ihm, also Santiago Ascaciba, aber auch jedem anderen Spieler klar macht, kein Spieler ist größer als der Verein. Es geht jetzt um Aufstieg und es geht halt ums Team und wer da halt nicht mitzieht, der ist halt raus, egal welchen Marktwert er hat. Das finde ich auch gut und ich habe nach wie vor so die ganz kleine Hoffnung, dass Verein und Spieler da vielleicht doch irgendwie wieder zusammenkommen. Also wenn ich Santiago Ascaciba wäre und über mich würden solche Gerüchte dann doch vertrauenswürdigen Blatt erscheinen. Also es kam vom Kicker diese Meldung, dass er unter Weinzierl schon mal sich geweigert hat, eine Position einzunehmen und eben jetzt die Probleme mit Walter wurden auch über den Kicker nach außen getragen. Das ist ja eigentlich schon eine vertrauenswürdige Quelle. Also wenn so ein Blatt das über mich schreibt, dann würde ich als Spieler mich dazu irgendwie äußern, wenn es nicht der Fall wäre. Also wenn das jetzt wirklich irgendwie durch meinen Berater zustande gekommen wäre oder so würde ich, das wäre das Erste. Als Zeichen würde ich meinen Berater sofort rausschmeißen, wenn das geht. Ich weiß, da gibt es ja auch Verträge und so, aber da kann man sich ja dann schon irgendwo positionieren. Und es deutet jetzt darauf hin, dass er ja weiter sich nach einem neuen Verein umsucht beziehungsweise der Berater versucht, ihn jetzt in Argentinien angeblich unterzubringen. Da wurde jetzt, glaube ich, heute das Gerücht mehrfach aufgeworfen, dass er wieder zurückwechseln würde zu Klub, wie sind die? Estudiantes de la Plata oder sowas in der Art. Also sein Ex-Klub, da würde er wohl angeblich dann gerne wieder spielen und es wäre wohl möglich, dass der VfB ihn dorthin verleiht und vielleicht dann sogar eine Kaufoption verankert oder so. Also diese Gerüchte halten sich ja hartnäckig und dass er ja unbedingt nach Sevilla wollte, scheint ja auch zu stimmen. Also deswegen kommt er bei mir da nicht so einfach davon. Ja, also ich sage so, wie es ist, für mich hat sich das Thema Ascaciba erledigt. Es gibt einfach keinen Grund für einen Spieler zu einem Trainer zu gehen und zu sagen, ich spiele nur noch da oder da. Das geht einfach nicht. Fakt. Punkt. Aus. Du spielst da, wo der Trainer dich hinstellt und wenn der Trainer dich hinters Tor stellt, damit du Gregor Kobel ab und zu mal die Handschuhe mit dem Handtuch abwischst, dann ist das dein Job. Alles andere kannst du intern klären, aber nicht nach außen tragen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass du nicht versuchst, dich mit irgendwelchen so Neymar-Attacken vom Verein wegzupressen. Wo kommt man denn da hin? Der Verein hat dir Vertrauen geschenkt, der hat dich bezahlt, bezahlt dich immer noch. Also darum geht es ja auch. Also der Vertrag, mag sein, dass es nur ein Stück Papier ist, aber du hast dich ja da auch verpflichtet, dich hier vernünftig zu verhalten und dann eben auch eine Leistung zu erbringen für das, was man dir hier bezahlt. Und die spreche ich ihm in dem Moment ab, wo er sagt, ich spiele oder ich wechsle. Damit ist das Thema halt für mich dann schon erledigt. Dann brauche ich diesen Spielen ja nicht mehr. Und ich gehe gleich noch weiter. Ich finde dieses ganze Verhalten auch zum Beispiel von Nico Gonzalez, den habe ich vorhin absichtlich gar nicht so sehr angesprochen. Das kotzt mich an. Vor vier Monaten wusste der noch nicht mal, wo Abseits war und jetzt fängt er an hier mit einem Signature-Jubel. Was soll denn der Scheiß? Ey, nee, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn das hin mit Demut? Wo ist denn das hin? Also gegen St. Pauli, da war der Ball schneller als Gonzalez sein Kopf und der rennt jetzt original rum und versucht hier einen Signature-Jubel irgendwie unterzubringen. So was geht mir auf den Sack. So was geht mir auf den Sack. Da muss ich sofort an Zorniger denken, wie der abgegangen ist, als Werner ja seine Kusshände durch die Gegend geschoben hat. So was geht für mich nicht und so was geht auch nicht von einem Ascaciba, egal welcher Spieler das ist. Du spielst da, wo der Trainer dich hinstellt. Wenn du da nicht spielen willst, dann gehst du nach Hause. So und sonst nirgendwo hin. Nicht zu einem anderen Verein und du verhältst dich auch nicht so scheiße, dass dich deine sportliche Führung dafür sanktionieren muss. Weil ganz ehrlich, diese Sanktionen, die sie jetzt da verhängt haben, zum einen die 5000 Euro, die natürlich lachhaft sind für so einen... Gut, das ist irgendwie ein Stundenlohn halt. Ja. Gar keine Frage, ja. Aber dieses, du trainierst nicht mit der Mannschaft, das ist ja fast schon eine Bloßstellung für den Spieler. Also zwei Wochen darfst du nicht mit der Mannschaft trainieren. Das ist schon eine harte Sanktion. Also aus dem Kader gestrichen zu werden, finde ich fast akzeptabler oder als Spieler würde ich damit eher klarkommen, als dann bei den Trainingseinheiten nicht mit der Mannschaft trainieren zu dürfen. Das, finde ich, ist ein richtig krasser Fingerzeig. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das hier einfach nur so eine Nummer ist, die irgendwie hochgebauscht wird vom Kicker oder so. Also hier ist auf jeden Fall was vorgefallen, das man so nicht akzeptieren kann. Und ich glaube auch, dass das sowohl Sven Mislenthal wie auch Thomas Hitzesberger und natürlich auch Tim Walter kein Problem damit haben, wenn Santiago Ascaciba jetzt noch Argentinien verliehen wird oder so. Weil für mich ist hier irgendwie das Vertrauensverhältnis komplett dahin. Also ein Spieler, der sich so verhält, zweimal innerhalb von einem Jahr, da ist es vorbei. Egal, was das für ein Typ ist, ich mag den ja auch auf dem Platz, aber er ist überhaupt nicht in der Position, dass er solche Ansprüche geltend machen kann. Denn, das muss ich auch noch sagen, wenn ich jetzt Santiago Ascaciba bin und mir anschaue, was ein Karasor investiert ins Spiel und was er leistet, was Walter von ihm verlangt und was er dann auch abruft als Sechser und was ein Orel Mangala zeigt, dann muss ich einfach mich so gut einschätzen können, dass ich sage, okay, ich weiß, ich kann kämpfen, ich kann die Leute einfach kaputt machen auf dem Platz und das meine ich nur nicht mal, ich meine das eher sinnbildlich, ihr wisst schon, was ich meine, ja, das kann ich alles, aber ich kann halt einfach kein Spiel lenken, ich kann kein Spiel temperieren, ich kann keine feinen Pässe spielen, ich kann nicht mit einem Antritt, weiß ich nicht, meterweise Raum machen und ich kann auch keinen tödlichen Pass spielen, ja, ich kann halt Fußball kämpfen, das ist meine Stärke und das muss er einfach erkennen und er muss sich dann halt weiterentwickeln und aufschließen zu einem Spieler wie Orel Mangala, um dann ein wirklicher Konkurrent zu sein für Mangala und dann auch wieder Ansprüche geltend machen zu können auf der Sechs, aber es funktioniert nur über Leistung und über Trainingseinsatz und nicht über irgendwelche Gespräche mit dem Trainer, das finde ich, aber mir fehlen halt, also das wissen wir nicht, was da intern gelaufen ist und ich möchte da halt auch trennen zwischen dem Spieler und dann vielleicht seinem Berater und ich meine, der Typ ist halt 22 und ich halte ihm halt zugute, dass er dann eventuell schlecht beraten ist und na klar, aber wenn dann halt ein Trainer kommt und der sagt, hey, Santi, du spielst nicht, weil ich habe hier halt meinen Karasor, der kommt aus Kiel und der ist total geil und irgendwie mein Typ und du sitzt auf der Bank und dann siehst du halt, wie der Karasor kickt, ja, dass da halt Unmut entsteht, kann ich verstehen, dass da nach außen getragen wird, kann ich nicht verstehen, also gar keine Frage, ich finde es gut, dass der Verein dann halt sowas sanktioniert, aber ich kann halt dann diese, den grundsätzlichen Unmut halt schon ein Stück weit verstehen und ich gebe da halt zu denken, dass ich halt auch kein großes Talent beim VfB verlieren möchte, weil ein Trainer, der beim VfB eine Halbwertszeit von zehn Monaten hat, eine ganz spezielle Meinung hat und jetzt kann man sagen, den Askasiba in der zweiten Liga, wozu brauchen wir den, wir machen das Spiel, wir haben gefühlt oder hoffentlich 90% Ballbesitz, der hilft ja uns nicht weiter, aber dann guckt man halt mal zurück, wie er halt letzte Saison gespielt hat gegen Leverkusen und gegen Dortmund und wie er halt dann Räume zuläuft und Bälle abfängt und dann kann man sagen, also wenn wir dann hoffentlich aufsteigen, dann brauchen wir ihn und der ist halt 22, hat einen hohen Marktwert und so einen Spieler sollte man auch nicht vergraulen und vielleicht war das diplomatische Geschick auf Seiten des Vereins dann auch nicht ganz so groß, ich denke, da tragen vielleicht beide Seiten so eine Schuld, die Spieler auf jeden Fall mehr, der Verein weniger und ich hoffe, 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 dass es irgendwie zu einer gütlichen Einigung kommt, weil ich glaube, dass er trotzdem ein Spieler ist, der uns in Zukunft relativ viel Freude bescheren könnte, weil wie gesagt, er ist 22 und hat ganz große Defensivfragitäten in der zweiten Liga vielleicht nicht so gefragt sind, aber definitiv nach dem Aufstieg wieder vonnöten sind und ich sehe es halt ein bisschen differenzierter, aber wie du sagst, wenn ein Spieler nicht mitzieht und sein eigenes Schicksal über das des Vereins steht, dann ist es absolut richtig, da klare Kante zu zeigen und sagen, hey, entweder du ziehst mit oder du wechselst halt, gar keine Frage. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt mit Demut, natürlich gebe ich dir absolut recht, man sollte jetzt, sagen wir mal so, dass die Zeit von Santiago Azcaciba hier beim VfB nicht davon abhängig machen, ob Tim Walter ihn gebrauchen kann oder nicht. Das sehe ich genauso wie du. Aber was ich anders sehe, ist, dass wenn ein Spieler sich zweimal innerhalb eines Jahres so verhält, dass er praktisch dem Trainer die Leistung versagt oder dass er nicht das macht, was der Trainer von ihm verlangt. Zum Weinzier sagt er, ich spiele nicht als Rechtsverteidiger und zum Weiter sagt er ja im Endeffekt, ich spiele auch nicht als Achter oder als linker Mittelfeldspieler. Da kannst du dir jemand anderes suchen. Nein, da musst du kurz einschieben, diese Zeit unter Reschke Weinzierl, die möchte ich da echt ausklammern, weil das war halt so ein Trainwreck, also das kannst du halt irgendwie nicht für voll nehmen, was da passiert ist einfach. Ja, aber wenn das ein Fakt ist, dass ein Spieler irgendwie aufmuckt, aber trotzdem, also das ... Ja, aber wenn das, guck mal, aber wenn das ein Fakt ist, ja, immer vorausgesetzt, das stimmt, was der Kicker berichtet, ist es mir scheißegal, unter welchem Trainer das passiert. Wenn ein Spieler darf niemals, schon gar nicht in der Bundesliga und schon gar nicht in der prekären Situation, in der sich der VfB befunden hat, sagen, ich spiele diese Position nicht, weil ich ... Natürlich nicht, gar keine Frage, ja. Und da ist es mir ... Natürlich, ich gebe dir ja recht, dass das Problem damals war halt nur, dass Reschke sich nicht hinter den Trainer in dem Moment gestellt hat. Wenn Weinzierl damals gefordert hat, wir müssen den Spieler sanktionieren, weil das so nicht geht, ja, wenn das wirklich so war, und Reschke sagt dann, nee, das machen wir nicht, dann finde ich das von Reschke einfach schwach, weil er muss seinem Trainer in dem Moment den Rücken stärken. Das merken ja die Spieler, wenn der Trainer dann eben nicht die vorherrückendeckung hat. Und das Nächste ist halt auch, wie er sich dann verhalten hat, also Santiago Ascaciba, als offensichtlich ja eben der VfB oder Tim Walter ihm klargemacht hat, ja, du wirst halt bei uns nicht einen Stammplatz haben, sondern du musst dich dem Konkurrenzkampf stellen. Da war seine Reaktion, ich verlasse den Verein. Oder beziehungsweise hat sein Berater ihn wahrscheinlich empfohlen, dann guck dich mal nach einem anderen Klub um. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also, jetzt fällt mir natürlich kein Name ein, aber von einem, ähm, wie nehmen wir denn da jetzt mal? Also, nehmen wir doch mal das Beispiel Bart Stuber. Der wollte sich auch nach einem anderen Verein umgucken. Aber als er gemerkt hat, ich finde keinen anderen Verein, dann war für ihn klar, ich gebe jetzt hier alles beim VfB. Das ist mein Verein. Und er hat sich dann eine komplette Saison fast auf die Bank gesetzt und in den zwei entscheidenden Relegationenspielen hat er Top-Leistungen gebracht und du hast eigentlich von Holger Bartschuber nie negative Dinge gehört in Richtung Trainer und er hätte genügend Gründe gehabt, mal was zu sagen. Oder was du so zu lancieren. Und, ähm, das gehört halt mit dazu, dass natürlich dein Berater ist zwar dein Berater, aber ich finde es auch immer ein bisschen blöd, wenn du die geilen Sachen dann so verkaufst, als wäre das auf deinen Mist gewachsen. Also, sprich, Santiago Ascaciba hat jetzt alles richtig entschieden, weil er da und da hinwechselt. Und wenn mal was schlecht läuft, dann sagt man auf einmal, ja, er ist ja schlecht beraten. Ja, es ist mir scheiße. Im Endeffekt ist ja ein Berater irgendein Dienstleister, den du als Spieler bezahlst. Und wenn der dich halt fortwährend schlecht berät, dann musst du ihn halt rauswerfen, den neuen suchen. Genau. Und ich habe jetzt mal gerade bei Transfermarkt gehoben, das ist ganz erstaunlich, wenn ich mir den Kader vom VfB Stuttgart angucke, dann ist bei fast allen Spielern ein Berater verzeichnet, sogar bei Borna Sosa, heißt es dann Familienangehörige. Aber bei Santi Ascaciba steht da einfach nichts in der Zeile drin. Also ich habe keine Ahnung, wer ihn berät, aber das ist halt irgendwie für mich so ein bisschen wie damals irgendwie Bukovac bei Timo Hildebrandt oder so. Also du denkst irgendwie, toller Spieler, finde ich total geil, aber was da gerade abläuft, ist halt irgendwie komplette Scheiße. Und also ich, weil ich als Ascaciba-Fan bin halt nach wie vor der Meinung, total cooler Typ, total integer und sein Berater ist kompletter Müll und er ist halt jung und deswegen, ja, lässt er sich halt von dem irgendwie vielleicht dann beeinflussen. Aber dass das halt gerade in die falsche Richtung läuft, ist auch klar und es scheint ja auch mittlerweile so in eine Sackgasse zu laufen, weil sein Heimatverein in Argentinien scheint so der Einzige zu sein, seine letzte Zuflucht, die er nehmen könnte, weil die noch bis übernächsten, also bis morgen in einer Woche, glaube ich, dann noch ein offenes Transferfenster haben in Argentinien. Aber die könnten ja auch nie im Leben seinen Marktwert zahlen und ich weiß gar nicht, auf was für einen Kuhhandel das dann rausläuft, irgendeine komische Laie oder so. Ja, spätestens hier musst du doch als Spieler, ja, also das ist alles gerade ein bisschen vertrackt, die Situation um Aska Sieber. Spätestens hier musst du doch als Spieler hellhörig werden oder hinterfragen, ob du den richtigen Berater hast. Wenn du den Schritt weggehst von diesem Heimatverein, um in Europa Fuß zu fassen und dann wechselst du nach der eigentlichen europäischen Transferperiode wieder dahin, damit ist eigentlich das Kapitel Europa erstmal für dich ad acta gelegt. Er hat ja noch dreieinhalb Jahre Vertrag hier in Stuttgart und hier hat er ja wirklich eine relativ gute Plattform, um sich dann halt zu präsentieren für andere Vereine, sogar in der zweiten Liga, um dann halt in die englische zweite Liga zu wechseln oder sonst wohin und es ist noch nicht so lange her, ein knappes Jahr, dass man sagt, hey, der spielt irgendwie argentinische U21, U23, wird als neuer Kapitän Nationalmannschaft gehandelt, also er hat einen hohen Marktwert und einen Wechsel zurück zu seinem Heimatverein, wäre ja für ihn ein krasser Rückschritt einfach und den er auch aus persönlichen Gründen halt auf jeden Fall vermeiden wollen müsste. Auch 22 hin oder 22 her, mit 22 habe ich meine erste Wohnung gemietet, also da bist du schon geschäftsfähig, da kann ich einfach keine Rücksicht nehmen, nee, das ist mir manchmal zu viel, dieses, ach, der ist erst mit 20 her gewesen, ja, leck mir im Arsch, der ist erwachsen und es gibt genügend Leute, die beginnen da auch ihr Leben und, weiß ich nicht, gehen nach Australien oder sonst irgendwo und machen da ein. Nee, vor allem, wenn du halt siehst, dass Azkassibe halt irgendwie im Winter hier nach Deutschland kam und dann kein halbes Jahr gebraucht hat, um irgendwie Fuß zu passen oder irgendwie ja sofort irgendwie auf 100% war. Ja, aber das verlange ich doch auch von dem Spieler, der 8,5 Millionen kostet. Ja, ja, ja. Ich verstehe, was auch anders, ich sage es anders, wenn er hierher kommt und er braucht etwas länger, um sich einzugewöhnen, dann stehe ich ihm das zu, ja, also dann sage ich, okay, das ist okay, du kommst aus einer ganz anderen Region, du musst dich ja erstmal aktivitieren, Sprache, Menschen und so weiter, stehe ich dir zu, aber ich verlange einfach, dass ein Spieler ihm das Optimale rausholt aus seinen Möglichkeiten und momentan habe ich einfach überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass es um die Leistung von ihm geht, also dass er versucht Leistung zu bringen und sich damit irgendwie ja, zu verbessern, sei es jetzt spielerisch beim VfB oder von mir aus auch dann zu einem anderen Verein zu kommen. Momentan geht es einfach nur darum, dass er wie ein kleines Kind beleidigt ist, dass er nicht auf seiner erdachten Traumposition spielen kann und einfach keinen Bock darauf hat, was ihm der Trainer jetzt sagt und er reagiert wie so ein vermeintlicher Weltstar, indem er sagt, wenn ich hier nicht spiele, dann gehe ich halt, ich könnte, ich betreibe jetzt 100 Vereine finden, bei denen ich spielen kann, so und das ist halt eben nicht der Fall und wenn er hier falsch beraten wird, musst du mit 22 das erkennen, so und wenn du es nicht erkennst, dann trägst du es halt einfach mit und dann trägst du auch die kompletten Konsequenzen. So und da kann ich leider Gottes wenig Verständnis aufbringen für Santiago Ascacibas Alter, sondern das muss er selber merken, wenn er hier falsch beraten ist, dann muss er das selber merken und muss den Mund aufmachen und auf der anderen Seite, wenn er der Meinung ist, er muss das so durchziehen, dann ist er für mich hier auch an der falschen Adresse und ich bin da absolut bei Hitzesberger und auch bei Mislintat, die gesagt haben, Spieler, die diesen Weg hier beim VfB nicht mitgehen möchten, die sind hier nicht mehr erwünscht und da ist mir das egal, wie die heißen, wir haben da keine Rücksicht bei Christian Gentner genommen und der hat definitiv mehr Verdienste als Santiago Ascacibas mag sein, dass Santiago Ascacibas eine tolle Zukunft vor sich hat, aber das Risiko würde ich aktuell nicht eingehen, denn diese Unruhe in der Mannschaft war ein großer Fakt beim Abstieg 2018-2019 sehen. Wir haben ja gerade wirklich zwei sehr schöne Situationen, die eine ist, dass halt wirklich Trainer, Sportdirektor und Sportvorstand sich einig sind und sagen, hey, kein Spieler ist wichtiger als der VfB, sei es ein Santiago Ascacibas oder ein Gentner oder ein Beck oder ein Ogo oder ein Zieler oder irgendwer, sondern der Verein steht im Vordergrund und wer halt nicht mitzieht, ist raus, das ist die eine gute Sache, was wir auch lange nicht hatten und die andere ist halt, dass wir halt einen Spieler vom Kaliber eines Santi Ascacibas gerade im defensiven Mittelfeld verschmerzen können, wenn er fehlt, weil wir halt mit Mangala und dahinter halt Karasor zwei haben, die das halt auch relativ gut können, vor allen Dingen an zweiten Liga, also insofern ist das halt auch sehr sehr ärgerlich, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, hey, die Personalie könnte über den Aufstieg entscheiden, sondern nö, also wenn er weg ist, dann wird es uns tatsächlich nicht so wahnsinnig schmerzen. Mich persönlich würde es total schmerzen, weil er halt immer irgendwas ins Spiel reingebracht hat, was sonst niemand ins Spiel reingebracht hat, aber gut, wie gesagt, kein Spieler ist größer als der Klub. Also am Wochenende gab es wohl eine Aussprache zwischen Ascacibas, Mislentat, Hitzesberger und Walter, da gab es dann eben die Strafe, die wir jetzt schon thematisiert haben, individuell trainieren bis zum 22.9., sprich bis Sonntag, 5.000 Euro muss er an eine kreative Einrichtung abdrücken, hoffentlich ist die kreative Einrichtung nicht Tim Walter, der muss ja auch 5.000 Euro zahlen. Stimmt, dann soll ich durchrechnen die Kohle. Mislentat sagt auch noch, er trägt das alles mit, er trägt das alles mit, war einsichtig, es war ein super Gespräch und er sagt auch noch, ich möchte, ich möchte sogar solche Situationen haben, also darauf angesprochen, ja, ob das ein Problem sei, ja, für die Mannschaft, dass ein Spieler so quer im Stall steht, um hier nochmal unseren Präsidenten zu zitieren, von vergangenen Tagen und da meinte er, wie gesagt, ich möchte sogar solche Situationen haben, das zeigt, das Leben in der Truppe ist und das muss sein, wir brauchen nicht nur 20 Schwiegersöhne, wir brauchen auch Aggressivität, um Spiele zu gewinnen. Außerdem sagt er, man muss mit solchen Charakteren umgehen können, ich kann damit gut leben, dann muss man sich auch tief in die Augen schauen, sprechen und dann ist auch gut, genau das ist passiert. Und ich sage, stimme ich sofort überein mit Sven Mislintat, mit dem, was er da sagt, nur wir haben Sven Mislintat bislang auch als sehr, sehr guten Diplomaten kennengelernt und er weiß, was er wann sagen muss. Ja, ja, klar. Und ich sage es nochmal, für mich ist nicht die 5000-Euro-Strafe und die Aussage von Mislintat hier das Ausschlaggebende, sondern wirklich dieses Weghalten von der Mannschaft, das ist die größte Strafe, die du dir vorstellen kannst. individuell trainieren, nicht mit der Mannschaft bis, also zwei Wochen eigentlich, das ist für mich eine richtig extrem harte Strafe. Also 50.000 Euro Geldstrafe wäre für mich persönlich jetzt nicht so hoch zu werten wie das. So, Walter hat auch noch was gesagt, ich bin sicher, dass er noch seinen Teil dazu beitragen wird, dass wir unsere Ziele erreichen und er meinte auch noch, wenn man sieht, wie der Junge in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft mitfiebert, dann weiß man, das ist ein super Junge, also auch hier natürlich Tim Walter weiß, was er sagen muss und vielleicht ist es auch so und es liegt wirklich nur am Berater, dass ich jetzt doch ganz ehrlich gebrochen habe mit diesem Spieler. Weil wie gesagt, hier geht es mir darum, dass ein Spieler seine eigenen Interessen überordnet gegenüber den Interessen des Vereins und genau das hat dazu geführt, dass man 18, 19 unter anderem das hat dazu geführt, dass man 18, 19 abgestiegen ist und ja, das möchte ich leider, möchte ich einfach nicht nochmal erleben, Punkt, so. Da musst du mir jetzt kein Asker-Sieber-Trikot mehr kaufen, meinst du? Nee, ich würde, ja und vielleicht auch kein Gonzales-Trikot, ich sag's nochmal, du brauchst in der zweiten Liga keinen Signature-Torjubel, da ist dein Signature-Move, dass dein Trikot verschmutzt ist und irgendwie auf halb Achte aus der Buchse hängt, das ist dein Signature-Move, Herr Gonzales, das geht mir nämlich tierisch auf die Nüsse, dieses Rumgealber da jedes Mal nach dem Tor. Also ich finde das völlig okay, wenn du mal irgendwann in der Champions League stehst und da, weiß ich nicht, deine Sporen verdient hast, aber wenn wir jetzt schon in der zweiten Liga damit Ja, oder wenn er uns mit seinem 22. Treffer zum Aufstieg geschossen hat, da kann er das auch machen, das stimmt schon. Das kommt auch noch dazu. Immer erst. Aber dann, ich glaube, ja, also mittlerweile läuft es dann echt eher so auf dem Badstuber-Trikot raus, unser zweitbester Torjäger in der Saison. Die Konstante heißt Holger-Laser, ich muss es einfach so sagen. Dann hole ich mir ein Holger-Trikot. Holger, genau, stimmt, ja, sind beides vereint. Holger, stimmt, Badstuber und Laser, schön, gefällt mir. Gut, Thema Santiago Azcaciba ist damit abgehandelt, aber Thema Argentinien noch nicht ganz, denn wir müssen uns darauf einstellen, dass unter Umständen Santiago Azcaciba, je nachdem, ob er jetzt bei der Mannschaft bleibt oder ob er noch wechselt und auch Nico González zu Beginn der Rückrunde uns länger fehlen werden, denn die argentinische U23-Nationalmannschaft wird Anfang 2020 ein Qualifikationsturnier für die Olympiade in Tokio bestreiten. Dieses Qualifikationsturnier läuft vom 18.1. bis zum 9.2. Und in diesem Zeitraum finden die Zweitligaspieltage 19, 20 und 21 statt. Also, ja, da müssen wir uns schon ein bisschen damit anfreunden, dass uns González und unter Umständen natürlich den Santiago Azcaciba fehlen werden. Ja, ein bisschen doof, aber tja, wenn die Jungs die Möglichkeit haben, für reinzuspielen, ja, dann denke ich mal, muss man halt damit leben. Ist halt so. Gut, dann haben wir schon Tim Walter angesprochen. Das nehmen wir hier nur noch kurz mit rein, um unserer Chronistenpflicht nachzukommen. Wobei wir die eigentlich gar nicht haben, aber die können ja einfach so tun. Also, Tim Walter bekommt eine Strafe vom DFB und zwar wegen seiner harten Schiedsrichterkritik. 5.000 Euro wegen unsportlichem Verhalten. Sebastian, da gab es ja auch nochmal einen anderen Funktionär eines Ruhrpott-Klubs, der mit einem blauen Auge, möchte ich mal viel sagen, davon kam. Genau, Clemens Tönnies beleidigt ganz Afrika und das ist völlig okay und Tim Walter beleidigt niemanden und bekommt 5.000 Euro Strafe, aber das ist halt vermutlich der Fußball im Jahr 2019. Weißt denn du, ob Tim Walter jetzt dafür bestraft wurde, dass er sagt, dass der Schiri so gepfiffen hätte wie seine Frau oder ist er dafür bestraft worden, dass er gesagt hat, die Videoschiedsrichter hätten ihr Pausenbrot gegessen oder für beides jeweils 2.500. Ich würde sagen, 3.000 Euro für das mit seiner Frau und 2.000 Euro fürs Pausenbrot. Okay. So würde ich urteilen. Ja, weiter halt jetzt auch. Also, wie gesagt, ja, also komplett lächerlich halt. Also, ich würde sagen, wenn er halt irgendjemanden beleidigt hätte oder diffamiert hätte, ja, aber er hat halt nur Vergleiche gezogen und das war noch relativ amüsant. Jetzt kann man sagen, okay, der Spruch mit seiner Frau war jetzt irgendwie nicht ganz so klug, aber ja, gut. Wie gesagt, er hat niemanden beleidigt und dafür dann irgendwie 5.000 Euro Strafe zu zahlen, gerade in Relation, dass irgendwelche anderen Leute ganz andere Sachen sagen und das dann für völlig okay erachtet wird, ist halt. Wenn ich der DFB gewesen wäre, hätte ich in meinem Urteil das einfach mit aufgegriffen. Da sieht das nämlich schon ganz anders aus. Ich hätte gesagt, ja, wegen der Schiedsrichterkritik und sportliches Verhalten, dazu unterstützen wir dieses sexistische Gehabe oder diese Aussagen nicht, kannst du ja dann auch nochmal so irgendwie versuchen auszuschlachten. Dann hat auch schon wieder so jemand wie ich oder wie du weniger Angriffsfläche, weil dann kann man ja sagen, ja, okay, also das mit seiner Frau hätte nun nicht unbedingt sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Aber nee, man verhält sich auch hier wieder typisch wie der DFB. Ja, unsportliches Verhalten. Walter sagt ja selber auch, das, was du sagst, ich finde das total überzogen und verstehe nicht, warum. Ich habe niemanden beleidigt und das hat er auch nicht. Er hat seine Kritik in humoreske Art und Weise, ja, ich sage mal, auf einer Pressekonferenz hinterlegt. Und ich finde, das ist auch nochmal was anderes, wie wenn er es auf dem Platz getan hätte. Das kommt auch nochmal dazu. Er hat niemanden auf dem Platz derart tituliert oder beleidigt hat er ja niemanden, aber du weißt, wie ich meine. Er hat es halt nicht auf dem Platz dem Schiedsrichter gesagt, sondern er hat es bei einer Pressekonferenz in Mikrofone gesprochen. Genau, und das halt auch im unmittelbaren Anschluss ans Spiel. Ich glaube, 24 Stunden später hat er es vielleicht nicht mehr gesagt, aber ja, ich meine, jetzt muss man auch nicht lange darüber diskutieren. 5000 Euro sind auch für Tim Walter vermutlich verschmerzbar. Ja, aber es ist halt irgendwie, halt gerade, wenn man so die Relation betrachtet, dann auch wieder irgendwie ganz, ganz seltsam und trägt nicht dazu bei, dass sich der DFB bei den Fans beliebt macht. Kommen wir abschließend noch zur U21 und zur U19. Eine Info noch kurz, Jordan Mayer und Nick Betzner durften letzte Woche Dienstag wieder mit den Profis trainieren. Ist ja auch immer schön, dass man das so ein bisschen im Blick hat. Nick Betzner hat ja auch zuletzt eigentlich echt gute Leistungen gebracht. Den müssen wir so ein bisschen mal im Auge behalten, obwohl ich eigentlich von den U19-Spielern damals dachte, also von denen, die um die Meisterschaft mitgespielt haben und den DFB-Pokal gewonnen haben, dass er jetzt vielleicht nicht die allerbesten Karten hätte, um den Sprung zu den Profis zu schaffen. Aber er durfte jetzt schon zum zweiten Mal mittrainieren, was natürlich jetzt erstmal noch nichts heißt, aber er rückt damit in den Fokus und es ist natürlich auch für den Spieler eine Motivation, wenn er da mit den Profis trainieren darf, dass er vielleicht dann doch sich Hoffnung machen darf, irgendwann mal im Neckarstadion auflaufen zu dürfen. So, U21 hat gespielt und zwar am Samstag gegen den Göppinger SV Spitzenspiel. Da ging es so ein bisschen um die Tabellenführung. Leider Gottes ging das Spiel verloren. 0 zu 2, was viel schlimmer ist, der VfB hat noch einen wichtigen Spieler verloren, nämlich Luca Mack, der sich den Außenknöchel gebrochen hat, kurz vor der Halbzeit in Göppingen und der wird jetzt lange, lange ausfallen. Also das kann man noch überhaupt nicht absehen, wann der wieder spielen kann. Im schlimmsten Fall wird er in der Saison kein einziges Spiel mehr machen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Wir drücken die Daumen, dass er da dann doch schneller wiederkommt, als man jetzt aktuell befürchten muss. Zum Spiel in Göppingen. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ich kenne, wie gesagt, nur das Ergebnis. 0 zu 2 ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, Paco Fass war insgesamt relativ enttäuscht und meinte auch, dass man gegen eine abgezockte Herrenmannschaft gespielt hat und man einfach merkte, dass die U21 des VfB nur eine erweiterte Jugendmannschaft ist. Sprich, die Härte, die Göppingen da an den Tag gelegt hat, hat vielleicht letzten Endes dazu geführt, dass sich der VfB da so ein bisschen hat abkochen lassen. Und ja, ein bisschen ärgerlich, weil ich bin schon der Meinung, der VfB muss unbedingt aufsteigen und wieder in die Regionalliga kommen und dann musst du eigentlich solche Spiele gewinnen. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Sorry. Und wenn ihr den Genesungs- und Heilungsverlauf von Luca Mack verfolgen wollt, dann müsst ihr auf Instagram seiner Freundin folgen, die heißt Moe Scarlett und die postet, glaube ich, aktuell in ihrer Story so alle drei Stunden ungefähr ein Bild von ihm im Krankenhaus mit Gips, ohne Gips, bei der Reha und so weiter. Also ich glaube, da können wir in den nächsten Monaten dann wunderbar verfolgen, wie nah er schon wieder am Platz ist. Also das ist so als Insider-Tipp. Ja, und bei der Gelegenheit könnt ihr ihr auch gute Besserungen wünschen. So, dann Michael Geltner. Natürlich, das ist ja selbstverständlich. Das war jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber ich fand es ganz interessant, weil sie halt relativ rege postet und dann man schon mal sieht, wie ein, ich meine, er hat ja, glaube ich, einen Profi-Vertrag, ja, hat er, wie man sieht, wie es halt einem, so einem Spieler ergeht, wenn er eine schwere Verletzung hat, die ihn dann halt wirklich Monate außer Gefecht setzt und man kann da dann wirklich jetzt dank der neuen sozialen Medien mal wirklich hautnah erleben, ja, wie es so einem Spieler dann ergeht, kurz nach dem Erleiden einer solchen Verletzung und nicht, wenn das so weitergeht, dann kann man auch die Reha beobachten. Das ist halt auch nicht ganz uninteressant. So, Sebastian, weil du so ein herzensguter Mensch bist. Ich bin ein herzensguter Mensch. Ja, wie ich die Moos-Garlet hier Absolut. scharf angegangen bin, indem ich sagte, man kann ihr auch gute Besserungen wünschen. Ah, da habe ich die akustisch falsch gedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich auch nicht. Guck doch einfach ab und zu mal ein paar Instagram-Stories von ihr an. Ich finde es super. Nee, total. Also, Instagram ist, also, es gibt uns gemeinen, pöbelnden Fans hier wirklich die Gelegenheit, Eindrücke zu erlangen, die sonst halt nur irgendwelche hochklassigen Journalisten und so bekommen. Also, ich finde das total gut. Was ich noch gut finden würde, wenn endlich mal ein paar Frauen, also Spielerfrauen einen Podcast machen würden. Das würde mir gefallen. Ja, das wäre super, ne? Ja. Also, das fehlt mir. Wahnsinn, ja. Also, vielleicht auch welche von Hannover und Hoffenheim oder so. Wäre ganz großartig. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Es gibt so viele Spielerfrauen, denen würde ich so gerne zuhören, weil sie mit Sicherheit ganz, ganz tolle, interessante Sachen zu sagen haben und wichtige Sachen. Leider Gottes machen die keinen Podcast. Nee, aber die, die keinen Podcast machen und trotzdem was Tolles zu sagen hätten, könnten ja bei uns mal auf der Mailbox anrufen. Super. 0711 für Stuttgart, 25, 28, 16, 04. Gut, Michael Gentner sagt zum Spiel, das möchte ich auch nicht vorenthalten, das war ein enttäuschender Auftritt von uns. Wir haben nach dem Rückstand den Faden verloren und uns den Schneid abkaufen lassen. Also auch Michael Gentner ist enttäuscht von dem Spiel in Göppingen. Und ja, die U21 hat die Möglichkeit, das Ganze wieder gut zu machen. Am kommenden Sonntag zu Hause gegen den SV Links. Um 14 Uhr geht's los. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut vorbei. Denn der VfB spielt ja schon am Samstag. Dann kann man die U21 unterstützen. Und ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Profi auch wieder mitspielen wird und sich hoffentlich dann nicht verletzen wird. Die U19 hat 3 zu 0 gegen den SSV Ulm gewonnen. Zwei Tore von Egloff unterstreichen dessen hervorragende Form erneut. 53. und 90. Minute. Und der Hummel hat noch das 2 zu 0 erzielt, ebenfalls in der 90. Minute. Da muss es richtig hoch hergegangen sein. Ich gehe mal davon aus, dass beide Tore irgendwie in der Nachspielzeit gefallen sind. Wann genau, konnte ich nicht herausfinden. So, der VfB jetzt nach fünf Spielen mit elf Punkten auf dem Konto ganz solide gestartet, kann man sagen. Zweiter hinter Mainz. Auch das ist ordentlich. Vielleicht noch kurz zu Ulm, damit man das 3 zu 0 etwas besser einordnen kann. Die sind Letzter, waren auch Aufsteiger und haben bislang nur einen Punkt geholt. Also, da sollte man jetzt definitiv nicht zu hoch hängen, diesen Erfolg. Man muss ja auch überlegen, man hat sich relativ schwer getan gegen Ulm. Also, erst in den letzten Sekunden, möchte ich fast schon sagen, das Ding zugemacht. Das nächste Spiel für die zweite Mannschaft findet am 21.9. statt, am Samstag. Und zwar, Sebastian, halte ich fest, in Karlsruhe gegen den KSC. Derby! Derby, so sieht es aus. Und der KSC hat aktuell fünf Punkte auf dem Konto, ist elf da. Also, ja, die haben was gut zu machen, möchte ich fast schon sagen. Das könnte ein hitziges Duell werden. Also, wer Bock hat, obwohl am 21. das ist, wie gesagt, der Samstag, da werden die meisten eher hier ins Stadion gehen. Aber wenn ihr irgendwie in der Nähe von Karlsruhe wohnt und den VfB dennoch irgendwie unterstützen wollt, dann macht euch auf zum Spiel VfB U19 gegen KSC U19 und unterstützt unsere Jungs in Karlsruhe. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit der Sendung. Wir hatten zwar noch ein Thema, aber das möchte ich jetzt außen vorlassen, da wir schon wieder drei Stunden vor unseren Mikrofonen sitzen. Das ist viel zu lange. Ei, um Gottes Willen. Naja, wir haben um 19.22 angefangen, jetzt ist es 22.15 Uhr. Es gab zwar die ein oder andere Unterbrechung wegen Kroatien. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, aber ja, es wird schon stimmen, ja. Aber ich möchte die Sendung nicht beschließen, ohne nochmal auf Dennis hinzuweisen. Ihr wisst es natürlich, Dennis, der am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet, ist auf unsere Hilfe angewiesen und ihr könnt ihn weiterhin unterstützen. Der Link oder den Link zur GoFoundMe Kampagne findet ihr auch weiterhin bei uns in den Shownotes. Dazu noch zwei Artikel, die über Dennis erschienen sind und es wäre auch schön, wenn ihr Dennis vielleicht auf Twitter nochmal ein bisschen Mut zusprechen könntet, denn letzte Woche war er ein bisschen down, weil so ist es halt immer, wenn ein medialer Hype erzeugt wird, dann ist das für ein paar Wochen erstmal oder für mich erst ein paar Tagen erstmal total das Ding, über das alle sprechen. Aber dann ebbt diese Interessenswelle auch wieder ab und plötzlich fühlt sich, ja, in dem Fall der Dennis vielleicht fast einsamer als davor. Von daher, ja, unterstützt den jungen Mann vielleicht auch mit dem ein oder anderen aufbauenden Tweet. Er hat es definitiv verdient, ist ein guter und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den ein oder anderen Euro zu spenden, dann macht das über diese GoFoundMe Kampagne. Genau, ich hätte noch einen kurzen Service Tipp, weil ich glaube am Freitag, jetzt am kommenden Freitag ist der Weltkindertag und der VfB ist auf die, auf diesem Tag dankenswerterweise so ein bisschen aufgesprungen und hat dann auch das Spiel gegen Kräuter Fürth zum Weltkindertagsspiel, wie auch immer erklärt. VfB-Kindertag heißt das und es gibt ja in der Untertürkamer Kurve Block 74, 75, 76 ganz regulär den Familienblock und jetzt für das Spiel gegen Kräuter Fürth hat man quasi die ganze Untertürkamer Kurve zum Familienblock erklärt, wenn ich es richtig verstanden habe und man kann immer noch Karten ordern für, klar Untertürkamer Kurve ist es dann, aber man kriegt die Karte für 10 Euro. Also Elternteil zahlt 10 Euro, Kind zahlt 10 Euro, was eigentlich ein ganz cooler Deal ist, weil ich gehe jetzt zum Beispiel tatsächlich mit meinem Sohn und einer befreundeten Familie mit zwei Kindern hin und wir zahlen dann wirklich für zwei Erwachsene und drei Kinder 50 Euro, was ich dann wirklich ganz, ganz fair finde. Also wenn man sich irgendwie überlegt, ob man die Kinder mal mit ins Stadion schleifen möchte, wäre jetzt am Samstag eine gute Gelegenheit, weil die Tickets dann wirklich in der Untertürkamer Kurve für 10 Euro rausgehen für Erwachsene und Kinder und ja, das, wie gesagt, finde ich relativ fair. Uhrzeit ist auch gut, kinderfreundlich, mittags 13 Uhr kann man dann schon mal machen und es scheinen noch Tickets zu geben. Also nutzt die Möglichkeit, da mal günstig ins Stadion zu kommen und ja, unterstützt den VfB am Samstag gegen Kräuter Fürth. So, dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wieder bei dir, lieber Sebastian und weise darauf hin, dass man dich auf Twitter ganz gut verfolgen kann unter dem Twitter-Handle at Butze und gleichzeitig auch unter at Vertikalpass, denn da erscheinen nicht nur lustige Tweets, sondern auch Hinweise auf mindestens genauso lustige wie informative Blog-Beiträge eben auf jenen vertikalpass.de-Blog. Schaut da mal vorbei. Also vielen Dank für deine Zeit, die du dir wieder genommen hast. Gerne, gerne. Ich muss mal sagen, ich habe dem Sebastian damals gesagt, ich glaube im Januar diesen Jahres war es, ja das machen wir dann so, vielleicht ab und zu mal eine Woche oder so zwei Wochen würde man so ein Stündchen, gerne auch weniger. Und dann hat er gesagt, ja ne, also ein, zwei Mal im Monat kriege ich das schon hin. Inzwischen sitzt der arme Mann im Monat zwölf bis 15 Stunden vor seinem Mikrofon und muss STR mit mir machen. Ich mache das wirklich gerne, also ich würde auch sagen, wenn es mir nicht passt, meine Familie hat mich mittlerweile quasi am Montag ab 19 Uhr abgeschrieben, ich existiere dann wieder am Dienstagmorgen, aber das passt schon, also ne, macht mir sehr viel Freude. Also vielen Dank dafür und natürlich auch einen Dank an deine Familie. Ja, dann sind wir durch und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche und tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.